ja die nussknacker suite das hat man das hat er natürlich auch gezeigt so gut ihr techniker also wir gehen jetzt live und in farbe also die screenshots werden schon nicht schlecht ich würde tatsächlich gerne so eine richtig coole diashow machen hier ich habe mir heute im bud spencer film angeguckt den kannte ich noch gar nicht irgendwas mit mit der spiel der sonnen eigentlich mit seiner familie vor dass er ein vertreter ist das geht natürlich wieder nicht und in wirklichkeit ist er aber arbeitet er irgendwie bei der kripo bei der sondereinheit da den kannte ich noch nicht jedenfalls hat er mir erst mal so gefallen ja jetzt sind wir live und in farbe ich begrüße recht herzlich den leeren chat und freue mich dass alle im leeren chat da sind hallo kirche schönen guten abend kirche darfst jetzt nichts sagen bist du ja im chat aeronox ist da hat sie benni als aber ihr verrückte wandel ich danke euch so ihr lieben gut ich begrüße recht herzlich die weißpräsidentin des weißen hauses die kirche 1902 hallo hallo dann haben wir den stabschef stick 01 heute wieder dabei dann haben wir den arzt benni ich werde mich hüten kann kann man bär auszusprechen da hallo wir haben den flotten admiral jaz gnome dabei abt das sieht aber richtig mal verdammt gut aus ach eben das und das gefällt mir zum beispiel so was könnten doch auch mal machen bezüglich roleplay und wenn wir schon bei role play sind von rollen spiel dann kommt auch schon zu rolli 66 ja löchen ebenfalls generell seines zeichens wir haben harry harco und ein wissenschaftsoffizier dabei wie gesagt harry eine fragestellend irgendwo technisch oder so harry beantwortet ihr das den solontan ebenfalls generell seines zeichens hallo und wir haben den sensen wolf hallo daniel daniel ich weiß du kannst nicht sprechen grüßt sich dann ja herzlich willkommen live trinken er ist wieder im dienst daniel ist die einzige fleißmeise von uns allen wieder okay habe ich alle genannt nein du hast vergessen er ist aber noch nicht gelandet wie gelandet ich stehe vor der tür ja solontan familie amoboy ist aber nicht im spiel sehr gegrüßt hallo familie amoboy schön guten namen tatjana jannik schön dass er da seid aber er und rucks vermisse ich hier wusste der nach oben gucken ich bin fertig all der fall ja weil du im hintergrund hier das so grau alles klar grüß sich schön dass du da bist er und ox ebenfalls generell eines zeichens also wir wollen ja wieder so ein bisschen zum roleplay hingehen und aus dem grunde habe ich gedacht können wir das heute abend mal so ein bisschen gucken ich will heute am paar szenen auch fotografieren mit der power ist und ich habe irgendwo so ein ding liegen und ich muss mal gucken in welchen ich glaube ich weiß wo ich das liegen habe ich glaube ich habe unsere filmgeschichte die wir gemacht hatten da könnte ein paar filme weise nach ihm wird outfüße gefällt mir hier als als flotten admiral das geht so einigermaßen nein das ist genial ist das das sieht richtig vor allem weil du auch so den du hast und grauen du hast sag mal machst du dir jedes mal die mühe und veränderst das auch immer hab da bei so vielen leute weil die kabel musste doch im ernst jetzt ist das ein extra charakter oder was ja ja weil achim hat wirklich für jedes sein sondern charakter und das finde ich absolut genial und wie gesagt er sieht jetzt hier aus also wir können das tatsächlich nachher mal so testen wie das ich will auch ein paar screenshots machen wenn wir unten im ballroom sind und dann mit dem flotten admiral so dass ich mit achim meinetwegen und im stabschef am am kartentisch stehe hinten an dem elektronischen und also ich will ich unterbrechen du hast nicht so dicken bauch wie ich nein das sieht geil aus achim haste aber im ernst leute warte also damit für die zwecke tatsächlich mache ich dann nachher mal mein hat aus stadi habe ich übrigens auch vergessen aber bei stahl dieses mikrofon im moment aus ich begrüße selbstverständlich stahlhelm schön dass er da ist stadi ist bestimmt entweder beim insekten jagen oder beim hausaufgaben machen wir wissen das noch nicht so kirche worüber ich mich sehr freue dass du heute wieder dabei bin ich habe dich für mich allein nur ich habe dich vermisst kirche nicht wegen meiner also ich will jetzt hier nicht eifersüchtig wirken aber kirche nur ich hab also ich weiß nicht mottenmann ist das noch online eric geht das noch oder nicht ja es geht es ist noch aktuell eric eric ist heute ja eric hat mein stafschef lassen wir heute noch in ruhe eric ist dein boot noch nicht im wasser siehst du es könnte sein eric was geboren ich war ja gestern müll auf pöhl gewesen kirche ich war auch auf der insel gestern aber nicht auf meiner nein ich bin auf einer anderen insel bei wismar gewesen ich war am äußersten ende timdorf und zwar brauche ich das manchmal wenn ich denn so allein bin dann brauche ich unterwegs musik wo sich die autotüren nach außen denen und dann muss ich halt eine tour machen so und dann auf das brauchte ich auf dem rückweg doch macht war das denn verflogen da ging es mir dann wieder besser gut ja ich dachte hier passiert das noch irgendwas also wir haben alles verpennen lohnt sich das eigentlich oder lohnt sich das noch nicht noch nicht du hast eine andere farbe nicht mit einem wasserpistole dann könnte man das auch wieder machen gut pass auf ich würde vorschlagen hier eric hat auch genau so harry und was sagtest du im fotomodus sagtest du na ja so weißes haus habe ich ja schon obwohl office habe ich auch schon die fotos in mehr als einmal ich glaube das krieg auch so hin und ihr könnt euch mal in power rüstung direkt bitte wenn das geht vom weißen haus alle gemeinsam aufstellen hier und ich versuche mal den den also richtig so nebeneinander alle in power ist so ich mache das auch mal wenn wir hier sowieso schon jetzt so kicken ich will wie gesagt richtig mal so ein dicks machen da alle in ihre dinger da reinsteigen das ist ja auch cool ja ich habe übrigens ich dachte ich hätte den back ich habe den back gott sei dank der klinik bin drinnen kann ich machen ich kann auch nicht super super überfordert waren zu viele rüstungen noch einmal ja 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 jetzt stehe ich hier und kann gar nichts mehr machen eine woche ja ich stehe hier auch doof und wenn man jetzt und auch hinten drin jetzt funktioniert es piep hat muss erinnern torfeln torfeln drinnen jetzt ja ja jetzt ja so licht an denn uns hier können ja klar oder waffen raus die aber die die schweren die am besten und dann alle in eine reihe stellen hier neben vorm weißen haus ich hoffe ich stehe richtig und dann mal gucken ob das geht ich habe ich sortieren was erger nicht immer da stehen schauen wir gleich noch mal den kalibur 50 ja genau die wasserpistole mal richtig einfach nur hinstellen und keine wasserpistole nehmen eine schwere waffe bitte wir müssen ja brennen erik leuchtet immer grün das finde gut jetzt schießt denn hier mit dieser doofen wasserpistole ja das ist gut wer kann das noch mit diesem flammenwerfer oder vorher grüße die alle angezündeten erik ja ich habe mein ding doch nicht gewonnen jetzt fotos gemacht jawohl nice leute die schicke ich auch noch mal in die runde ich habe nämlich wirklich was vor also ich will dass also ich habe heute wieder den teaser gesehen von dem film und einer mittlerweile ist das so dass die youtube kanäle also auch mit dieser bei diesem teaser beworben wird also es geht los ja also es geht los es ist also kein gerücht so ungefähr so halbwegs naja die können noch mal wieder zurückziehen also wir können davon ausgehen das geht vollkommen ab jetzt brauche ich mal ganz kurz wir haben ein paar minuten dass wir mal in den schelter reingehen und dass die flotten flotten admiral der präsident und starb chef mal hier unten am kartentisch stehen da brauche ich auch noch mal ein foto achim das sieht so genial aus ich muss halt los mit einem dicken bauch achten sie es wird das glocken hat mir ja das gefällt mir ja ja das ist dann ja dann ist aber nicht ohne also immer seine rein und schelter oder was ja jetzt gehen wir den schelter ich nehme den bei auch noch gleich ein video ich habe ich wollte gerade ich wollte ja heute abend auch aufnehmen hallo und schönen guten abend hier sind wir wieder die fallout legends so ich werde mal folgendes meine stellen wir uns hier nach ihm als wenn wir uns hier so beraten seid ihr denn jetzt im schelter und zwar wenn ins casino reingeht gleich links die tür also hier versorgungseingang hast du hier eigentlich eine lagerkäste ja die schränke alle so krass wie die schilder gestaltet hast ja man sieht ich nicht mehr das sind schilder aus ja antwort so sehr gut naja klar dachte ich mir was dachte ich mir so krieg hast du wieder ein kabel nicht richtig angeknotet schuss habe ich gemacht und selber war so dann stellt euch mal alle um den karten tisch jetzt mit mit uniform hier am besten naja jetzt hat es geladen geht doch der jäger montel oder ja ja alles gut natürlich wir sind ja 300 jahre nach dem kirche ist alles gut und alles gut ja alles gut ist alles gut ich habe ja so gesagt hier ist eine hocke also ich denke da kommt auch musik zu meine seite bitte jetzt noch mal deine seite grünen oder die an und sie kannst die so ja so stehen bleiben so stehen dann alle ja so ein bisschen ja ruhig ein bisschen so ja perfekt den ohren wackeln perfekt so denn alle noch mal hinsetzen auf den karten tisch nein so warte mal kann ich hier auch fotostellung fotomodus machen ja ich hoffe ja ich bin also da kommt richtig sondern mache ich richtig mit mit langer musik jetzt habe ich mich festgepackt aber habe wie gesagt mit den fotodateien hier aus 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 diesem ordner raussuchen ich habe gedacht ich bin ich denke so ist das so schwierig was ist super ist eine coole idee ich mache jetzt foto modus und drückt dann f12 harry mit auch mit allen fotos dieser aufgenommen also die galerie gehen und dort genau so machen ja ich sehe es gerade ich sehe es genau absolut spitze ganz genau da kommt richtig gut der coffee ist da oben da ist er ich ziehe den runter hier am weg ich ziehe mal rein hier rüdiger ja hallo schönen guten namen koffi das ist der robin ist das der coffee von gestern ja weiß ich hallo coffee hallo robin sei gegrüßt ich habe dich ja gestern rein gelockt guter kollege von mir so da ist er du hast jetzt alle rechte gekriegt kannst jetzt hoch und runter hüpfen und bist auch markiert und gehört dazu herzlich willkommen alles klar danke dir so wir machen hier bloß ein paar screenshots soweit weil ich ein kleines video machen will ich hoffe ich krieg das morgen fertig in vorbereitung auf die serie ich muss mich ja morgen daran machen tatsächlich das haben wir so ja das würde ich sagen reicht das reicht das reicht das reicht da haben wir das gemacht wo will office office können wir noch mal machen da kann man mal reingehen hier mein stabschleffer gar nicht drin hier erik ist mit ihr los er wollte war hier ich schon vorgelaufen erik wir gehen jetzt mal ins office draußen ich mache das zieht das jetzt bloß erik damit wir dann gleichzeitig zum moment man event kommen vorher hätte sie jetzt kein silo gelohnt er ich weiß was ich mir heute zuvor dann gemacht habe wo du gerade mit teller knapp spagetti mit tomaten so das ist gut das ist doch lecker das geht doch um uns geht schnell so hier genau da auf die couch hier auf diese beiden stühle mal am besten ich stelle mich mal hier so in diese so vor dem tisch hier und und dann werden wenn ich sitzen kann der steht weil sonst kriege ich das nicht alles erfasst ich habe jetzt nicht sehe genau hinter der gut das funktioniert nein ich sehe habe jetzt nicht kriege ich nicht ins foto mit rein dass das problem leider an der seite sind nur noch stühle harry nee 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 bleib mal da habe ich sonst höre ich dich ja nö komm her das sind ja so gäste stühle nee du kannst auch stehen bleiben alles gut ich stehe und das alles gut ne war gut war alles gut reicht fast wackelt hat luft sie gut aus die ich hau die bilder schon mal in die whatsapp gruppe rein damit ihr seht wie die geworden sind damit ihr euch so ein bild machen können und da mache ich halt jetzt ist achim erst aus der unterkunft raus gekommen das kann ich gar nicht glauben machen du bist ja schon lange hier ne weiß ich jetzt so quatsch oben jetzt steht es da oben was die unterkunft verlassen das kann ja wieder was werden immer alle nice to see you tschau tschau maria tschau hello imale how are you ich habe mir das video heute mal angeguckt mit dem busunfall leute das ja würde ich da sind ein anderer bus reingebrettet ne das ist schon sei denn ich habe es zu sehen also scheiße da ist die blass ich habe dir was erzählt du hast wenn ich fest entschuldige ich habe gerade geguckt hier ob ich hier irgendwelche im rutsch setzen können also ich habe vollständig verständnis ja 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 also hier geht es also not got oh no also ich denke mal sie wird noch schmerzen haben also wenn er wenn man sich umgeguckt hat dann kann man sich das richtig vorstellen die rechte hand geht wegen der maus die rechte hand geht wegen der maus die saß im bus und da ist ein anderer bus von der seite reingefahren alle fenster raus reingeschrubbt ne also um die seite eingedrückt der bus ist richtig reingefahren in den anderen zu hause italien in italien ja direkt zu hause in italien ja und dann gute besserung ja ja wahrscheinlich total die volle glaswolle abgeregt oder das kannst du das mal rein schreiben kirche ganz gut von uns alle italienisch bitte ja ich weiß nicht nur der granaden ich weiß schon wer es enden will Maria, get well soon, from the Fallout Legends, okay. Achim, achim, fetzt richtig. Das ist ein bisschen schrecklich, wenn der Typ neben dir steht. Nee, der sieht gut aus. Ich fand das jetzt sofort, wie du reinkamst, das hat mir gefallen. Best wishes ist auch okay. Hast du das jetzt auf Italienisch geschrieben, Eronach? See, du wolltest es noch auf Italienisch haben, hast du gesagt, von allen. Ja, so gut. Schön, Leute. Das heißt, meins. Ja, ich muss das vom Spanischen ableiten, das kann dann mit Rechtschöpfchen verbunden sein. Aber gut gemacht, ich dufte. Was kann, dann kam halt. Wenn die Grammatik, die kann man gleich für mich nicht rechnen. Geil. So habt ihr den Sensenwolf in dem Team, nee, ne? Nee. Wir haben noch einen Platz frei. Also wir haben das schon mal und nicht. Dann kann ihn ja einer einladen, den Sensen. Rundförer hast du schon. Und das ist was. Yes, yes, Maria. Maria hat sofort verstanden, was wir machen. Dass es hier wieder darum geht, einen Film zu machen. Das kennt sie nämlich schon. Cool. Ist denn da rausgeflogen gerade? Genau aus unserem Team, also wir hatten ein bisschen zu krass. Ja? Wer ist da rausgeflogen? Erik, bist du da? Da ist was geflogen. Das macht mir nämlich Sorgen, wenn du nicht bei mir bist. Du alleine. Siehst du, passt doch, oder? Warte, jetzt machen wir gleich hier mit unserem Gewehr, das Dingspumpt hier. Das passt dann zusammen. Und dann müssen wir auf die Bette, hast du? Ja, dicht. Na, ist egal. Passt jetzt. Wir sind zu dritt, ne? Na ja, los jetzt. Das Gewehr hast du auch. Das Gewehr habe ich leider nicht. Aber dreimal. Ich mach gleich mit. Ich muss das bloß kurz mal Werbung machen. Die Werbung schicken hier, Leute. Harry, dein Team ist offline. Hier, mach nicht. Dann schaffst du noch einmal. Ja, weiter, weiter. Alter, Stahlhelm aus Geflogenes. Oder aus Gegangenes. Achso, deshalb ist das offline. Ja, der ist rausgeflogen. Der ist rausgeflogen wegen der Aktivität. Ja. Genau, wegen inaktiv. Der ist rausgeflogen. Der reinklappst du. Ach, nein. Oh, jetzt ist der auf der Kürze. Kürze, mach eh mal. Kurz, kurz hat es geklappt. Hat es fast geklappt? Ja. Was da aussieht, wenn Kürze oben bleibt? Ja. Ja, Kirche ist eigentlich Schlangen. Müsste passen. Ich habe hier einer runtergeschobbt. Anders kann es nicht sein. Warte, ich ziehe meinen Bauch ein. Oder drehen wir um. Dann ist es nicht rübergegangen, dann fliege es runter. Jetzt muss ich... Der wird da knapp ein bisschen. Oh, der Aerolog ist auch schon wieder ganz knapp. Ja, ja. Das ist nicht schaffst du. Oh, scheiße. Ari, du bist abgestürzt. Abgestürzt aufs Nukaschein. Jetzt alles live, das geht jetzt stundenlang, was wir hier machen. Ja, ja, ja. Wochenlang, Achim. Monatelang. Oh, Achim steht schon völlig in der Luft, einmal frei. Einfach frei war. Ich sehe das ja. Das ist ja nicht schlecht. Oh. Ich gehe mal ein Stück nach hinten. So, siehst du? Ich bin so runterflogen. Danke. Holly hat uns schon runtergeschobbt. Nein. Das Problem ist, wenn man hier so hoch kommt, ne. Ich habe kaum Luft geholt. Du handelst ja immer mit dem, ne. Da, siehst du? Mit einmal. Das kann wohl nie wahr sein. Ich probiere tausendmal. Wo dran das wohl liegt. Ja, das geht schwer. Ach guck mal, das sieht aber hübsch aus, die beiden da oben. Ich verstehe das gar nicht. Holly, ja? Kaum ist eine Frau hier oben, schon bleiben sie hier kleben, als wenn das Schild 5 Meter groß ist. Verstehe ich gar nicht. Es ist so, drei. Ey, sag mal. Hör mal auf, an mir rumzufummeln. Sag mal, was sollen die Leute denken? Thorsten, hör auf. Sag mal. Fangen wir den Arm da durch. Oh, sie vermisst uns, also euch. Oh ja, Imale, oh ja. I miss you so, Maria, I miss you so, oh. Einmal die Herzchen für Maria. Maria, for you. Maria hat auch ein schönes Camp, und Daniele. Maria, you have a nice Camp. Er lacht, ja. Olli. Olli, er lacht. Oh, jetzt geht das mit ein. Jetzt fern sie sich. Also, Olli, das hätt ich jetzt ja nicht gemacht. Maria, I would like to show the Camps of the Members in a video. Sie freut sich. Ja, die müsst ihr auch mal kennenlernen. Oh, du glaubst. Das ist eine ganz liebe. Kommt ihr auch ab und zu mal einen TS? So, 55. Wir können ja schon mal zum Mottenelch rübereiern. Zum Mottenelch. Ich gehe mal zu Eriks Elch Camp und mache schon mal eine Aufnahme. Dann brauche Eriks sich die Mühe nicht machen. Ist ja eins seiner Camps. Ich bin direkt in Eriks Keller gebeamt, du. Doh, ne, weh. Im Keller geschehen Dinge. Okay. Ich bin direkt in Eriks Keller. Morten, 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 Mann. So, Foto gemacht, Erik. Ich habe mal schon mal Fotos gemacht. Von deinem Camp hier. Aber ich brauche die anderen Camps ja auch mal. Ja, dann kannst du auch noch zwei Schritte weitergehen. Dann hast du meins fertig. Ausgeben wir uns. Oder nicht. Möchten wir nicht. Was, das ist dein Camp hier? Das ist Erik, Mann. Erik seins. Ja, das ist dein Camp hier doch. Ja. Du sagst, das ist Eriks Camp. Ach so, ja, ich hänge, du hängst, ich hänge, wir hängen mit dem, äh, hinter nach. Steht doch dran, äh, steht doch dran, äh, steht doch dran, äh, direkt mit der Aussage klar zum Punkt kommt. Ja. Deswegen, ne, also das ist für alle verständlich. Ja. Ohne Grenzen. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. So, die kann man sagen, das ist das Problem. Äh, darum geht's ja, das ist mein Problem. Das ist das Problem. So, jetzt gucken wir mal kurz hier nachher und so, was ist denn da? Grüß dich, Srini. Nein. Ja, so eine schöne Eingangs-Latt-Tüchter hat nicht jeder. Nö. Verstehe, verstehe. Ja, ne? Genau. Hm, hm, hm. Den Extraktor habe ich jetzt aus dem Garten rausgenommen, weil der war so laut, das habe ich jetzt dann. Ja, das hat die Nachbarn gestört, ne? Erik hat sich schon gesperrt. Ach so, ja. Ja, deswegen habe ich ja jetzt, äh, ne, einen Lappen rumgewickelt. Ich bin einmal Töpflonien. Gut. Jo. Aber ich muss dir, ich muss dir nochmal was zeigen, äh, Thorsten, heute, wenn wir, ne? Hm, aufs sind. Ja. Gerne. Aber nichts Schlimmes, nur in meinem Shelter. So, ideemäßig. Und wenn es nicht Schlimmes ist, dann ist das ja doof. Ja, ne? Naja, Schlimm kriegen wir immerhin, das weißt du doch. So, Harrys Camp ist dran. So, ja, noch gut. Ich habe schon gedacht. Oh, Gott sei Dank. Motty. Motty, Totti. Motty geht los. Genau. Motty, Totti. Die Totti. Harry, du stehst tatsächlich auch in der Liste als Techniker, ne? Als Spezialist. Ja, Harry, das ist ja so, wenn man nicht hier mal was fragt, ne? So wie heute mit dem Foto-Modus und so, man kriegt immer coole Ideen, weil ich bin hier immer wahnsinnig geworden mit den Fotos, wenn ich die gesucht habe, ne? No, no. Ja, da bin ich bekloppt geworden. Ich denke, Alter, jetzt reicht mir das hier. Ich will die Fotos hier finden. Auf zum Modman-Event. Genau. Good night. Good night, Imale. Good night. Greetings to Daniele. Please. Ach, Gott, Fischer. Imales Camp habe ich schon auf dem Foto, das haue ich auch. Kinder, hört alle zu. In der Stätte des Weisen gibt es drei Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. So, ich bin Brücke, ist einer am Wassercamp. Oder seid ihr alle an der Kirche? Ich bin jetzt am Wetter. Ich bin an der Kirche. Ich bin an der Brücke. Es müsste einer zu... Ah, einer ist am Wassercamp. Okay, gut. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder. Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. No. Was, du musst sowas machen, du stäuschst hier. Komm, wir abkriegen. Wo stehe ich denn? Ja, ruhig nicht vorbeilaufen. Das ist das Blut der reinsten Albino-Red-Hirsche. Aber was wir haben, reicht noch nicht. Bringt uns mehr und verwendet uns, wenn wir machen Bluttrüge mit euren Spenden auf. Es wäre sehr peinlich, wenn der Weise käme und die Stadt nur nach dem Blut der Täuscher riechen würde. Das ist irgendwie ein bisschen suspekt hier, finde ich jetzt gerade. Warum, was los? Ja, musst gleich mal einen Livestream gucken, dann siehst du das. Okay, warte. Ja, weil ich es jetzt noch nicht so beschreiben kann. Oh nein. Oh Gott. Ich bin eben da rüber gesprungen und, äh, ich bin dreimal schon mal, dann gleich auf den gleichen Punkt zurückgekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Oh, lol. Oh Gott, oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob Blut reicht? Haben wir es? Ja, sehr schön. Wahnsinn. Olli, jetzt muss man gucken, Queen. das ist wahrscheinlich power ist mit schmaler wade unterwegs die flammen unserer scheiterhaufen entzünden den motten staub er bringt erleuchtung so mal testen ich hab mir jetzt mal ein kinder hat mit ein kinder hat mit ein kinder hat mit jetzt endlich ein nicht das art wird da ja noch eine kirche hat noch ein drücken ich bewache den brücken porten sie ist ihr das nicht zu warm da drin er hat captain ahab grüße captain wie gesagt gerne noch mal in den chatroom lasst gerne ein abo da erik ist aktiviert die glocke immer noch gleich diesen live stream gerne und gerne kommentar dazu lassen sich genau dann hier das wärmt den popserien der drückenhaufen an der scheiter wird angegriffen die lassen da wieder keinen durch nach ihm hat gerade meinen schelter verlassen das ist nur wieder passiert du bist doch hier auch beim event nach ihm bei der brücke über dich machen jetzt zeigt er mir gerade anders zu meinen da steht oben links dass du mein schelter verlassen ja das kannst du vergessen der lässt doch ein durch da jetzt hier passiert auch nix ich habe mich ein gegner gesehen jetzt ja das ist ja der ketten haben ja weil die alle wir haben schon zusammen gespielt alexander du bist da hallo alexander natürlich haben wir zusammen gespielt alexander du warst gestern in meinem team und dann bist du plötzlich abgetaucht alexander was los mit dir möchtest du auch zu uns in die in den teams weg dass wir uns unterhalten können irgendeiner hat die rezeption da oben wieder verbogen aber die gruppe und werde reich die kette und 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 Was heißt das? Jupp war super, ja Alexander, wenn du magst, kannst du hier bei uns direkt mitmachen bei den Fallout Legends, du kannst hier Mitglied werden, du kannst hier, ist alles kostenlos, auch das Abo ist kostenlos, das Bier, das Bier nicht, das Bier kostet 1,50 Euro, das und das, und da gebe ich auch nichts von ab hier, damit wird es eigentlich nicht mehr stehen hier, so. Können wir mal machen, hier ist kein Ding, alles klar Alexander, ich muss hier mal nebenbei gucken hier, weil Kirsch ist im Moment nicht ohne Linie, weil die telefoniert, also die kommuniziert noch jetzt per Ton und Sprache hier so. Ja, wie gesagt Alex, schreib mir gerne eine E-Mail, die siehst du ja unter dem Livestream, die kannst du dir merken, die E-Mail-Adresse und wenn du denn mal Bock und Laune hast, hier bei uns mitzumachen, dann schickst du mir einfach eine E-Mail und dann schick ich dir die Zugangsdaten und dann bist du dabei. Das war übrigens der rachsüchtige Mottenmann, Harry. Das war rachsüchtige Mottenmann, Harry. Spürt ihr das? Genau. Spürt ihr das? Ich glaub ihr spürt das. Sie müssen Freudentänze aufhören. Für die einen Sternenwaffe, die wir jetzt kriegen. Das ist ein Sternen-Nudel-Holz. Das ist ein Sternen-Nudel-Holz plus Explore. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir den Mottenmann nochmal ganz kurz küssen. So und dann können wir die Aufnahme wenden. Tschüss und winke winke eure Frau da hat Liedchen. Tschau. Jo, mach ich. Schreib da. Alles klar, gut. Alexander, wie gesagt, wenn du Lust, Laune hast, dann mach einfach bei uns mit und dann gehörst du auch dazu. wenn er alle hast dann gibt es keine mehr ach so ja ich habe hier nicht gelernt ich finde das ist eigentlich ganz cool muss ich sagen also jetzt mal aber nicht genau ja da müsst ihr noch mal kriege ja dann verschwinden die aber wenn sie wenn es noch wenn betester das rauskriegt dann wirst gebannt für immer dann hast du ein permaban und das ist dann nicht so schön dann bist du per mal gefallen und das nur wegen dem mit man aufstellen musste nämlich auch die strafkarte und bestimmt vier wochen fallout 4 spielen das stimmt und zwar du spielst hier aber allerdings mit dem outfit von ford night und 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 irgendwie sowas werden sie sich einfallen lassen also ich meine ich sag's ja noch mal so für ein freund maximal 15 fps ich habe schon wieder ein bauplan gekriegt das vollstrecke outfit gibt es eigentlich ich werde wahnsinnig kultisten räucher stäbchen mottenmann kultisten hotzki platz ich lege das mal hier oben auch wenn das weg gibt es wenn das weg gibt es denn wird das zerstört das ist ja das ist auch quatsch du kriegst hier zwei baupläne und wenn du den dann weitergeben wird sind wir das zerstört toll danke soll das weißt du also ich habe übelst den lakraten gerade gekriegt den lak des jahrhunderts den lak des jahrhunderts ja vampire feuerrater gewichtsreduktion handmaid die schon die haben wollte na denn das ist ja sonst nichts also die sogenannte diätwaffe richtig ja genau 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 der sieht jetzt übrigens alles ja gut dann machen wir langsam feiern würde ich sagen ich habe ein drei sterne molotov gekriegt gibst du da die hälfte von ab ich meine dann hast du mal noch 1,5 sterne ja ich habe nur noch eine halbe flasche ich weiß nicht ich habe eine vier sterne gesprungene keramik schaden ich habe eine gesprungene keramik schale vier sterne mit 400 prozent schaden das sind seltene baupläne und ich krieg mich hier auch schon langsam nicht mehr rein die gibt's nicht überall hier so ein vollort und was denkt jetzt eigentlich dein kumpel von dir muss ich ein bisschen zusammenreißen rolle hier der kopf ist online ich zeig mich von der besten sache ich mach das bitte damit er wenigstens denkt dass du ja genau ich bin nämlich immer gut ha 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 genau da ja keiner ein gitarrenschwert braucht ich meine ich ich kann zwar Gitarre spielen, aber nicht auf einem Schwert. Alter, das musst du lernen. Das ist auch nicht so einfach. Weil das Ding hat bloß neun Seiten. Das ist das Problem. Sicherheitsvorfall im Wohnsektor. Oh, dieses aufbereitete Wasser nervt auch nur. So, was ist denn das? Ja, ich hab das immer wieder im... Braucht das gar nicht. Ja, ich hast ja ein Abo oder so. Ja. Aufbereitetes Wasser. Genau. Genau. Das wär ein Ding. Das wär wirklich ein Ding. Oh mein Gott, ich muss äh... Eigentlich wollte ich hier 300 voll machen, aber ich glaub ich da nicht der Schaber. Schaffst du das noch? Ja, eigentlich schon. So müssen wir 13 Level. Gestern, gestern hab ich 10, hab ich 15 Level an dem Abend gemacht. Aber irgendwie stagniert das ein bisschen. Ab 500 stagniert das ein bisschen. Ja, auch wenn du kein XP reinstehst, weil alle dir alles wegballern und du Kinochien schmeißen kannst, weil alle auf allem und so, alle und so ne? Und so? Dann stagniert das ein bisschen mehr. Ja. Ja. Ja, und das ist das Leben. Das Leben, das Leben. Das ist ja die absolute Stagnation. Ja, genau, ne? Ja, genau, ne? Und da ist das taggeblich perifer. Schlüsselkarte. Ja, ne? Gehen Sie sich mit Ihrer Atom-Raketen-Schlüsselkarte mit dem Startcode zum Kontrollraum, um den Start einzuleiten. Achso, du bist schon in der Höhle, des Löwen. Ich seh' dich. Ich seh' was du machst. Ich seh' ich muss mich erst mal etwas leichter und so, ne? Ich bin etwas zu mopbelig. Ich hab' ein rasenden Bohrer gekriegt. Er hatte ganz so viele Löcher zu beantworten. Ja ja, drei Sterne vor allem hat der gehabt. Drei Sterne Löcher, ja. Explore-Bohrer. Explore-Bohrer. Den kannst du besonders benutzen. Da kommt er richtig gut. Stell dir mal vor, die Nachbarn, die wissen ja nicht, dass sie zocken. Und die sagst du so, hast du mal eine Rakete, ein bisschen Munition und so. Ja, du musst das mal anders denken. Da hört jetzt jemand mit und ich starte jetzt meinetwegen hier, was weiß ich, eine Rakete. Eine Atom-Rakete. Oder ich leg mal eine Bombe oder sowas. Oder ich schieße dich jetzt wieder mit meinem Explore-Raketen-Ding. Später fällt dann in die Haustür unser Angeln. Ich schmeiß dir mal Vorhang-Granaten hin. Ja genau, ich schmeiße, hier gibt mal eine Plasma-Granate. Oh Gott, Terrorist, ich ruf mal die Polizei. Sondereinsatz-Kommando, genau was Rolli sagt. Haus hier eingebrochen und dann im Livestream hinter die Polizei. Aua, Aua. Aui, Aui, was denn los? Hände hoch, auf dem Boden. Lass mich noch mein Stuff aufsammeln. Waffen fallen lassen? Ich meine, denn, aber dann hast du, das kannst du mir glauben, also das Video, das geht glaube ich durch die Decke da. Du kommst definitiv ins Fernsehen. Auch wenn du in das Bild kommst, ins Fernsehen kommst, du kommst irgendwo hin. Das kannst du mir glauben, alles. Dann hast du gewonnen. Dann kannst du am Abend noch gleich mit der Monetarisierung beginnen. Naja, klar. Den haben sie irgendwie angeschmiert und dann ist er beim Scream und hinter ihm hat die Polizei die Tür geöffnet. Vor dem Scream. Hat gezingelt, ja. Mit der Hand. Mit Rambock. So, ja, ja, die haben... Er hat noch kurz angeklopft. Ich sag jetzt mal nicht den Namen, aber wie gesagt, das hat er live getrieben. Das ist ja total. Keine Wünsche gehabt. Da hat ihn irgendeiner angemeiert und hat gesagt, da ist irgendwie... Der hat Waffen in der Summe und... Hasiputzi, schaut mal einen Gang runter. Wen meinst du denn jetzt? Fahr doch gar nicht im Auto. Das ist ein Hasiputzi. Ja. Meinst du jetzt mich, Schatzi? Ja, sicher. Fahr doch gar nicht im Auto. Ich hab doch keine Kati hier in diesem... Es hat zwei Sekunden gedauert, da hab ich eine Karte geflogen. Ja, ich jetzt auch. Bleiben Sie ruhig, Sie haben hier schwitzt. Ich schwitze grad wirklich, ey. Ich schwitze grad weg. Ja, aber ich glaub... Sind zwei schon da, oder wie? Das ist irgendwie heiß. Wenn du in einem Haus wohnst mit älteren Leuten, und über dir und über dir sind ältere Leute, die heizt ja im Hochsommer. Wohnt so ein Mehrfamilienhaus? Ja, dann holen da Familien drin aus. Hast du irgendwas gegen ältere Leute? Hast du was gegen ältere Leute? Danke, Leute. Okay, ich wollt jetzt mal drauf kommen. Hast du hier? Was? Ja, Pflegeheimen und Inseln und sowas. Das hab ich ja alles. Im Gegenteil. Wisst ihr, was so viele ist? Du musst ja nicht heizen. Das Ding ist ja wirklich die Lärme, die die Leute dann produzieren, durch ihre Heizung, die kommt bei mir an. Oh nein. Ich bin in der Tonne festgefroren. Die bauen da an. Was? Ach nein. Ich bin im... Ich bin in der Tonne im Schonwaschgang eingefroren. Was ernsthaft? Ja, im Ernst. Ach nee. Hast du mir gefallen lassen, die automatische Granatwärme? Ach, Mann, ey. Hm. Come on. Oh je. Jaul. Jaul. Muss jetzt erstmal irgendwie... Jetzt hat er mich rausgelassen. Da bin ich ja gespannt. Das Blatt funktioniert jetzt hier. Da bin ich ja gespannt. Oh doch. Haben wir mal die Schöpfung? Hat die Schöpfung schon geöffnet? Ich komm gar nicht hinterher. Lass mich doch mal durch hier, Mann. So. Fertig. Soll ich abfeuern? Hä? Na klar. Dann gibt's gleich eine, ne? Achtung, Bürger. Hä? Ein Atonschlag steht bevor. Wie geht denn das? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ich bin schon leise. Die Nachbarn können das doch gar nicht hören. Ich kann dir... Weißt du... Weißt du... Weißt du, wer diesen... Wer diesen Klingelton hat? Werden. Wenn sich mein Schätzelein meldet und mich anruft. Okay. Das hat genau damit was zu tun mit den Streams, ne? Wenn sie mich mal anruft abends. Was? Ja, das hast du wirklich begonnen. Schwimmst du? Ja. Wie geht's denn? Aber ich verlaufen sich jedes Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Achin, du hast gerade wieder... äh... mein Shelter verlassen. So, wieder. Achin, ehrlich. Dann hab ich die Bombe da oben ganz schießen zu hoch. Mach' mir. Da ist ja noch Drabo mit drin. Achche Scheiße. Ja, das Ding ist ja, weil du wahrscheinlich Öl machen willst. Ja, aber der ist ein bisschen sehr schief geworfen, der Öl. Waren wir Öl mit davon oder was? Oder was machen wir jetzt noch? Nee. Nachher ist er Bomber. Nein, das Ding ist ja... Der Holly ist hier bei mir. Naja. Warte, wir müssen hier lang, hier... Ja, auf welchen Sieger hat er dir hingeschossen? Hier, hier lang, hier lang, hier lang, hier... Pass halt ruhig, hier... Ja, ganz kurz, drei Sekunden, drei Sekunden. Hier, hier unten... Bravo hat er geschmissen. Hier unten... Bravo hat er geschmissen, können Sie. Dann müssen wir hier die Treppe wieder hoch, und dann sind wir schon bei Coindy. Wo hat er die hingeschmissen? Oh Gott, was soll dat denn? Wo hat er die denn hingeschmissen? Ach, Mononga, oder was? Nee. Nee, der will ich die Weint hier, der Öl machen. Der will der Öl machen. Nee, Bergweg Mononga, nee. Ach, Öl, ich hab Öl verstanden, oh Leute, sorry. Mononga, genau. Nimmst du raus, äh, Boston? Bin schon bei. Ja, okay. Hab ich jetzt, wo ich jetzt hier übrigens gebastelt? Ja. So. Hier ist ready. Hier ist alles gerade. So, ich hab das mal weggeschmissen. Sehr schön. Ich hab das mal weggeschmissen. Ja, nach Schrauben, ne? Ja, ich brauch keine, ich hab noch 15.000. Wo oben? Aha. Ja. Aber ganz ehrlich, das Ding ist, du kannst komplett legal dir die ganzen Schrauben abformen. Definitiv, zu 100%. Du bekommst pro Öl ungefähr 600 Schrauben, circa. Ja? Na ja. Machst du es zehnmal, machst du Öl zehnmal, hast du 6000 Schrauben. Ach ja. Ja, das gibt schon Möglichkeiten, ja, das ist schon richtig. Ja, ganz im Endeffekt, äh, du hast einen perfekten Stoffformpunkt, dieses Haus. Dann hast du Öl zur Schraube, gleich hast du Lucky Hole, und Säure, Säure. Ja, genau, also man kriegt das hier schon auf die Reihe, dass man hier, schon ganz cool. Wir sind noch, wir sind noch von euch ein Säure, und Säure? Naja, da wo oben, hier an der Werkbank, wo die drei Ölsäure Risse sind, da. So, okay. Doch, doch, gibt es. Doch, auf jeden Fall. Ich komm jetzt bloß nicht auf den, müsst ihr auf der Karte gucken. Ja. Ja, alles gut. Alles, kein Axt. Ja, du Affen. Kontrollrahmen aktiv. Alle Stationen, bitte warten. Ab wo habe ich denn vor uns aus, ne? Da muss ich dann über die Handwerbe, Hand anlegen. Ja. Startvorbereitungssequenz eingeleitet. Andersgesamte Personal auf ihre Stationen. Andersgesamte Personal auf ihre Stationen. Andersgesamte Personal auf ihre Stationen. Wie jetzt? Versammende Startkontrollen. Du schlägst nicht? Startkontroll weiter aktiv. Weiter Station. Ist du nicht ganz dicht? Weiter Station. Da schlägt sie doch. Ja. Hier ist doch ein Agrezzo. Agrezzo? Der Echte? Agrezzo. Ja, aber wie gesagt, Harry mit der Karte, ne? Also die Fotos und die Karte, das muss jeder alleine wissen, ne? Ob er das mit Karten hat. Ja, also das ist ja, mir geht es halt bloß, dass wir die Camps zeigen, ne? Natürlich. Achso, was wird jetzt die Camps neben der Grünen sollen haben? Ja, bloß Harry, du weißt ja, es gibt ja immer so eine Stiele, ne? Natürlich gibt es die. Die hast du halt, ne? Was ist denn? Da haben wir jetzt eine Diashow machen und da sagte Harry, gab Bedenken an, die nicht ganz von irgendwoher sind, sondern schon, dass die dann sagen, ah, da haben die Feuerlössens ihre Camps, aber wie gesagt, mehr wie drei Atomraketen kann er nicht setzen, die er nicht schafft. Weil nach der ersten Rakete auf unser Camp hat er schon verspielt, derjenige welche. Aber sowieso gar nicht kann das sein, ne? Ja, denkst du denn, auf mich haben sie schon einen Atomberuf. Also pass auf, seitdem ich hier streamen, ne, ist das öfter passiert. Mehr als einfach nur aus Gaudi. Das ist schon so recht, mit Camps ist er ausgeregt immer, oder? Aber wir sind immer sehr schnell und haben da gleich zwei Silos besetzt. Ja. Und dann, wenn dann derjenige zwei Camps hat, dann werden alle beide Plätze belegt damit. Das kriegen wir ja mit, sowas gibt es halt, aber wenig, aber es gibt halt den ein oder anderen. Aber es gibt halt sowas. Also Meilen Camp haben sie in der von drei Wochen zweimal weggebrochen. Ja, genau. Du kennst dich da ja auch nicht aus. Ja, sieht nämlich aus, ja. Ja, nicht weiter rein. Ja. Aber so eine Penner hast du überall. Ja, leider. Wie geht denn YouTube eigentlich bestimmt noch mal oben? Das wir haben durch mal ein bisschen. Wie, das verstehe ich. Wie, das verstehe ich. So eine sympathische Spiele hast du natürlich ab und an. Und dann schon mal, Rolli. Die Besten. Was hat denn da ausgesehen? 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 Ja. Da habe ich halt übrigens kein Bleib. Ja. Heute machen wir nicht ganz so lange, ne? Ja, ich bin auch gleich wieder raus. Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Ja. Das ist schön, dass du das machst. Ja, schön, dass du das machst. Ist klar, wie gesagt. Ich sag das. Oder auch mal so. Ja, aber die Bombe hätte ich jetzt nicht so lustig. Ich bin ein bisschen geschädigt mit Bomben. Ja. Ich hab da, die Bombenerfahrung. Ja, bloß das Ding ist, dass wir das deswegen eigentlich, also die Rakete im Weg ist eigentlich nur um das Rakete abschießen hier. Ja. Weil das ist halt ein Event, was wir selber aktivieren können. Aber meine letzte Zerstörung vom Camp ist zwei Tage her. Ach, das ist von zwei Tagen haben sie sein Camp-Blatt gemacht? Ja. Das hätte ich mal sagen sollen. Hast du da wirklich über die Rakete gestartet haben? Also es war ein Typ mit einer komischen Nummer und Zahlen. Der hat bei mir was gekauft. Dann hat er mir vor die Kasse geworfen und dann kam irgendjemand rein, stellte sich auf mein Camp. Ein anderer, ein zweiter Spieler und dann warfen sie Bombe auf mein Camp. Und dann standen sie in der Zone und haben dann, weiß ich was ich da gemacht habe. Am Rand der Zone stand sie dann. So was hättest du mal gleich screenshotten sollen? Ja, dann erzähl ich mal, dass der Typ dann spielt auch eine Form auf mein Camp wirft. Nur weil ihm meine Preise vielleicht nicht gefallen haben oder was? Das ist aber Kacke. Also Alex, jetzt mal ernst. Deswegen musst du das Spiel nicht verlassen und deswegen auf gar keinen Fall aufgeben und nur Bescheid sagen. Hier, das passiert hier. Solche Spiele hast du halt. Das Thema hatten wir gerade. Hatte gerade Stadi letztens auch. Und ich appelliere jetzt mal tatsächlich an die Fairness. Also ich finde sowas sehr, sehr schade, wenn man ein Spiel so spielt. Wir machen das auf gar keinen Fall, aber es muss natürlich nicht sein. Ich finde das immer ein bisschen... Es ist aldern. Ja. Ich habe mich furchtbar geherrscht. Ich konnte jetzt mal mit einem Klick das wieder reparieren, aber es kostet ja auch ein bisschen Material. Ja, natürlich. Aber es geht ja auch halt meistens. Ja, was soll das? Das hat null Sinn, null... Ja. Du siehst doch, da kannst du doch hinter dem Rechner sitzen. Du weißt, was das für Menschen sind. Die Menschen haben nichts. Die haben gar nichts. Das sind arm sind die Würstchen. Ganz arm. Ganz arm. Wie gesagt, ich war zu zweit. Der eine hat die Bombschaft gemacht, der andere hat geguckt, auf dem Temp gesessen, hat geguckt, wo ich bin. Ich habe mich ein bisschen versteckt. Ja, und dann haben sie das Ding geworfen, der ist abgehauen und dann habe ich schnell meinen... Habe ich es nicht rechtzeitig geschafft, das Temp zu deaktivieren. Ja. Wenn sie... Wollst du die Pakete starten, dann kannst du das machen. Beim Earth ist keiner gekommen. Jetzt kannst du es übrigens machen. Ja. Wird ging das nicht? Ja, okay. Ach, beim Earth ist gar keiner gekommen. Nee, bei mir nicht. Es gibt wahrscheinlich noch ein Nebenevent, wo welche drin sind, aber das sind zwei oder drei Leute höchstens. Ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig, aber ich schmeiße hier unten auf den Prime Riss, ne? Ja, ich... Wie gesagt, ich stehe hier alleine, dann gehe ich auch alleine. Ja, ich würde nicht mal... Ich glaube, das funktioniert doch nicht. Können wir das mit zu hoch? Also Loni Wolf ist bei dir? Also sind schon einige, aber die sind da halt nicht in deinem Team, ne? Nee, die sind... Nee, die sind... Ja, die sind wahrscheinlich in dem anderen Event. Das war doch mal so, dass... Wenn man da zu spät bespaut ist... Ja, genau. Dass die zweite sich aufgemacht hat. Ja, das... Das... Ja, ja, ja. Hier ist keiner. Hier alleine. Gut, dann machen wir das hier. Ne, wir sind hier schon beim... Wir sind an der Vorbereitung, ne? So, ich dachte, du wärst schon mal überlegen, ob die jetzt schon... Ja, ne... Ja, ich warte, ich hätte sonst gewartet, dann... Klar, aber gut, dass du mir das sagst. Dann brauchen wir halt keinen Rücksicht nehmen. Dann schmeißen wir die... Mensch... Dann starten wir die Rakete halt dann... Nach Belieben. Ne, das passt ja. Ja... Wir haben gest... Wir haben vorhin, äh, die Ratte gemacht. Also hier... Ultrazit Titan. Und haben uns aber selber mal überlegt, auf öffentlichen Servern macht der Queen im Endeffekt keinen Sinn. Ne? Also... Ich geh wieder für XP, noch für Loot. Und beim Ultrazit Titan wirst du quasi gezwungen, den abwarten zu lassen. So. Dann wärst du eigentlich klug, wenn wir den machen, weil... Erstens mehr Loot. Zweitens mehr XP. Und drittens, äh, hält er länger durch. Echt? Oh... Ne... Oh... Immer dasselbe. Also... Immer dasselbe. Ein Scherz. Also das Problem an der ganzen Geschichte ist, sag mal, wenn sie die Brandbeste genauso wie den Titanen und wie den Earl machen würden, einfach... Es gibt ja... Das ist ja eine ganz einfache Lösung. Ja? Dann wär das doch alles gar kein Problem. Die Brandbeste einfach genauso ausstatten mit Schildern, dass du erst den kleinen Gegner klapp machen musst unten. Und dann würde die Brandbestie zum Beispiel erst wieder angreifbar werden. Das wär doch mal ein Zacken. Also bei... Bei Maulwurft geht das nicht ganz so, weil der muss innerhalb von drei Minuten bestimmten Schaden kriegen, um in Punkt 2 wieder aufzutauchen. Sollte er das nicht kriegen, ist das Event gescheitert. Ja, aber du bist ja erstens genug Leute und zweitens selbst in den drei Minuten kriegst du mehrere Mops. Also selbst Grubenhauer, Ratten und so weiter und so fort. Du machst ja in der Zeit mehr XP gut als bei der... bei der Queen der der gleichen Zeit. Das ist ja das Ding. Das ist ja unumstritten. Das ist ja das Ding. Das sind Daten abgelaufen. Bitte eine neue Startkarte einführen. Wie gesagt, wir können die Queen machen. Das ist doch kein Problem. Machen wir eine Queen. Wie gesagt, wir haben doch noch... Das ist ja so ein Ender, wo... Ich bin mal gespannt. Also ich meiß da... Mir ist es egal. Ich schmeiß sie dahin, wo ihr das wünscht. Also sagt, was ihr möchtet und ich setze sie dahin. Weißes Haus. Das geht nicht. Dann müsste ich das Weiße Haus im Whitespring setzen und du weißt, das habe ich schon gemacht. Das mache ich mit links und 45. Ja. Dann mach die Queen. Ich kann das in Weißprings aufs Weiße Haus setzen. Nein. Was bringt das? Quatsch. Dann machen wir die Queen. Die sind mir wurscht. Das tangiert mich hier peripher. Ja, das ist mir wirklich schnuppens. Aber... Warte mal, warte mal. Das ist ein Lübe. Das Fenster auf nichts analterndes warm wie Sau hier. Und irgendwie wird es immer wärmer. Das ist krass. Das ist ja richtig drückend. also ich schließe mich der allgemeinheit an definitiv das ding jetzt auch fertig muss doch mal hier zu potte kommen was hat das ist eine grüne zone ich trinke kaffee in jeglicher form und warm ob kalt kaffee kaffee höchstens mit stück vanille eis und irgendwas richtig richtig das kann und sahne am besten kommen kaffee pulver auf vanille eis da geht nichts drüber der frisst auch keine kinder probier es du wirst es merken aber nicht zu viel das geht direkt ins blut nein wenn sie überleg nicht hat er hat er hat er hat er künzi nein sagte nein aus künzi aus ich hole mal ein bierchen ich glaube es jetzt hier runter nein ich glaube es jetzt hier runter aber in 2 kauf die blenden am besten bitte verlassen sie das gebiet schnellstmöglich er wird wie mit der wendige Diallox auf Prison D7 mei 7 macht doch kein gold wo ist denn das denn die werden ja bald auf den kopf gefallen aber auch nur fast aber ganz knapp im erz das war ui 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 sag mal ehrlich hier wer schießt denn hier der kultisten nicht ganz dicht oder was torsten ja hast du tatsächlich überlegt wo du sie hinschmeißt hatte wir beschützen dich hilf ich bin runtergefallen oder sind ja hier gute teams bei mir steht nur spieler 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 und spieler 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 spielers und spieler anrufen welchen spielern mit spielern sind das nicht alle dessen spieler 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 das bachte Diese komische Schafskopf-Waffe, oder was ist das? Ach, kann das sein? Ach so, das kann sein, dass ich alles... Ja, hahaha, ich muss ja wieder meine Einstellungen ändern, anzeige. Das ist Anglerfleisch, oh Leute, das ist ein schönes Anglerfleisch. Geil. Mal fixieren hier das Gleisgeber. Mal fixieren. Erik, atme. Atme? Erik, atme. Braucht er Sauerstoff? Ritter, Morino an. Ach, jetzt weiß ich, warum ich das nicht sehen konnte. Morino. Na komm, das kannst du in Einführung ausstellen, weil die... Ja, ich hab alles ausgestellt, wenn die Fotos machen, die er gleich kriegt. Ich leiste den gleich zu. Quincy. Was mach ich? Ah, ich schick dir gleich Bilder. Das hört sich sehr gut an. Das macht mich sehr glücklich und betroffen zugleich. Das zeringiert dich peripher, ne? Oder sekundär, ne? Zeringiert dich peripher. Ja. Krabun. Jetzt ist brutal. Brutal. Rutili. Rutalowski. Rutalowski, genau mein Traum. Ich finde das gut, dass du den Kokolores von Quincy immer mitmacht. Ich nehmt ja noch. Was? Aber nicht mehr lange. Ist aber ganz schön schleifen bei euch. Sei das Gewehr raus und gemein. Ja. Thanks a lot, Erik. Aber nach dem Stream kann ich das, glaube ich, erst ne, Erik? Ja. Hast du nach dem Stream noch eine Minute, Erik? Ja. Hm. Okay, mein Bestes. Oh ja, schneller runter, als man gucken kann, was? Das war bloß ein Scherz, Leute. Ihr müsst dich nicht gleich killen. Oh, wer ist noch fleißig geballert? Ich baller schon gar nicht mehr drauf. Ne, ne. Ich muss auch meine tausend Schaden noch erreichen. Aktiviere Sicherheitssystem. Boah, ne, mir ist so hier, der... Ach, der ist bei mir auch so. Da sind... Da sind... Da sind... Da sind... Da sind... Da sind... Ja, der ist bei mir im Team. Guck mal, das ist... Das ist ne Glitch-Waffe. Das ist ne Glitch-Waffe. Na ja. Die Glitch-Waffe? Siehst du doch, was der eine Hand hat hier, Jura. So, ich bin mal raus, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alex, schade, dass du schon gehst, aber wie gesagt, lass dich von sowas nicht einklinken. Komm zu mir. Jo. Wir sprechen drüber und ich freue mich, dass du dabei bist, ne? Ne, kein Thema. Wie gesagt, ich bin aber nur ab und zu mal dabei, aber trotzdem... Lass dich nicht ärgern. Komm dann zu mir und wir klären das, ne? Alles klar, danke dir. Okay, gute Nacht, Alex. Jo, ciao. Ciao, Alex. Ciao. Freund hat deinen Channel verlassen. Naja, es hat keinen Schreck, es hat keinen Schreck. Ich falle auch nicht mehr drauf. Nee. Ich hitte die kurz an und dann war's das. Alles andere ist doch wohl Quatsch. Sie ist ja... Aus wie der Anschlache. Schon witz, ey. Lächerlich. Ja. Ja. Äh... Hier kam nicht ein anderes Gefleuch, ne? Ne. Vor allen Dingen, dass ich schon daumen, oder wie? Na klar. Vor allen Dingen, man müsste wirklich in-game, also ich muss mal wirklich mal mit Bethesda, ich schreibe Bethesda das mal. Ich hab das ja schon mal, versuch's nochmal. Aber dann wirklich... Aber für einen Chip, ne? Bitte? Dass sie jedenfalls so einen Chip mal da ist, ne? Ja, weil es wirklich einfach nicht raffbar ist, dass die Brandbestie innerhalb von Sekunden... dass das da nichts gibt. Dass es Quatsch ist, dass sie wirklich mal was einbauen, dass die halt, meinetwegen wirklich 20 Minuten lebt, also dass so ein Schwierigkeitsgrad eingesetzt ist, dass du erst die Mops erledigen musst. Ja. Und wenn du die nicht schaffst, und das bleibt noch was übrig, so wie das in The Pit ist, ne? Dass halt immer noch ein Marker rumrennt, und bevor dieser gefunden ist, ist die Brandbestie unverbundbar mit dem Schild halt, ne? Ja. Hat der Maulwurf ja schon. So wie der Maulwurf. Das wär dann sinnvoll. Das war eigentlich das Einleuchteste, ja? Denn das ist ja... Das macht ja gar keinen Spaß mehr. Das Event ist im Prinzip sehr schön und sehr interessant, aber das ist ja totaler Quatsch. Ja, aber was war das? 1600er Level? Ja, das spielt keine Rolle. Der Level, jetzt spielt es keine Rolle. Wir haben schon andere Level hier gehabt, mit dem zweistelligen Bereich. Die können ja noch gar keine Raketen starten. Doch, das geht. Ja, und dann gibt es halt Leute, die streamen das und sind noch ganz stolz. Und wenn ich immer sage, ja, aber du sag mir doch mal ganz konkret, was hast du davon? Du selbst, vor allem, du selbst hast ja nicht noch was davon. Außer der Brandbestie schnell runtergebracht, den Spaß schnell vorbeibringen. Ja. Richtig. Alles andere kannst du knicken. Knicken, lochen, wegherzten, weißt du? Ja, ja. Ja, wie gesagt, man kann sich da, man kriegt es ja doch nicht auf die Reihe. Man kann sich da halt auch mal drüber aufregen, markieren, weil es gerechtfertigt ist, sich darüber aufzuhören. Jeden Tag neu. Nein, nein, ist ja so, Oli. Man kann immer alles wegstecken und runterschlucken, ist ja auch Mist. Ja, ich meine, also wir können ja mal zum Vergleich, wir können das ja mal als Vergleich machen. Aber ich schmeiße noch eine Bombe und noch eine Ultrasität. Mal gucken, wie lange das alles ist. Ja, nee, das, wir haben einen anderen Vergleich gemacht, der dann sinnvoll ist. Wir haben auf dem Privatserver die Rakete geschmissen und haben dann mal gezeigt, was dabei rauskommt. Und das mehrfach, was dabei rauskommt. Videos sind ja bei mir zu sehen, wie viel Loop man kriegt. Die PSP man kriegt. Die haben es auch ohne Special Camp gemacht. Zweimal überladen, mit dem 2.000er Gewichtsmittel. Genau. So, und wie gesagt, auch ohne Special Camp, spielt keine Rolle. Die Mops kommen unten an und du hast absolut die Chance, das Ding muss mindestens 20 Minuten leben bleiben bleiben, die Brandbässe. Und dann, komm, du kriegst deine Delis ja im Prinzip erledigt, weil du ja die ganzen Mops, die du da dann noch erledigen sollst, alle Krips. Die findest du ja da unten, das ist ja der nächste Punkt. Also eigentlich kommt dir das Spiel entgegen, wenn du weißt, wie es geht. Man muss natürlich das Spiel spielen können. Und das wissen viele nicht. Die denken, aha, Brandbässe so schnell du möchtest runterballern. Ich bin ja hier begradet. Das ist halt so. Der Tester muss das mal transportieren und sagen, Leute, es ist Lobob, wenn du die Brandbässe so schnell du möchtest runterbringst. Darum machen wir das jetzt mit Chill. Aber ehe das im Spiel implementiert wird, da vergehen noch ein paar. Ja, das wird sicher sein. Wenn es überhaupt passiert. Da glaub ich zwar nicht dran, aber... Ich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Aber ich sag mal, das sind ja jetzt alles mal so fixige Ideen, die wir hier so haben. Und die find ich auch ganz gut, dass man mal drüber spricht, weil es funktioniert ja nichts. Wir können es ja hier auch erstmal transportieren. Und das bin ich auch der Meinung. Das kann man hier auch erstmal live fragen. Dass wir das absolut schade finden, wenn halt so ein Spiel kaputt gemacht wird von solchen Menschen. Solche Menschen. Aber wie gesagt, Conny kann das ja bestätigen. Wir hatten das ja schon gehabt. Da hat er sich erboß darüber. Jetzt mal! Also nach der Debise. Es ist meine Rakete. Ich kann nachher mal mit dem Ding so ungefähr. Ja? Nee, du spielst auf den öffentlichen Server, habe ich ihn hingehen gesagt. Ja, dann müsst ihr auf den privaten gehen. Keine Ahnung. Also bei mir gedacht, sag mal, was stimmt mit euch? Ja, umgekehrt. Der muss laufen zu lassen. Ja, umgekehrt. Ja. Jetzt mai! Also wie ein bockiges Kind, beispielsweise. Amazing! Ja, also wie gesagt, das sind Kids halt, die spielen, die denken, sie sind hier komplett alleine und spielen das nur mit sich selbst und an sich selbst. An sich selbst Ich habe wenigstens ein bisschen XP verglättet in dieser Züge Wenn ich mich durchgreifen und halt noch mache Das ist eigentlich schon mein Ziel, da ich mir jetzt wirklich Kaffee reinschütten Was willst du denn für einen Kaffee reinschütten? Na, viel! Viel? Was für eine sind da viel? Wie heißt der denn Kaffee? Der ist viel Der ist der Bruder von der Kaffee Der ist der Bruder von der Kaffee Ist das der Gute? Ja, ganz viel Ja, aber wie gesagt, das haben wir schon die ganzen Jahre Rolly kennt das ja bestimmt auch Das machen wir immer Und dann auch dieses, was Solothang vorhin gesagt hat Dieses Kämpfe zerstören Und sich dann darüber freuen Das sind genau die gleichen Und das ist so Das ist dieser kindische Verstand Wie früher die Sandburgen in der Sandkiste kaputt gemacht Aha! Oder am Strand Weißt du, die am Strand kommen oder sowas Ja, das muss ich jetzt mal so sagen Die dann da Guckt mal, ich habe jetzt seine Sandburg kaputt gemacht Mehr ist das nicht Ja, ja, ist auch so Die ändern sich aber auch nicht Nein Das ist so ein Charakterzug, das ist ein Gendefekt Keine Ahnung, weiß ich nicht Wahrscheinlich, ich will das nicht unterstellen Oh Gott, an alle, die halt das Problem haben Es tut mir leid Ja, aber Nein Begebt euch bitte in Behandlung Ja, macht den anderen nichts kaputt Es gibt wirklich Mittel und Wege Ja, man kann geheilt werden Guckt uns an Wir sind ein riesiges Team Und wir haben uns alle gefunden Und wir sind hier friedlich Wir wollen hier cool miteinander spielen Und es geht auch ohne den anderen zu räumen und zu ärgern Aber das ist die einzige Danke schön Bitte Wir spielen alle über Jahre schon dieses Spiel Und da ist noch nicht ein Camp kaputt gemacht worden Genau, Roddy Und das ist das, was ich meine Da ist noch Nein, es ist so Außer Hamster Der Hamster hat mal zwei Die Story muss ich erzählen Den gestörten Hamster kennt ihr noch nicht, ne Rolli? Nee Oh, den müsst ihr kennenlernen Das ist Ne Harry? Ne Das ist ein lieber Kerl Und der Hamster ist zum Beispiel Wenn der Langeweile hat Dann macht der kleine Mist Dann baut der kleine Hamsternist Und er hat zwei Campserstört Meins damals und Kensington Ach, ehrlich? Und weißt, was er erzählt hat? Na? Er ist Windows hat ein Update gemacht Da ist er aus Versehen mit der Maus abgeholt Dieser Hamster Und all der Schellen Ich weiß, wo dein Haus wohnt Das passte aber im Livestream Wir konnten halt zeigen So wie radioaktiv Und sowas Alles, ne? Aber der ich Den Hamster hat die Ohren nachgezogen Und er hat abgegrinst Ja klar Ne, also es passiert Aber wie gesagt Im Großen und Ganzen Aber nicht so Wir machen so einen Quatsch halt nicht, ne? Nein, aber das sind ja gezielte Dinge Das war Das war hier Geigel Geigel Das war unfu Naja, deswegen Aber trotzdem Also wenn ich, wie gesagt Wenn ich da letztes sehe Hier Stalys Camp Ne, das war doch Unterirdisch Aber du guck dir das mal an Was ich gemacht habe Als Iren Ne, denk mal dran War das Irens Camp In White Spring Und wo ich mein Camp Hier diesem Atombombentest Unterzogen habe Ich habe die Bombe genau so gesetzt Dass ich ihr ins Camp Verschoten habe Und meins halt Getroffen habe Das sehen wir Es geht doch Man kann es doch machen Verstehst? Man kann auch Flugze suchen Wenn ich aber zum Beispiel sehe Dass da ein fremdes Camp unten In dem Bereich ist, ne? Dann warte ich so lange Dann setze ich das Camp andersrum Verstehst du? Oder die Bombe vielmehr Die setze ich dann andersrum Immer, immer machbar Wenn ich's will Wenn ich's will Wenn ich's will Aber, naja Das ist eben halt das Problem Ich hab ja was zu essen immer Das lecker Waffelkirsche ist das So wie der Eierkuchen-Tag oder was? Lecker Waffelkirsche mit Kirschen Waffelkirsche mit Kirschen und Waffelkirsche Aber mit Entsteigenkirchen Kirsche Wackelkirsche Ich esse gerne mit Apfelmus Ja, dann für dich mit Apfelmus Ihhh, hab ich aber noch nie gegessen Was? Was mit Apfelmus? Habe ich nicht verstanden Eine Waffel Eine Waffel mit Apfelmus? Doch, schmeckt gut Da kann doch vorher schon Puderzucker drauf Was hast du mit Apfelmus? Kannst du nicht weichen? Ne, das ist so dünnflüssig Die schmecken aber auch mit Eierlikörkirsche Wollen wir mal nutzen? Der Eierlikörkirsche Der Eierlikörkirsche Das kann ich auch bestätigen Wir lassen die Waffeln einfach weh Soll ich meine Story erzählen? Das war wieder vollkommen klar Der Eierlikörkirsche Wir müssen hier eine Story erzählen No, no, hau raus Ich war mal mit dem Kollegen auf dem Weihnachtsmorch Da haben wir uns lange nicht gesehen Da haben wir mal richtig gefeiert Ja Und Weihnachtsmorch hast du ja dann immer so Flübeinstände Da kannst du ja dann so ein bisschen Amaretto dazunehmen Oder den so trinken Ja genau Da hab ich dann immer mit dem Kollegen irgendwann so viel Amaretto reingemacht Dass der Typ zu uns gesagt hat Soll ich bloß noch den Amaretto-Baum machen? Das war krass So und jetzt muss ich mal erzählen Ich wohne ja hier Also jetzt dieses Jahr wird es nicht mehr so sein Aber das kann der Nexus bestätigen Ich wohne ja hier jetzt wo ich hingezogen bin So dicht am Weihnachtsmarkt Dass ich hier im Jogginganzug aus der Haustür raus eine Bude ran Und konnte mir dann den Punsch holen Ja Aber wohnst du immer noch zuhause? Ja Nee, jetzt wohne ich in der Bude da Achso Bummesbude Meilen wir uns Was ist das? Reikuchen Du hast ja Heilen durch Anfeuer in der Kirche Mhm Gut Ja, ich hab's zerpennt Ja, da unten auf die Brandpässe schmeiß ich nicht Ich mach den das Maulwurf Genau, wir machen einen Maulwurf Den tue ich, den gefallen nicht noch mal so Nee, deswegen Das muss ja nicht mal eine Minute jetzt gewesen sein bald Ah Oder höchsteste Minute Ich hab noch Spaß gesagt, der liebt ja immer noch Und dann ging's los, ne? Ja Hamburg-Nord Komm rein Hamburg-Nord Hamburg-Nord muss ja arbeiten Nee, eigentlich müsste Hamburg-Nord zum Feierabend tragen Ja Kennt einer Hamburg-Nord? Nee, das hab ich mich ja gestern auch gefragt, ne? Ah Kennst du wirklich die Kirche? Natürlich Du weißt, ne? Welche Frechdachs-Kanal hier das ist, ne? Ich bin noch auf Arbeit Der Kleine ist noch auf Arbeit Ich hab dich ja nur nachgeahmt, weil du das irgendwann mal gesagt hast, hab ich das ja gestern auch im Chat geschrieben Du ahnst mich nach? Na, nein Nee Ich hab's immer geahnt Ich hab mich schon immer gewundert Ich denk, hast du hier nen Google? Wie ist das? Nein, nein Ebi, strebst du mich etwa nach? Macht die mich etwa nach, oder was? Ich frag die gleich fest, ihr meine Kohlen? Aue Weißt du, was cool wäre? Ich glaub auch, das funktioniert nicht, ne? Wenn, dass du im Stream einen Film guckst, oder so, und wir dann zuschauen, oder so Geht das? Wee? Wee? Du machst jetzt einen Stream an und sagst du, du guckst heute einen Film, ne? Und streamst diesen Film im Livestream Und wir gucken dem zu Zum Beispiel Werner oder sowas Geht das, oder? Na, gehen wird das Ich würde halt bloß meinen YouTube-Kanal dafür opfern müssen, weil das ist ja urheberrechtlich Oh, nee, achso Genwütter Technisch ist ja alles glücklich Das war meine Frage, Quincy Also allein Product Placement, wenn du irgendwelche Produkte nennst, oder was ist? Das hat nicht nachgeladen Oder irgendwelche Schweinewortel Ja, ist bei mir genauso mit dem Flammenwerfer Kurz Akro Kurz Akro Ganz kurz Ganz kurz Kirsche Reiß dich zusammen Kirsche Pass auf, guck mal her Kirsche Wo ist sie wieder? Guck mal hier Einmal drücken Einmal drücken Einmal drücken Kirsche Einmal abzurücken Guck mal hier Kirsche Guck mal hier Kirsche Ja, ich kann das auch verstehen Das ist auch in Ordnung Papa macht das alles wieder gut Na, der, 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 der Papa macht das wieder hier so Genau Und jetzt lass mir die Kirsche hier in Ruhe Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Ja, der, der Rolli völlig eingefilgt hat Und? Wie ist das so bei den Followed Legends? Ja, das ist schon Schon interessant Ja, alles schon toll hier Gut, wir dürfen halt nicht viel unsere Meinung äußern Aber es ist schon ganz freiwillig Ha, 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 ha Das ist einfach nicht, aber sonst nicht Juck mal Guck mal Du warst okay hier Ich muss immer Piep sagen Piep Immer zu Piep und immer fröhlich lächelnd Ja, und? Ob der Rolli jetzt von Karpfen beherrscht wird oder hier von euch Richtig, genau Genau Hat Rolli schon wieder einer mit dem Karpfen gekriegt, Jerry? Nein Heut war er lieb Ich habe die Karpfen schon nicht gelernt Oder ist dein Schätzlein nicht in der Nähe? Hört sie uns einfach mit? Ne, du hast einen Kopfhörer auf, ne? Ja. Sie weiß aber nicht, wer ich bin, die kennt mich noch nicht, ne? Aber sie guckt dich, ja. Oh, oh, den guckt sie ja. Aber sie guckt dir, wa? Ich bin ja jetzt nicht mit Kamera mehr drin. Ich will ja wissen, mit welchen solche Kerlen ihr Mann spielt. Das stimmt, warum hast du deine Kamera aus? Torsten, du hast deine Kamera aus. Ist das wie jetzt das Ausgriff abgefahren? Ist das wie jetzt das Uff, Uff? Uffgefallen oder ausgefallen? Sind beide zu. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wo ist deine Kamera? Ist doch an die Kamera. Na ja, jetzt ja. Deine Facecam, oder? Ja, ich weiß nicht, die ärgern mich. Was heißt Kirsche bemängelt und Rolli ärgert mich? Und ich wollte gerade sagen, aber das ist ja... Du willst mich wo rollen, aber das ist ja... Wer rollt dich wohin? Das ist ja so ein Begriff, den man so nennt. Nee. Nee, das war so. Nee, das war so. Kennt ihr nicht? Nee. Ja, und so wird das oft gesagt. Das ist Diskriminieren, ne? Das ist Diskriminierung. Nee, 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 nee. Das ist nicht, eine nicht bin... Eine nicht binäre... Oh, nee, nee, Leute, no, 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 no. Nee, 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 Leute, no, 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 no. Ja, richtig. Willst du mich flaxen oder so? Ja, nacken oder trollen. Was sucht ihr euch alles für Worte aus? Das heißt ganz einfach, die verarschen mich und fertig. Aber das ist so die jetzige Sprache, das... Das ist so 2000 ins. Das ist so 2000 ins. Ja, Alter, ey. Ja. Das ist alles immer gut 2001. Da wird gemapst. YOLO. Was heißt eigentlich Roffel? LOL. Was heißt denn Roffel? LOL. LOL heißt Lachen oder Logi. Yeah. Was? Roffel? Roffel? Jetzt kommt der Nexus, der angeblich noch arbeiten muss. Ja, was heißt das? Ist ne ganz altere Griffel. Ach, der Nachtschicht kommt? Roffel ist ja auch ne Abkürzung für irgendwas, ne? Hm, keine Ahnung. Roffel. Rolling on Front Level. Das ist verspart vor Lachen auf dem Fußbeutel ruckugeln. Ach, zu. Ja, was? Wie bitte? Ja, sturmfreie Bude. Wieder was dazugelernt, siehst du? Was heißt mein Aquarium? SFB heißt sturmfreie Bude. Genau. Wer weiß das nicht, ne Erik? Ja, ich hab das nicht gewöhnt. Ich hab's nicht gewusst. Ehrlich nicht, Kirsche? Was heißt S-A-L-Z? Kirsche, hast du nie sturmfreie Hütte gehabt? Ja, doch, aber... Was heißt L-M-A-A? Leck mich mal. Na, das wollte ich gestern nicht im Chat schreiben. Biel am Lutscher. Biel am Lutscher. Das Thema hattet ihr gestern und das wollte ich nicht, ähm... Das wolltest du nicht vertiefen, ne? Erik, verlassen an Miedschaft 2 oder wo geht das Ding hin? War es nicht Lutsch mal am Lolli? Äh, 3. 3, ich seh's grad. Ja, ja, danke. Nee, 2, 2. 2. 2, oder wie? Was denn du? 3 T's. Markiert ihr das mal, ne? Toilettentieftaucher. Ich hab ne Markierung gesetzt, wie du siehst. Ne, wenn du nicht in meinem Team bist du schlecht. Also ich hab jetzt Minenschach 2 und 3 markiert, ne? Siehst du, siehst du, bei Minenschach 2, ne? Genau daneben ist Dislatchworks. Das ist diese komische Blutadlercamp da. Wenn du genau in die Mitte schmeißt, dann hast du's. Ich hab's schon platt gemacht. Ich hab jetzt beide Camps ins Vizier genommen, da kann ich schief gehen. Da schieß ich nicht so oft hin, weißt du? Ne, ne, ich auch nicht, ich auch nicht. So, jetzt hatte ich zu spät in den Chat geschaut, weil Daniel sagte, auf Spotman Event. Oh, Mensch, Daniel, warte, ich hol die Rakete zurück. Halt! Halt sie fest, halt sie fest, halt sie fest. Ja, dann geben wir auf einen anderen Server. Ne, hier geht's nicht mehr auf dem Server, Daniel. Ne, tut mir leid. Mottman Event wäre mal interessant, weil, tatsächlich, du einen Haufen leuchten, der dann hast dort. Ja, da hast du noch einen Haufen angepisste Spiele aus. Ja, deswegen macht man das nicht. Grüne Zone. Mottman Event ist Grüne Zone, hat er recht. Ah, okay. Das geht nicht, das stimmt, das ist die Grüne Zone. Geht nicht, Daniel, das ist die Grüne Zone. Guck hier, wenn du auf Karte guckst, hier, Grüne Zone. Ne, ist Grüne Zone. Ne, ist Grüne Zone. Ja, du hast eine Gasmaske an den Mops, das kann nicht sein. Kann ich da nochmal an? Ja, die setzen alle eine Gasmaske auf, das ist genauso, wenn du in Dings was raufschmeißt, hier, Foundation, oder wenn du hier oben auf die Voratlas verschmeißt, dann rennen die alle mit Gasmaske rum. Und was bringt die? Die rennen alle mit Atomschutz mehr, also die sterben dann nicht die Mops. Die haben dann alle eine Gasmaske auch bloß. Das ist ein cooles Gemäck. Das ist ein cooles Gemäck, muss man mal sagen. Das ist ein cooles Gemäck, muss man mal sagen. Das hat man nicht überall. Hat man nicht jeden Tag. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin mal auf die Serie gespannt, Leute. Ich bin so was von auf die Serie gespannt. Hat man die eigentlich, wenn man Prime Mitglied ist, kostenlos sehen? Oder wo kann die bezahlen? Nee, oder quatsch, das weiß ich gar nicht. Natürlich. Ich stechte schon aus, die das sind. Das ist doch eine Dingsbums-Serie. Also die kannst du gucken, wenn du Prime hast, kannst du gucken, ja. Das ist eine Prime, du hast recht. Nee, ich weiß, was du meinst, ob du da noch extra für hinblechen musst. Richtig, genau. Das kann ich dir gar nicht sagen, das weiß man nicht. Muss du nicht. Das ist cool, dann kann ich hier auch gucken und dann bin ich ganz weit früger. Also der, da freut mich im Beruf. Mittlerweile kostet es 9 Euro. 2 Euro. Wir haben ganze 2 Euro angezogen und das ist ganz schön total. Bei mir ziehen sie 8,90 ab. Aha, okay. Also hast du einen hackten Account? Kofi, hattest du eben was gesagt? Ja, eben. Ich hab gesagt... Ja, ich muss dich mal lauter machen, deswegen. Entschuldige bitte. Du hast ja noch nicht... Ich hab dir zwar schon alle Rechte gegeben, aber ich konnte dich noch nicht einstellen. Jetzt hab ich dich eingenordelt. Wie schön, dass du dabei willst, freut mich. Dass du es angenommen hast. Klar. Das sind alle so verrückt wie dir. Welch inzwischen? Guck mal. Also so normal verrückt wie wir auch. Ja, das wollen wir auch. Los, äh, noch eine Kiste. Jetzt reicht mehr nicht. Mehr Kiste nicht, wie du schießt. Daniel, warum? Wofür? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh nein, jetzt ist die Waffe fast kaputt. Nein! Oh ne Gott. Ja, einfach reinhauig so. Das sind ja seismische Aktivitäten. Ja, hier. Man, der haut hier runter, oder? Und das so zum Beispiel müsste die Brandweste sein, ne? Dass die im Prinzip keiner schnell runter kriegt, dass die ein Schild hat, das müsste man bei Tester wirklich mal in so einer Sammel-Mail schreiben, ne? Ja. Man sieht ja, er kriegt so viel XP jetzt gerade auf der Sorge, dass die alle nicht in die Maul rufen. Ich meine, wo geht's? Ich weiß nicht, dass du dich da hinsetzt und zuguckst. Bitte? Ich weiß nicht, dass du dich da hinsetzt und zuguckst. Du setzt doch nicht etwa. Hat das noch keiner gemerkt hier? Was ist los mit euch? Klammer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hast du den Schiff nicht im Griff? Nee, hab ich nicht. Wie gesagt. Wie gesagt. Woher wird es woanders entschieden? Ich fand das gut, da muss ich jetzt mal ein Screenshotmal machen, dass man das so genial ist. Dessen, das Grehen gibt es länger auch irgendwie. Also obwohl nicht alle drauf pratschen. Ja, aber das dauert halt auch, weil du hier wirklich ... Ich weiß auch nicht, was die bei der Brandwestie verkorkst haben, weißt du? Die haben wahrscheinlich die Schadensresistenz noch nicht. Ja, aber die brauchen doch letztendlich bloß bei der Brandwestie nachschrauben und gucken und dann, wie gesagt, ein Schild. Das heißt also, erst wenn alle Mops manchmal erledigt wurden, dann hat sie wieder ihren Schild enthalten, dann hat sie da feuern und dann musst du dich halt auch beeilen. Und dann muss sie halt den Schaden anpassen, das heißt also, zum Beispiel müsste das so sein, dass die KI erkennt, ah, der hat eine Waffe, die nicht im Spiel passt, mit Schaden zurückwerfen. Das wäre doch interessant. Boah, hier heißt doch, nein. Das heißt, du brauchst hier eine Waffe für ein paar Euro und stirbst eigentlich nur, wenn du auf die Gegner fliehst. Ich glaube, das wäre böse. Boah, das müsste ich auf jeden Fall noch gut sein. Aber das wäre doch ein cooler Code. Ja, das ist das erste Mal gewesen. So, jetzt haben wir noch drei Wellen vor uns. Also die Mops kommen immer wieder. Ja, das ist ja das. Ich sag mal so, natürlich die Queen und so und Fluchse und sonst irgendwas und wie bei wo, aber du siehst doch einfach, dass du hier mehr rauskriegst auf den Öffentlichen. Ist einfach so. Es ist ja eigentlich, die Queen mache ich ja eigentlich nur, weil das so Retro, Vergangenheit, Nostalgie, Staffing, alles mit an. Ansonsten, sage ich dir ganz ehrlich, gebe ich dir wirklich recht, es macht eigentlich keinen Spaß mehr da. Nein, 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 nein. Weil das ist... Nur wenn wir das auf dem Server bei Eric machen, wenn wir das alleine machen, dann ist es... Dann macht es wirklich Spaß. Dann macht es wirklich Spaß. Und dann dauert es vor allen Dingen auch, ne? Ja. Und hier haben wir alle weg, alle alle hinten. Wenn der mal hier noch mit dem Tessler spielt, dann... Ja. Bei dem Spiel, was hier Blutwände jetzt gerade spielt und ich auch ab und zu mal gespielt habe, was ich hier wieder aufnehme, da ist zum Beispiel dann ein Entwickler drin, also das würde so gehen. Und der kommt rein, sieht, aha, die geht runter und schraubt dann während des Vorganges an der Stärke des Viehs. Echt jetzt? Kein Witz. Da geht wirklich ein Entwickler rein und überprüft das, geht da durch, checkt das ab, sieht, aha, das ist zu leicht und muss man ein bisschen schwer machen oder das ist den Spielern zu schwer. Teste das selber, damit das ein kleines bisschen mit einer Stellschraube geschraubt und so weiter. Das ist auch bekannt, ne? Und stell dir das mal bei der Brandweste vor. Du hast dir jetzt, ach, ich hab meine Waffe gekauft und so, gehst da rein, schießt da drauf, äh, umsonst. Alles umsonst aufgelegt. Waffen sind immerhin nicht aussieht, man muss mal dazu sagen. Das kriegst du auch nicht mehr hin. So, und das andere, was wir gespielt haben, New World, was meinst du, was passiert, kannst du mal Havi fragen, wenn da irgendwo aufgefallen ist, da ist eine geschiegelte Waffe mit reingebracht. Havi, was passiert da, zur Freude aller? Die Server werden sofort runtergefahren. Achso? Sofort. Und dann, und wenn der Server runter ist, dann kannst du nicht auf einen anderen Server springen. Das wird bekannt gegeben, dass der und der zum Beispiel dann irgendwelche rumgeschieftet haben und dann werden die Server runtergefahren. So, dass sich alle, äh, darüber freuen können und wie die Spieler dann auch wirklich beglücken und beglückwünschen können. Beglücken wir dann eben. Und dann, dass da ist, da ist es auch nicht gut, da mit sowas reinzukommen. Also, da haben sie so geschickt, zum Beispiel, da haben sie versucht, die, 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 die Shops zu manipulieren, ne, die Handelskosten, ja, da haben sie das, das geht sofort, mit einmal, guck. Aus technischen Gründen, oder aus Gründen, weil ein unfairer Spieler hier ist, werden die Server runtergefahren. Und dann wird alles wieder resettet, neu, IP-Adresse raus, weg und dann geht weiter. Oh, wir müssen hier runterwenden. Bitte? Auf jeden Fall jetzt, schön. Oh. Ja, klar, ne? Abgefördert, perfekt. Ja, siehst du, genauer ausgenutzt. Ja, siehst du, genauer ausgenutzt. Ganz viel, die haben sie ausgenutzt. Wir haben das damals auf der Xbox gemacht. Richtig. Doch, auf der Xbox haben sie das so gemacht. Wir hatten auch eine große Gruppe. Und wir haben sie dann das Feed dann ungefähr bis eine Minute legen lassen und haben ihn nochmal aufgefahren platzt. Ich glaube, ja, Harry, Martin, Paul, was da eigentlich fertig. Und in der Kettensäge meinst du aber? Ja, und in der Kettensäge. Ja, das kriegt er hin. Ja, das kriegt er hin. Ja. Guck mal, sobald du sowas muss bei der Brandpässe auch sein. Ja. Hast du dann hier so eine Zapfen hier, das ist auch wirklich ein bisschen... ne, sie kauft auf, zwei Minuten pro. So, anderthalb Level schon gemacht. In allen Events. Aber auf der Konsole kannst du das ja nicht spielen. Ja, das ist absolut verpackt. Also, das leckt die Sau und fast Abstürze und kriegt aus dem Spiel raus. Also, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, definitiv nicht. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Bei der PlayStation 4 definitiv und bei der Xbox One und bei jeder Konsole definitiv. Auch bei der neuesten. Ich weiß nicht, ob die CPUs liegt von den Konsolen oder sowas, aber hier habe ich nicht einen einzigen Lack und ich spüre mich auch auf 60 FPS oder so. Aha. Ist interessant, was du hören, ja? Oh, verdammt, Mensch, hier. So, auch nichts. Harry, Harry, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Oh, ja, mein kleiner Harry, schlaf gut, ne? Mein technischer Offizier. Bis morgen, mein Bester, ne? Ja, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wie gesagt, ich gebe Harry ihr Recht, dann machen wir das ohne Karten, ne? Ohne Position, dann machen wir so eine Camp-Geschichte und ohne Position, ne? Ach so, nehme ich mich. Bitte? Ich hatte den Einwand nicht mitbekommen. Also Harry hat Bedenken zu Bedenken gegeben, die Camp-Position hier im Video, ich sag mal, also ich sag mal folgendes, er hat nicht ganz Unrecht, aber andererseits, also wenn die auch unsere Freunde in Anführungsstrichen hier den Chat mit betrachten, dann haben die schon lange rausgekriegt, wo die heute sind, finde ich auch. Hm, weiß ich nicht. Aber er hat gar nicht, weil meistens sind sie dein Camp. Und so schnell wie du manchmal zu uns sprust, um ihn zu füllen sehen, bin ich das vielleicht nicht. Gut, da hast du recht. Ne, deswegen sag ich ja, also dann lassen wir die Kartenposition weg, also ich gebe da Harry recht. Hm. Definitiv und machen das halt einfach nur so. Ich mache ja auch so eine Art IA-Schraubung, kleine Filmchen drin und so weiter. Also so, ich mache ja noch mal so. Du kannst ja auch planen von den Grillen machen und jetzt gehen da, wo du bist. Wenn man im Haus fotografiert, dann sieht man ja nicht so gut. Ich mache ja auch... Ah, ich mache es ja auch außen. Außen, ich brauche ja außenaufnahmen. Außenaufnahmen kann man nicht viel erinnern. Nee, aber ich brauche ja gerade die Außenaufnahmen. Die Ummausnahmen geht ja gerade um die Außenaufnahmen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, Erik, also... Ich mache es mir ja auch nicht. Ich auch nicht. Du hast das so, ja... Nee, auch mit meinem zweiten Camp, den Whitespring, da habe ich ja auch noch mein Boot da oben. Also ich habe ja auch Camp außerhalb der grünen Zone, also es parkiert mich auch nicht. Dann ist das so, dann baue ich es wieder auf. Da kannst du nichts gegen machen. Wenn wir den Leuten halt den Spaß damit bereiten, dann ist es doch ja okay, ne? Ja, wir machen ihn alle glücklich. Auch Feinde machen wir glücklich. Auch Feinde machen wir glücklich. Wir machen alle glücklich. Die sind die voll aus Mensch. Genau, die sind die voll aus Mensch. Vielleicht treten die uns dann bei und sagen, ach cool, wir können doch doch den Camp kaputt machen. Jetzt wird mir auch nicht frei. Ja, das können wir bei mir jeden Tag machen, wenn wir glücklich sind. Du steifst dich, ja. Bei mir tankt ihr das auch nicht. Muss ich ehrlich sagen, weil... Durch dieses First... Dann gehen wir in jeden Fall eine sinnvolle Auftase, ihr Material zu sammeln, nachdem wir es wieder aufbauen können. Ja? Kann ich auch mal einen wiederhauen? Was? Ja, kannst du. Ich wollte das überhaupt losmachen. Mir geht es darum, dass überhaupt was passiert. Aber der hat doch jetzt... Aber manchmal haut man ein paar Mal drauf, um passiert nichts, ne? Nee, ich komme nicht. Genau. Hau auf, jetzt hat er so wieder. Da ist noch einer. Hau rauf. Sehr gut, jetzt ist er immer noch nicht. Oh, jetzt habe ich zwei Level gemacht. Ja, gucki. Wie gesagt, meine Level 300-Watt-Kremse, die rufkriegen und die verbehaltet. Stell dir mal vor, du hättest zwei Level gemacht. Olli, warst du schon mal drin in dem Titan? In dem Titan, vor allem nicht. Kannst gucken im Chat, ich bin drin. Bist du in seinem Voraussplatz? Ja, eh nicht. Oh, ich bin drin. Oh, du bist das wohl. Ne Hohle nutzt. Ja, eh gut. Ja, was hier ist denn los? Ist der eingefroren, Erik? Ja, ja. Und das geht bei dem Viech auch? Ja. Ich finde aber nicht viel, dass ein Fasschen hat gerade ein bisschen, dass hier Attenrelle krumm sind. Wollte ich ihn runterholen? Ja, warte. Jetzt hole ich die dicke Knöpfe raus. TAK! Oh, der hat auf mich gelandet. Oh, der hat auf mich gelandet. Oh, der hat auf mich gelandet. Oh, wir haben Stabil verloren. Oh, ich suche ihn mal, wo er ist. Oh, Kirsche habe ich hier drin gefunden. Hm, ich war gerade drin. Hast du es kommen gesehen? Hier kann man hinten zum Popser gucken. Ich weiß, wo der Popser ist bei ihm hier. Der Pupupuxer? Genau. Oh, nein. Oh, ich habe die heilige Kanone gekriegt, die dicke. Echt? Die wollte ich auch schon immer haben. Die heilige Kanone. Also, ich habe den heiligen Maulwurfs-Rattenschläger gekriegt. Die haben so viel verdient. Das sind so Wunschwaffen, ne? Das war deine Wunschwaffe, ne? Aber sowas von... Das ist der echte Shit. Der beste. Der richtige Shit ist das. Dass es entgehen konnte. Der wahre Staff. So, so viel haben wir gar nicht mehr. Alle Silos jetzt mit 2 Stunden, 45, 15, 30 Minuten belegt. Das geht, ja. Weil du weißt ja noch, wie lange du streamst. Das war's. Alter, Feier. Schau mal, haben die alle eine Weile oder was da los? Oh, Freunde, aber ich bin auch was hört. Ich muss hin, ja, ja. Jo. Ciao, ciao. Gottes Nächte, Koffi. Schön, dass du reingeguckt hast. Schönen Abend auch. Auf nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wir haben uns. Tschüss. Freund hat deinen Channel verlassen. Ich wollte dich noch ein bisschen ausfragen, weil ich... Verdammt. Kannst du auch mich fragen. Ich erzähle es jetzt. Und? Ich kenne den ja auch. Und wie ist so, Rolli? Nein, über dich, Rolli, die ausfragen. Nee, er wollte ja über dich... Ja. Ich bin stolz, dass ich mich kenne. Ich hab das schon mitbekommen. Das ist nicht doof. Das tut nur so. Ja, Speisung der Hungrigen. Äh, Quinti? Ja? Du willst noch Speisung der Hungrigen spülen. Das war gar wieder. Naja. 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 Speisung der Hungrigen. Du hast recht. Also Familie Emho, ich möchte euch bedanken. Ich kann hier gar nicht mehr richtig sappeln. Also Tatjana und Janik, schön, dass ihr heute Abend dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut, ihr beide. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Jetzt im Chat, vier Daumen runter. Was? Nee. Achso, von denen. Achso. Überladen, natürlich. Was ist mit der Kirsche heute los? Kill. Was ist mit der Kirsche heute wieder? Heute nicht deine Welt, deinem Planeten. Du bist noch im Urlaub-Modus, ne? Dann tankiert dich das wieder. Ist ja auch nicht einfach hier alles alleine. Ja, du hast wieder tankiert. Die Kirsche, Mann, kurz neben ihr. Ja, unser Hummel. Na. Weißung, der Tankbücher. Heute liegt er auf dem ganzen Haufen. Deine Mutter hat mir 972 überladen. Deine Mutter. Das geht gar nicht, ey. Du bist brutal, ey. Klar geht das, siehst du doch. Wir haben immer Spaß mit uns. So. Immer. Siehste? Immer. Da haben wir es. Gar nicht so geschwindelt, dann ist gut. Dann bin ich froh. Immer. 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 Ich könnte bei Rolli Ferdringer wehen. So, sag mal Bescheid, ich aktiviere dann hier heute die Speisung von dem Geld. Ja, warte noch nicht. Ich muss hier erstmal, ich kann mich nirgendwo hinreißen hier. Und das war eine gute Idee übrigens, ne? Mit dem Maulwurf hier. Ja, alle, wie sagt's? Freelivell gemacht. Und ich warte darauf, bis der fette Rolli da verschwindet. Hat er nicht gesagt. Der Dicke, der Dicke, hat er nicht. Hat er nicht. Das war aber knapp. Ui, 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 ui. Mann, Mann. Der macht sich immer so fett da, du. Junge, Junge. Muss ich mal sagen, der soll abrollen. So, ne, jetzt ist hier ein anderer. Toll, danke, Rolli. Schönen Dank, vielen Dank für nichts, Rolli. Ich darf da nicht drauf einsteigen, Stahli. Nein, aber er darf da nicht drauf einsteigen. Ich hab Verbot vom Schäfe. Das stimmt. Ich erklär dir das nachher, Stahli. Ich weiß ja schon. Brauch's mir nicht erklären. Wie soll ich sagen? Ja. Alles gut. Wir wissen doch schon mal. Das hängt mit der Prozessorauslastung einiger Leute zusammen. Ey, ich hab hier 100.000 Grubenhauer Handschuhe. Egal, jetzt speisen wir Hungrigen. Starte. Ich freu mich schon endlich wieder Futter. Danke, ich bin überfüttert. Ja, ich kann auch noch nicht. Aber eigentlich dürfen wir auch keine dicken Witze machen. Und schon gar nicht über mich. Ja, siehst du, da geht das ja auch schon. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du. Mhm. Achtung, das war da. Da haben wir das ja. Ich darf nur, wenn ich selber lästern. Dann mach das doch. Mach ich doch die ganze Zeit schon. Verhasch mich eh schon. Das fängt schon morgen im Spiegel an, wenn ich sag, ey, du liest gut aus. Boah, das ist so gut aus. Da lügst du da den Spiegel an. Ja, startet das schon. Da fängt der schon an. Ja, den Channel betreten. Hier, Gelenkwellen bist du, bis gerade hier kommt. Gelenkwägen. Gelenkwägen. Die Gelenkwägen. Gelenkwellenspacken, ja, also. Wieso bist du so leise? Sitzt du in der Badewanne oder was ist das? Das ist doch verarbeitend. Nein, ich hab ein Mikrofon weggehabt. Aber ohne Kamera, bitte. Ich bin mit Kamera da, hallo. Hallo. Ich bin noch mit Arbeitsklamotten hier. Deswegen liegt das so. Bist du noch malochen oder was? Ich bin gerade hochverladet, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ach, bist gerade von Arbeit gekommen. Er ist noch sehr feucht unter den Achseln. Wie viele Gelenkwägen hast du heute geschafft? Ja, eine. Also, heute ist es ganz schlecht gelaufen. Wir hatten eine halbe geschafft. Wir haben heute gerade über 50 geschafft. Das Problem ist, wir konnten sie nicht richtig einspannen. Da mussten wir zwei Minuten an der Gelenkwägen warten, bis die erst drin war. Dann festschrauben, danach warten, danach drehen lassen, danach Schweißpunkte machen. Achtmal mussten wir noch mal schweißen. Die haben fast abgekotzt. Jetzt mussten diese Fläche wieder abmachen, mussten noch mal schweißen und alles drum und dran. Was musstest du jetzt noch mal, kannst du das noch mal alles wieder langsam wiederholen? Ich kann nicht mehr reden. Kannst du bitte um den Ohr noch mal bitte fragen? Also, die Gelenkwägen waren ja nur für einen Freund. Gelenkwägen gemacht oder so. Lag das denn? Also, darf ich vorstellen, liebe Besucher, das ist unser Gelenkwägenklaus. Nee. Lachsbodenwild. Lexus, lag das denn also an der Maschine? Ich habe deinen Mittelfinger gesehen, mein Freund. Das war gar keine Maschine, die ist nicht richtig eingestellt gewesen. Der Einsteller hat es nicht richtig eingestellt. Okay. Der Einsteller hat es nicht eingestellt. Das sieht so genial aus. Vor allen Dingen, wie du das Outfit gestaltet hast, Achim. Das ist klasse. Dabei schmeiße ich ihn hier schon wieder mit Mollys rum. Habe ich auch noch einen? Ich will auch noch einen. Oh nö. Ach doch, nur später kann man. War der Lars rausgeflogen oder war er rausgeflogen? Du weißt, welche haben, Thorsten. Nein. Denk ich. Danke. Oh, Kirsten soll doch Krawall gebürstet, ne? Ah. Was teilt dich, Paris? Das als Chef. Also, wenn du als Chef schon Angst hast, dann weiß ich, ob die abgeht. Also, für alle, die bei den Fallout-Netflix mitmachen wollen, ne? Einfach ruhig sein, dann klappt das auch mit den Chefs hier im Spiel. So, habt ihr da alles in den Griff? Kann ich kommen? In dem Team. Was möchtest du kommen? Ja, hier zu dem Event, wo die Kollegen... Wie viel... Lars, du hast ein Problem? Wo das doch kommt jetzt. Was? Alles klar. Technisches, oder wie? Ich gehe jetzt nicht mehr. Ich habe alles. Ich habe alles gut auseinander, gerade. Ich habe neu gestartet, jetzt ging es wieder. Hast du denn Mollys für mich? Molle. Atommulle? Atom mehr... Atom, Atom? Was? Ach, ach, ne? Nix gut im Molly? Molly Molly. Atommulle. Ich will nichts verstehen. Wo bist du denn? Kennst du keine Atommulle? Ich darf einmal die Sicherung wieder reinschieben da hinten bitte. Sicherung, jawoll. Sir, mach ich, Sir. Hab ich. Boah, ich bin wieder so lang da. Sehr gut, Weißpräsidentin ausgezeichnet. Unkonzentriert. Oh, ich hab doch mal ins Pegelkrieg, Sir, einmal. Alter. Ach, Alter. Da knallt die hier in dieser kleinen Hütte mit Atomen hier rum. Wo startet man die denn? Ja, kaum zwei Tage Sonne, schon kommen wieder die Mücken. Ja, 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 glaube ich. Wo ist denn eine Mücke? Jetzt nicht mehr. Wenn sie ihnen geschadet, das ist eins, was bei mir sorgt, die Mücken sind, ey. Das ist echt gar nicht. Wie ist das? Na warte. Na warte. Na warte, mein Freund. Du hast mich nass gemacht, Daniel. Gut, 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 gut. Bin sie, äh, wohnen du und ja, nexus eigentlich beieinander oder so? Ja. Ungefähr so, äh, warte mal, wieviel Stunden sind das? Warum fragst du? Weil man das Gefühl hat, dass wenn ich nexus adoptiert habe, ne, das ist auch so. Irgendwie schon. Oh, ich hab die falsche Waffe, was denn? Also wenn schon, wurden Rolli und ich Dichter zusammen und Kirsche auch, aber nexus, bus nexus hat mich hier mal besucht. So, total. Ja, der hat, und zwar wohnt sein Opa hier wirklich, ich sag's jetzt mal so ein Dorf weiter, ne? Und, ähm, da hab ich ihn hingefahren halt damals, weil er halt mit der Bahn gekommen ist und dann ist er mit der, mit der, vom Bahnhof bis zu mir gekommen und ich hab gesagt, komm, dann fahren wir deinen Opa jetzt besuchen. Das ist aber auch. Das macht die Quincy auch soweit. Und jetzt kommt er öfters. So, einmal den Knotenpunkt hier, aktivieren hier, ihr wisst schon, der Punkt mit den Knoten, das ist da, wo der gordische Seil direkt drin ist. Irgendwie so. Also, ich mach alles, ne? Nicht nur spielen, ich mach auch Taxi und sowas. Äh, Kaffee trinken mit und Nächstessen mit, ne? So, also mit Nächstes hast du das gemacht. Das geht bei mir alles wieder, ne? Kommt mich besuchen und dann können wir einsetzen gehen. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen überfragt wegen der Sache, die hier oben hier ist. Also, wie geht das nicht? Hä? Was? 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 Ah, funktioniert doch. 12 Sekunden noch. Okay. Dann können wir die Sachen wieder einpacken. Und ja? Ich bin jetzt zur richtigen Zeit gekommen. Yes. Das ist erledigt, der Auftrag. Das sieht so genial aus. Und vor allen Dingen, wie du sagtest, mit deinem dicken Bauch. Das fetzt so. Das sieht so gut aus, ey. Äh, Quincy? Ich werde das petzen, wenn du mir noch einmal das spritzt hier. Ja, erzähl mal an. Der Daniel hier. Was wolltest du, entschuldige? Willst du die, die, die Fleischheimdorf-Konserven haben? Ja, natürlich. Gerne. Ich weiß, du bist Pflanzenfutterer, ne? Ich danke dir. Vielen Dank. Das geht in irgendeine Rolle. Man kann trotzdem die IP kriegen. Richtig. Dann kriegt ihr sie wieder zurück, wenn er sich... Nein, das geht doch gar nicht. Ich bin Pflanzenfresserig. Ich brauche Cremeberry-Soßen. Die habe ich aber auch an Krug. Das ist da. Es 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 ist Cremeberry-Soße. Aha. Es ist Cremeberry, genau. Du kannst auch nicht, wenn du kein weder Fleisch noch Pflanzenfresser wirst, nicht beides nehmen, das negiert sich dann, äh, zueinander. Doch bei mir stapelt das. Was? Eine Kiste. Eine Kiste. Ich wusste ja, dass das kommt von Harry. Ach so, welchen Dings und so, ne? Das war vollkommen gleich. Welchen Dings. Ja, kenn ich auch. Letzte Woche erst. Ja, hier habe ich auch mal gewohnt. Warte mal ab, Erik, bis ich... ...kolle hast, was du hast. Mhm. Warte mal ab. Aber das Ding verbringt mir zu viel Muni, 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 Muni. Nee, aber ich habe ja eine bessere, nicht? Die hier. Die ist auch nicht schlecht. Guck mal, wie viel Schuss die hat. Bis zum Ende hat die. Die macht leider... Warum? Das ist schade, dass die nicht so viel Schaden macht, Achim. Ne? Die könnte wenigstens so bis 180, das wäre doch cool mit den beiden. Das wäre gut, ja. Ja, ehrlich. Ne? Ich könnte es mir vorstellen. Der hat 61 Schaden hier bloß. Hat aber den Kryo vor Schluss, ne? Braucht jemand die Fleischkonserve? Joa. Oh, ich hole mal noch einen Kaffee. Hören Sie? Wo bist du denn? Ich stehe hier gerade an dieser verkorksten Bude hier. Äh, hier bei Mama Deutsche hier. Jetzt bin ich hier wieder hochgelaufen. Äh, wo ist er? Achtung, da ist er. Da ist er. So. Achtung, da kommt der Kaffee. Äh, ich stehe hier auf der Straße, auf der Kreuzung sinnlos rum. Jörg. Mit Admiral Snyder. Admiral Snyder. Und Mr. Presidente. Genau. Wo stehst du, Lars? Äh, ich stehe gerade am Bad Toga nördlich, das Mountain-Unspannwerk. So, da komm ich zu dir. Bad Blast North Berlin. Dann komm ich mal längst so jetzt. Da ist er. Da komm ich mal längst so. Creamy. Wir können ja unseren Creamy mal aufcremen. Äh, modisieren, ne? War da, glaub ich. Modisieren. So. Da. Da ist er. So. Watt, 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 äh. Hat ein Hunder? Ja. Hm. Hm. Sehr. Langsam brennender Tank. Äh. Bei dem Todeskreis. Da steckst du hier. Habe ich noch gar keinen anderen oder was? Ach schon. Aber ich danke dir. Warte mal, ich guck mal kurz was ich noch an Fleisch eventuell aus Versehen hab, falls du das gebrauchen kannst oder brauchst du nur das? Ich brauche nur das. Danke. Weil das andere, was ich sonst brauche, das habe ich ja hier mit Rod Steel. Ja, das nehme ich auch Müll. Das bringt auch Punkte. Ich danke dir. Ist okay. Prima. Danke dir. Was hast du hier? Verbrauchene Todeskreis oder wie? Ja, ich hatte hier Mission, ähm. Moment. Ich muss auch noch Bruderschaftsdaten wegbringen, merke ich gerade. Mal machen. Oh mein Gott. So. Was wäre denn? Das ist diese Quest, die du unten in Bad Toga machen kannst, im Gemeindezentrum, irgendwo musst du ein paar Leute erschießen hier unten im Gegend und dann war da die Chance, dass so irgendein Mod für die... So, nächster Kaffee? Mod für die... Ja, die Hilfe. Genau da. Alles klar, ja gut, das kann ich verstehen. Das ist klar, okay, nice. Geht eigentlich alle zwei Tage geht die Mission an. Nicht schlecht. Ja, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe hier mein heiliges Feuer immer noch. Und das andere Ding, dieser andere Flammenwerfer, der nimmt so viel Muni, weißt du? So viel Öl. Nee, Erik? Ach, du brauchst Öl oder was? Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, Leute, danke erstmal. Danke, danke. Ich guck mal nach, hier meine Waffe. Ich finde den Flammenwerfer ja gar nicht mal so schlecht hier, ne? Aber der braucht hier... Was spielt eigentlich von euch noch mit den normalen? Den neuen, ja. Den neuen, ja. Den Steilfeuer habe ich ihn genannt hier. Ich habe noch keinen vernünftigen Namen für ihn. Ja genau. Bist du schon durch eigentlich mit dem... Ja. Leider. Bei mir fehlt noch einiges. Ja, ich habe das richtig genossen. Es hat auch eine Menge Spaß gemacht. Das ist wirklich eigentlich eine... Was heißt eigentlich... Eine schöne Quest ist das. Eine schöne Quest-Reihe auch. Was denn? Quelle? Die neue. Spielbrett. Hm, die habe ich noch nicht gemacht. Dann hast du mal die alten Mauer. Ach, das Spielbrett habe ich aber noch nicht durch. Ach so. Ne, das habe ich noch nicht durch. Nein. Ich habe gerade angefangen. Wie weit muss man denn? Ganz, ganz weit. Ganz bis zum Ende. Muss ganz unten anfangen. Ah, das ist ganz schön. Ah, das ist ganz schön. Ganz weit draußen. Ein, zwei. Nicht vergessen, ganz weit. Ich muss selber mal gucken, wie weit. Also ich bin jetzt hier auf meinem Seasonsbrett bin ich Rang 50. Ah, okay. Also die Hälfte geschafft. Die Tiki-Figuren habe ich. Den Flammenwerfer-Modul wollte ich irgendwann mal freischalten. Nie werde ich schaffen. Ja, die kommen erst am Ende. Ich habe jetzt ein, zwei. Kriegst du überhaupt 63, glaube ich. Kriegst du den nächsten. Was warst du? 50? Ja. 50, dann gibt es glaube ich irgendwie 52, 53. Auf jeden Fall 63. Hätte ich gestern oder so. Kriegst du auch nochmal einen Mod. Aber die alle sind ziemlich zum Ende hin. Oh, ich sehe es gerade. Gott, für eine fiese Charakter. So was gemein. Na, die nächste ist das. Das ist der Kremierermod Schweler, Erik. Das Ding hattest du, ne? Äh, äh, nee, hab den Vierfachlauf. Was ist denn? Vierfachlauf, jetzt warte ich mir auch, dass ich dann... Den kriegt man erst später, oder was? Und dann kriegst du dann die Frage noch dazu. Ach so. Genau. Kremierer, Napalm, den gibt es auch noch. Alter Fall, so. Aber den blöden Langlauf, oder so. Wieso gibt es denn hier bloß den Standardlauf? Gibt es da nicht noch irgendwie... Musst du welche bauen, zerlegen. Ach so, ah. Im Prinzip, durch, durch, äh, zerlegen von Kremierer, kriegst du denn die anderen fehlenden Mods alle, oder wie? Ja. Ah, okay, okay. So, kriegt man schon Kremierer getroppt? Äh? Getroppt? Nee, gebaut. Gebaut. Soll wir erst mal gucken, was ich jetzt freigeschneidet habe. Ja, ne. Gibt einen schweren Lauf, mehrfachschutzlauf, Doppelschutzlauf. Was? Ah, okay, siehste, hab ich alles gar nicht. Spreinschlägerei. Oh, Spreinschlägerei, gut. Oh, Spreinschlägerei, gut. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Na, endlich. Aber da reicht es doch, wenn man Stufe 30, äh, baut, ne? Und zerlegt, oder? Erik, weißt du das? Ja, ja. Eigentlich schon. Aber mach nicht mehr als fünf. Ja. Oh, nein, ich muss ja gerade kämpfen. Boah. Ich muss ja kämpfen. Ich bin ja gerade bei der Hauptquests. Erik rennt um seinen Platz, heil gesehen. Äh, sag mal, eine Waffenwerkbank kannst du, dass die Mod aufbauen, Erik? Ja. Nur bei mir bauen, ich hab auch eine Waffenwerkbank. Wenn du den Mod jetzt noch nicht bauen kannst, musst du dieses Spiel bitte einmal verlassen. Ah, danke dir. Hm, geht bei mir auch. Ich danke dir. Ich geht bei mir gerade nicht, ja. Äh, bei mir auch nicht. Kann das nicht wahr sein, oder? Bei mir auch nicht. Es kommen immer mehr, Pots. Alter. Jetzt haben wir... Es kommen noch mehr... Oh, ich kann es doch nicht. Und das Ding ist, ich kann das ja nicht unterbrechen, oder? Ich kann hier ja wegreißen, weil die mich dann zu überlaufen schießen. Den Geruch tatsächlich. Oh, mein... Sonnenarbeit. Oh, ich werde mal meine Rüstung anziehen, ja? Bisschen rutsch auf der Seiten, ja. Nach ihr... Radiation Rumble werde ich dann hier mal das Spiel beenden. Den habe ich meinen Schutz anteste. Ich will das mal testen. Radiation Rumble. Und danach werde ich jetzt mal meinen Kremierer umbasteln hier. Oh. Er hat denn ja eine Wasserpistole. Ich sehe, der Zenschenwolf hat nur... Aber dann gucken wir mal kurz... Haut nach Schaden, wa? Juringam, Juringam, hier. Wacklepüppler. Ander als... Hintermeldler. Redex am Morgen vertreibt Guhle und Sorgen. Redex am Morgen vertreibt Guhle und Sorgen. Ist hier übrigens irgendwo ein Schlaftag? Rüstung. Ich bitte mit. Es ist kein Schlafsack, Erik. Ich bitte. Noch 38 Minuten und gut ausgerufen. Ist hier kein Schlafsack irgendwo? Ne, ne? Ne. Nein. Aua. Wo ist denn deine Hütte aufbauen müssen, sollen werden können? Ja. Zu spät. Ist das noch 4 Minuten? Hättest du noch Zeit? Was ist das denn? Dann würde man ja alles reinhauen, Achim. Ja, wenn die anderen jetzt starten, ist das so kacke. Weil es nur Redex dabei. Und dann kommen wir jetzt rein wieder. Ja, wie mit dem anderen dann. Das hast du halt, ne? Ja. Sie verlassen das Event. Strahlen, Schläge, Lei. Unsinn. Schussanzüge wachsen nicht auf Bäumen. Gib ins. Supon. Ich hier, ich hier, ich hier. Alalala. Gehst du runter auch? Ich geh auch gleich runter, ja. Ich geh hier auf die Seite runter. Ich war der hier. Ich hab meine Rüstung an, siehst du. Du willst die Seite runter? Ich geh hier runter. Okay, dann gehst du da runter. Dann können wir eine andere Seite machen. Den haben wir eigentlich. Ich müsste beinahe reichen. Brauchst doch nicht. Kannst doch warten. Kommt doch nicht. So, ausgeschlagen. Du musst jemanden ersprechen. Es sind ja noch 2,40. Und fertig, ich geh rein. Ich komm rein. Gut, dann kannst du ansprechen. Bereit? Ich weiß noch, hier haben wir das. Ja, in dieser Deponie hier, diese Mülldeponie hier, wo die Strahlenschlägerei ist, das war ja damals am Anfang noch nicht, da haben wir, als wir diese Mutation noch nicht hatten, mit Alex hier diese, diese Mutationen versucht zu machen. Die, indem wir hier, da musst du es ja irgendwie mit, mit kurz vorm Sterben und wiederbeleben und also ein Kram hier bestrahlt. Und, alter, das war schon extrem gewesen. Ja, zeig nicht mal die, die Landtropfen an, Erik, ne? Wenn das Spiel echt neu starten, ne? Und dann? Das? Das? Ich上ste nicht mal die, das sind ja die Mutationen. Nicht mal die darauf. Das ist das, Ja. Dann ist der, das ist der, das ist der, der Wind, den, ganz kurz. Ich hab nicht verlaufen. Aber nein, nein, ja. Den Schrank kommt wieder. So fliegen hier die Flote dann, dann ist sie fertig. Oh, hast du die Flote? Ja? Oh ja. Oh, da kommen sie. Oh, da kommen sie. Halt drauf. Auch mal ein bisschen sammeln hier. Ich hab mein Gummi an. Ja, wir haben unseren Soll schon erledigt hier. Das ist super gut. Aber Armin kommt ja hier raus. Oh, das ist alles warm. Hier. Das ist die Schaffung. Wir gehen ein. Gut. Gut. fuß bis auf. Und aus. Wir sind wieder im Rang gestiegen hier mit dem Komponenten von Buche hier. Die Seasons. 4 von 4 reicht. Arim, noch mal nicht mehr Sammel. Arim, fertig. Ich hab hier abgeladen, möchte ich auch. Andere selbst. Ich gebe das mal auf der anderen Seite ab. So weg. Ab hier zu ich gemacht. Das sind die einzelnen Sommer. Andere wollen das ja nicht machen. Ich mache jetzt hier andere, nicht unsere Spieler mal von den... Aber du bist ja trotzdem die EP, weißt du? Wenn die anderen in deiner Gruppe gut sind. Manchmal gehen sie eigentlich. Ja. Ja. Da fängt es nicht schlecht, ne? So wenn du unten reingehst, dafür ist es gut, ne? Ja, den werde ich nicht schon mal anziehen. Weil den habe ich übrigens auf eine Taste gelegt. Dass du ihn ganz schnell mit einem Tastendruck an hast, ne? Ja, ja. Im fachen Rad gelegt da hier. Wagen. Wagen wir nicht auch nicht schiefen. Der 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 Ich habe den Kabel gesucht, aber ich habe den Kabel gesucht. Da sind's abgeschlossen. Ich bin nicht der Grund, was ich? Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Du, das ist ein guter Level, wie du machst. Okay, das ist 2.000. Ja, sehr gut. 2.000 Level, 10.000. Eigentlich hast du es easy, aber... Ja, 7 Karte drin und in Cranberry-Sauce, dann haut das richtig hoch. Ja, deswegen habe ich auch gerade, ich bin ja schon 12.95 Uhr in die Firma. So, ich werde nachher noch mal eine Runde machen, ein paar Camps fotografieren hier von allen, die noch online sind hier. Dann suche ich mal aus, was ich noch habe und dann werde ich mal sehen, dass ich morgen das Video schon mal in den Türen schreibe. Sende! 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 Ja, hier haben wir mit Maria und Daniel gestanden, das hat Spaß gemacht. Ach, also nach wie vor fetzt das hier, ne? Ja, die haben mit dir jetzt mal... Das muss ich auch mal gemacht haben da, also mit dem Bus, so. Ja. Ja, du sitzt in so einem Brust und da kam von der Seite noch so ein Gelenkbus reingefeuert. Ja, das scheppert aber nicht. Auf Facebook hat sie den Link mal von ihrem Nachrichten-Channel gemacht, ne? Okay. Deswegen weiß ich wie das aussah, ne? Wir haben gewonnen, Nico. Kannst du gar nicht fassen, ey. Wir haben gewonnen. Wie kann das denn passieren? Sag ich dir da. Echt nicht schlecht, du. Nö. Oft weiß man das nicht so genau. Ja. Ja. Ich mein, ja, ich mein, gut, die Frage ist jetzt gleich ein bisschen merkwürdig, ne? Aber, äh, Schmerzensgeld zieht sie jetzt eigentlich von der Firma, von der Busfirma, ne? Oder zieht sie überhaupt Schmerzensgeld dafür? Äh, ja, vom, vom, vom Unternehmen, vom, vom gegnerischen Unternehmen dort, von dem Bus, ist ja ein Busfahrer praktisch. Ja. Aber der Busfahrer muss jetzt die, muss jetzt das Schmerzengeld an die Leute bezahlen. Ja, er ist ja auch versichert, ne? Er ermittelt auch dort, in Italien, natürlich dementsprechend auch die Polizei und eine Unfallkommission ermittelt da genauso, ne? Genau. Ist halt, wie gesagt, sie hat halt Schmerzen auch noch. Ja, glaub ich. Ja, gut, passieren kann sowas immer mal, der wird da auch die Antisie reingeritten sein. Ja, da kann sich keiner von frei, wollte ich grad sagen. Das meine ich ja nicht, also der wird das auch nicht, der, was meinst du, wie schlecht es diesem Menschen auch geht, der das gemacht hat? Ja, genau so. Ja, ja. Richtig. Ach, wir können uns ja. Hallo. Seid ihr alle etwa überladen? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich schmeiß hier oben Api. Oh, Thorsten. Du musst aber zunehmen, Thorsten. Du siehst halt. Ich weiß. Ich bin zu dünn. Oh, Mann, oh. Rechnen die Blut, das ist so schwer. Lars, hast du keinen, du hast keinen First mehr, ne? Nee, ich hab noch nie besessen. Oh, alles gut. Okay. Wie gesagt, wenn Lars, wenn du irgendwas brauchst, dass du bescheidest, ne? Lars. Ja, bis jetzt erst gut. Danke. Nee, alles klar. Deswegen, guck mal, das ist ja logisch, wenn du hier abgibst, na klar. Oh, nimm mal das. Zack, zack. Ja, meins läuft nämlich auch aus am 24. glaube ich. Vielen, vielen Dank, Lars. Dezember? Ja, kann den. Nee, jetzt, diesen Monat, so. Morgen ist bei mir so logisch. Ja, ich mach das immer von Monat zu Monat mal, je nachdem. Ein Monat nicht, ein Monat doch. Wie ich im Urlaub war zum Beispiel, da hab ich's dann auslaufen lassen mal. Ja, man könnte wieder mal für ein Jahr machen, das stimmt schon, das ist... Mach ich vielleicht auch mal. Mal sehen, schau mal. Wir schauen mal. Mach für jeden Monat immer. Hier schreiten wir mal an, ja oder nein. Ja, ne? Ja, bei mir auch. Du machst es auch mal, ne? Da würde ich nicht mehr. Genau so ist dann auch. Ich entscheide mich dann auch immer. Ich hab auch schon in zwei Monaten dann nix mehr und dann, ach, dann kannst du mal wieder sammeln gehen, weißt du? Ja. Das ist so schwer. Ja. Ich weiß, ich möchte es überhaupt noch ab. Das kann nicht sein. Aber da gibt's ja die Karte nicht, die wo man denn macht. Weil die haben wir meistens alle drin. Die habe ich schon drin. Ansonsten bin ich noch so schwer. Ich hab's die Monat dabei. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Ja. Ja, ich hab's so gelitten. Warum das denn? Ich hab die auch meinem Zweitcharakter abgegeben. Tatsächlich. Ich hatte das auch mal gehabt. Gebe ich zu. Brauchst du gar nicht. Nimm alles mit. So, ich werd jetzt mal zum verrosteten Pickel reisen und dann werde ich aber das Spiel kurz verlassen und wieder reinkommen. Alles klar. Ja. 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 Genau. Er war da auch schuld. Ah. Ach. Ach, der Echte. Du wirst einem Team beigetreten. Okay. Okay. Aua. 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 Honig. Aua. Was fühlt mir? Was fühlt mir Mais? Mais? Aua. Ja, jetzt brauch ich jetzt meinen Keks. Ohne Keks. komplexe 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 wer hat denn hier komplexe genau das sind wahrscheinlich die dinge die so zeug sind so zeug was meinst du jetzt was für ein so zeug so zeug das muss ich mir noch überlegen ach so dann überlegen erstmal dann sag gleich noch mal bescheid bitte das ist so interessant ja bist du so misbegierig ja natürlich wenn du was reinschmeißt in der runde muss auch sagen was los ist ja wir möchten das ja auch gerne wissen ja tatsächlich einfach jemand reinschmeißen und sagt ja möchtest du gerne wissen was bist du da für ein top secret das gibt's doch gar nicht ist unser jamesy bis unser jamesy bondi ich bin top secret stop stop sie wird sie kriegt sie kriegt jemand jemand aus meiner familie das sagt immer stadt top secret top secret weil wegen wegen englisch und so ist nicht so vorhanden deswegen der echte das ding ist ich wüsste mich da so zusammenreißlich zu lachen das also kannst ja auch keinen verwandten einfach auslachen wenn ich maximal angelacht nicht also anlachen ist eine andere sache dass da kannst du jeden unsere kirche lache ja auch immer gerne an das ist nicht dass niemand anders weise so gut wie das hier du wolltest dir einen keks holen einen ich hab mir nur einen halben geholt ach na das ist auch besser der keks hat auch ja sie können mir behilflich sein also was haben wir denn hier was wird denn hier m&m mountain chemikalien gedönst das ist doch alles was ist schon gar den gedönst oder gedönst und chemikalien dann ist doch hier schwerer habt ihr den muttenmann thron eigentlich freigeschaltet ja müsste ich mal gucken ob ich die jetzt auch habe weil ich mal gucken wenn er keine baufläne kriegst dann hast du ihn jetzt vor drei jahren schon ich will ihn unbedingt haben weil ich möchte mich an diesen an diesen knochen hier reiben wird sich an den knochen reiben alter ganz gesund ist hat aber nicht du das wird man eventuell machen immer einmal weg motten mich selber und dann werde ich mich wieder hin motten und dann hoffe ich doch dort alles geht was dann ausgemottet ist die sprache der hafer keks genau ist ein hafer keks aber ich muss sagen die haben die schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht man sind trocken aber es geht eigentlich kaufen wenn man sie mal geschenkt kriegt kann was am essen aber über den hotten tocken ist ich bin ja wenn wir sachen so ist mal ohne witz zu irgendwelche sachen so bei verwandten oder bekannten so erst die ich nicht kaufen würde weil das ist man halt bis einmal im jahr oder so auch mal bis immer im jahr und dann ist doch mal gut so schön gut haben kasi hallo und das ding ist jetzt das macht wenn ich das dann geht das jetzt steht aber ich habe legendäre vierfachmord habe ich nach deswegen verballert er so viel munition was war was hast du für welche waffe wir bei diesem krimiere ich habe mich mit dem abbaun soll oder lohnt sich bestimmt nicht erik langsam brennen der tank was bedeutet das ja ich musste ausprobieren ehemals napalm macht es halt mehr brandstern und das andere macht die menschen mehr schaden das ist die mod gewesen der tank bringt jetzt langsamer ab ich probiere es gleich mal aus vorne bei mit mama murphy die mächtel mama melode das stimmt das geht ja dieses drauf gegessen ich habe viel zu wenig und ich muss unbedingt nach öl bauen leute also wenn einer noch ein bisschen baby öl für mich übrig hat ja manchmal nach dem event und dann gebe ich dir kommst du zu meinem camp da kann es ja auch mal kippsen wenn du willst ja das habe ich sowieso vor ich will sowieso eine runde machen und die camps knipsen hier machen das so nach dem event kommst du zu mir da gebe ich dir öl in der kasse bekämpfe knipsen ihr sagt mir bescheid wenn das mottenmann event läuft ne rolle das läuft noch nicht ich muss sie das sagen ich habe damit gerechnet hat stahl wieder zu fragen es gibt nur doofen antworten das ist kein witz aber eigentlich stimmt es gibt eine menge doofen fragen ich stehe genauso zu so doof war die ja so ein bisschen geringfügig aber es ging quasi so zu sagen für freund so ach wie gut dass niemand weiß dass sich opelhainz entsteht zum beispiel die eine doofe frage ist ist das gegenteil von man ja frau nein ich bin froh dass dieser neue flammbach nicht so viel munition verballert erik also immer den harry gesehen harry muss alles muss so wie harry hier schmeich so wie im boden ja eindeutig was gibt sie jetzt eigentlich wieder den den geflügelten mottenmann pampel oder wie bauplan bitte wiederhol das noch mal keiner weiß das genau du willst es aber genau wissen heute nö kirchi ich bin das muttenmann gedöns gedöns und so gedungse gedöns und so die lupe ok 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 die ritualorte sind vorbereitet die beschwörung beginnt sobald alle scheiterhaufen entzündet sind los entzündet die flamme stecken scheiterdinger da ich habe angezündet wenn sie jetzt sind doch mal in die andere oder dein letzter wieder die flammen unserer scheiterhaufen entzünden den mottenstaub er bringt erleuchtung so kurz sie auch sein mag atmet ein kinder atmet ein blickt die welt durch seine augen kinder lass staub wir können mal wissen was die was die entwickler eingeatmet haben als sie das event geirrt haben ja das wissen wir noch nicht so raus also psychostümmel hätte ich auch gerne so was zu kommen halt noch das ist irgendwie auf jeden fall dinge dinge gedöns gedöns keine ahnung ich habe jetzt schon eigentlich alle waffenpirks und schadenspirks drin und die knacken aber trotzdem nicht irgendwie ok der welt das ist ganz so schön vielleicht halten die auch einfach mehr aus kann auch sein das ist ganz wichtig das ist ein ganzes magazin auf so einen kopf und der fahrer fällt einfach nicht um leuchte mich mal an daniel bitte leuchte mich mal bitte an ich komme nachher mal zu deinem camp und mache ein foto ne weil wir ich will so einen film machen mit den verschiedenen camps weißt du du bist noch ein paar minuten drin ok ok also die halten auf jeden fall definitiv mehr aus als ein super mutanten zu 100 prozent hab ich gerade direkt definitiv mitgekriegt doch ich weiß es dass ich was du weißt es oh dann sage ich ich brauche ja nicht weiter singen ne das war es mein gott hau doch mal nach oh mein gott ich bin gleich down ja down under guck mal zum glück habe ich 700 stimpics dabei oh und eine bloody waffe ey da war noch mal was bleib'n bloody ich hab den angehettet ja weil das wiegt da ja ein schönes Gewicht naja es geht weil ich mich wenn ich mich äh ohne was mache bin ich mit 1000 überladen ja ich bin noch früh ich bin noch früh ich bin noch früh ich bin noch früh am spielfreunden gleichseite hier auch und so ne der rindemann der hat die sende dran ja was ist denn das was? da rindemann der hat die dai und so lecker hier ist jetzt mach ich mal hier auch ganz schön ich kriege schaden hier auch bamm halloo guck 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Der Gelenkensumpel ist da Der Gelenkensumpel ist immer da Hast du schon wieder mal ein Kniegelenk eingebaut? Ja, die muss ich nicht hören Das ist platt, die alte Futter Dass sie so viel aushalten Stali ist böse, Stali mobbt nicht Ich mob hier gar keinen zum Mobben Ist aber ein Mob Schau mal auf, wenn ich anfange, nicht zu mobben, du Mi, 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 mi Du bist doch ja am Jammern Mi, 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 du jammert So, ich geh jetzt in dein Schmerzen an Ja, endlich Wir arbeiten uns mit Ein vom Beinen, so Alter Schwede, ey Hast du es mal mit Parttherapie probiert? Wir machen immer so eine Scherze hier Ja Das ist nicht so schlimm gemeint Wie es sich anhört Stali, guck mal deinen DM, was ich hier geschickt habe Ja, ja, das war mir klar, es mir war schicke Kann ja jetzt nicht Ich bin grad im Spiel hier voll mit nahe Beine Ich bin die Alarm, die platt machen würde Glaubst du gar nicht hier? Du kannst es gerne im Stream sagen Warte, ich guck ja jetzt Warte, ich guck ja jetzt Wir sind ja nicht gespannt, ey Was ich jetzt wieder wertvolles gekriegt habe Stahl Schickermottenmann püscht ja Warte, du hast geschrieben Stahlheim Kultisten, Inkarnationshelden Ich krieg nur noch diese, was weiß ich Komische Bauplans, Rucksackchen, Ultrazit-Titan Na, das ist doch schon mal interessant Du Armleuchter Ne, was anderes Weißt du, was ich gekriegt habe, Thorsten? Sag mal Na nichts Vielmehr, ich hab gar nicht mitgemacht Hab den geweihten Mottmann wohl, die haben sie gekriegt Echt jetzt? Hast du den gekriegt? Den geweihten? Ja Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ich werde dich nicht machen Ich hab Schmerzen Gute Nacht Seid nicht so böse und schlaf, lieber Nimm jetzt die Mütter Und du, genau Was ich mal fragen wollte Immer schön bezahlen die Bettchen Dominik, rufst du mich morgen wieder an etwa? Etwa? Ne, wieso? Ich bin heute beim Einkaufen gewesen Und der ist mir gar nicht wieder aus dem Ohr rausgegangen Der kleine Dominik Im Rollenkrochen Da stillt er ja nicht Natürlich stimmt er Nein Hast du dich wieder belästet? Du bist ja heute um 19.15 Uhr Ne 19.15 Uhr Du bist ja nicht an dein Telefon gegangen Nervt doch mal Arbeitskollegen oder sowas Nervt doch mal Arbeitskollegen oder Nervt doch mal Arbeitskollegen oder Denkst ja Hallo, 19.30 Uhr ist Künzi nicht rangegangen Ja dann irgendwann habe ich auch mal keine Zeit Und dann muss ich mich mal auf den Stream vorbereiten du Kleine Pflaume du Ja tschüss, du schmeißerlings lande platt Wir haben ja schließlich heute schon telefoniert, ne? Nein, haben wir nicht Natürlich Eiger Mottenmann ey Also was Künzi sagt Er erzählt bloß hier Lügen Ich bin jetzt Dreckpunkt Ja Dreckpunkt, ne? Tschüss, gute Nacht Viel Spaß auf einmal hochhören morgen Hey, werde ich nicht haben Ja, mach da zwei Gelenkwellen Ja, mach da zwei Gelenkwellen Du jetzt geh schlafen Ach das Beste draus Geh jetzt schlafen Geh jetzt schlafen Geh jetzt schlafen Geh jetzt schlafen Also dem Rusty Pig Rusty Pig ist mein Camp Er kommt eh gleich wieder Ist das sicher? Nix los Eine Stunde oder zwei ist er wieder da Ja, da kann er nicht schlafen Dann wird er heute Nacht irgendwann wieder Hast du recht, da ist er jetzt schlafen Das ist so Das ist so Vor allen Dingen ruft er dich an Ich sage Ist irgendwas los? Okay, ich denke immer Nö, aber ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg von der Arbeit Ich wollte nur mal mit dir telefonieren Alter, da hat der Frikadella an's Ohren, ne? Und was unwichtiges, ne? Und du bist ja nur noch zu Höhe fliegen, kannst du dich auch pflegen, ne? Ja, das mache ich ja Ich würde einfach nicht drangehen Soll ich mal sagen, wo ich bei dir gelandet bin? Im Klo Ja, das ist normal Ach gut, wenn das normal ist, ist das okay So, hier, ich gebe dir erstmal dein Öl Danke Ja, gebe ich dir, keine Ahnung, 3.000? Ja, Wahnsinn, ja, gerne Was kriegst du dafür? Nichts Aber wie gesagt, ich sammle auch für alle Ich danke dir Ja, kein Akte ist süd Ihr kriegt jeder was von jedem Danke, danke Der eine braucht dies Der eine braucht das Quatsch hier Der Dominik natürlich an Was sagt Daniel? Hab ein paar, such dir eins Was? Such dir eins aus, hab ein paar Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war Und so ein gewusstes Mutzmann Das war irgendwann Mutzmann, glaube ich Oh Gott, Daniel Ach so Ach jetzt Ne, doch Daniel, ich sehe durch Daniel, ich sehe durch Ich kann mir ein Camp aussuchen Also pass mal auf, nochmal zu erklären Ich will morgen versuchen, so ein Video zusammenzuschrauben Mit kleinen Sequenzen und natürlich Standbildern drin Und mit Musikuntermalung und dann so unsere Camps vorstellen Und deswegen ist es völlig egal in Bezug auf den Film, der kommt Und jetzt hat Harry mir einen Tipp gegeben Und das werde ich auch so machen Tiefenschärfe Und dann werde ich hier das Out machen Und dann Und ich finde das ganz gut Das ist völlig egal, wie die Camps dann aussehen, wie ihr sie gestaltet Weil es sind 300 Jahre nach Ultimo, dürft ihr mal nicht vergessen Und dann habt ihr euch hier halt wieder angesiedelt Versteht ihr? Nein, ich würde schon drüber, ne Das ist schon richtig Das ist alles gut Hast du schon recht? Ich habe irgendwie, das ist eine gute Idee jetzt gerade Ich baue mir mal ein Gewächshaus Dieses Glas-Set ist ja noch drinnen, ne Ah nee, warte mal Ist dieses Glas-Set nicht in der Saison drin, ne? Dieses Glas-Set, warte mal Ne Ne, ist es nicht drin, ne Apropos Bilder, wo speichert der eigentlich die Bilder? Du meinst jetzt hier, wenn du das mit F12 in Steam Das ist ganz einfach Ich habe mal eine Erklärung Da war ich schon drinnen Nur, da habe ich Steam aufgemacht Dann habe ich die Bilder Du musst es ja irgendwie herunterladen Aber wo lädt die dann herunter? Die kannst du doch anfassen Du machst hier einen Ordner Legst den mit einer Verknüpfung auf den Desktop Ansonsten ist der Desktop nämlich Laufwerk C Und das ist bei mir immer das kleinste Laufwerk Also mache ich eine Verknüpfung zu dem größten Laufwerk auf meinem Desktop Und diesen Ordner öffne ich Und da ziehe ich die Bilder vom Steam Ordner rein Du kannst aber auch folgendes machen Du kannst eigentlich diesen Ordner Auch als Desktop Verknüpfung anlegen Dann ist es noch einfacher Also dann genau Den Raustippen rausgeben Deswegen habe ich mal die Beschreibung in die WhatsApp Gruppe reingehoben Die Anzeige ist Screenshots So Da sagt er bei mir Auswahl Alle Auswählen Da sagt er bei mir nur Hochladen oder wegschmeißen Also was mir hier gefällt hier Ist, dass du hier so ein vorgegebenes Haus hier schon mitgebastelt Genau Und ich war jetzt hier daneben noch ein Gewächshaus ballern Weil ich habe jetzt nämlich gerade das ZZ gekauft Und werde das jetzt abreißen Und werde das Gewächshaus hier bauen daneben Da sieht das nämlich schon gleich etwas viel besser Das ist ein Klotz hier Das dauert ja nicht lange Ich muss es ja bloß abbauen Und dann ist es auch noch aber oft aufbauen Leute eigentlich Ich finde es toll Dankeschön Ja, das meine ich Deswegen sage ich Leute Also 300 Jahre nach Ultimo Und ich finde es cool 1, 2, 3 Ich brauche mal kurz Ich brauche Und da werde ich jetzt auch ein Video draus machen Zack Und jetzt werde ich einen Camp Rundgang machen Und dann wollte ich euch noch eins sagen Wir wollten im Livestream Ich würde gerne noch Kasis Camp mal die zeigen Die Shelter vor allem würde ich gerne mal durchgehen Und Erik ist ja noch da Der ist ja noch nicht in den Betten Und Erik kann mal mitgucken Wir haben gestern so abgeschmutzelt Ich habe gesagt, das müsste Erik hier sehen Auch mal Erik, ne, bisher ein bisschen on, ne? Ich bin hier tatsächlich auf dem Klo gelandet Die hast du hier einbauen können, oder was? Ne Also das Klo war schon vorher da Ja, aber die Tür hier drin, ne? Oder was? Die war auch schon vorher da Ach, so war er die benennt hier als Bürger die Kriegstür Deswegen Ach, deswegen hast du diesen Camp Koffer hier Weil du direkt im Klo landest hier Genau Das ist gut Na gut, meistens händest du eigentlich hinten Eigentlich hinterm Haus normalerweise Aber ab und zu ladest du auch im Klo Normalerweise ladest du hier hinten im Haus Ja, je nachdem, ne? Ich glaube, von welcher Ecke du kommst, ne? Ach, den Richtig Ja, das dreht man sich mit So, ja Ich halb runter Und das Haus zu bebauen und sowas ist eigentlich eine geile Sache Eigentlich fand ich eigentlich eine richtig geile Sache Weil du kannst ja hier Sachen reinbauen Ja, ja, ja Moin Ne, ich finde das gut, wie das gemacht hast Das mag ich Das mag ich, ne? Ja, schade, dass du die hast hier nicht reingekriegt, ne? Guck mal Also diese Bunkertür hier reinbauen, wo die Treppe hochgeht Wo hier bloß die Holzplatte ist Ich weiß grad nicht ganz genau, was du meinst oder wo du bist Das, äh Ah, hier Was meinst du? Hier, guck mal, weil das ja hier zugenagelt ist Ja, ich könnte das mal probieren, das ist doch kein Problem Ne Ich könnte das mal testen Äh, die Tür hier Ne, das funktioniert nicht Ah, alles klar Das ist, äh, das ist zu, zu Ja, ne, das ist ja auch mein Baugetit zu ändern Ah, alles klar Deswegen hab ich überlegt hier, das Oder hättest du noch eine bessere Idee, wo das hinkommen könnte, das, das Wall-Di-Walt-Tür? Nö, da so wär, was anderes, das hast du, das, das, also Was anderes wären wir jetzt auch nicht eingefahren Ich find's trotzdem genial, dass das machbar ist hier, ne? Naja, schon, ne, das ist schon irgendwie cool Definitiv Äh, Keanu, Charles Reeve, ist das jemand von uns? Ja Achso, cool Alexis Aztetis ist das, warum, fragst du? Ne, weil gerade Team Bay getreten ist, deswegen kann man das auch mal geschickt Der gehört zu uns Der gehört zu uns Der kommt aus, äh, aus Luxemburg, weiß ich jetzt gar nicht, oder kommt der aus, aus Holland, oh Gott Ich war letztens zu viel, oder er war in Luxemburg zu besuchen, aber das ist der Alexis Der macht zum Beispiel auch, äh, electronic music und so was, alles Den kennen wir auch schon lange, ja Ja, das ist, das guckt, das merkt ihr ja auch schon, dass die da zu uns kommen, ne? Das singen ja So, jetzt werde ich mal, Rollis Camp habe ich schon besucht Erics Camp habe ich auch besucht, das weiße Haus, da will ich nicht hin Keanu ist grad bei mir, Blutswende, da kann ich nochmal einen Abstecher machen Wenn du, wenn du damit durch bist, äh, Thorsten Dann können wir so Pit machen, oder was wolltest du? Dann kannst du gerne nochmal einmal ganz kurz zu mir zum Camp kommen Ja, gerne Dann wollte ich dir doch die eine Dings nochmal zeigen Ja, ja, wir sind aber noch live, ist es okay? Äh, ja, 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 nee, alles gut, alles gut Seid ihr dann schon zu viert? Wegen Pit? Äh, wegen Dings? Ich wollte dir nochmal zeigen, was ich so Ja, wir sind so Ob wir die Legend nutzen können Ja, machen wir, ich will bloß kurz Ja, ja, mach mal, mach mal Ja, mach mal erst Ja, mach mal erst die Zu Ende Ich möchte natürlich dann wenden Alles so mit Iniziere Frühliche Feiertage Das gefällt mir mich hier auch, weil ich hier so im Wasser gebaut habe Obwohl das sieht ein bisschen blau aus hier Hast du hier den Diesel von deinem Kernreaktor abgelassen? Ne, ich fand das Öl abgelassen Oh, ne Geburtstagstorte hat er hier auf dem Grundrand liegen, cool Na, schön Ja Hier war ich auch schon lange nicht mehr Gut, dann gehe ich nochmal zu Rolly High Und dann, wenn wir zu Senzenwolf reisen, weil ich immer nicht weiß, wie lange die Leute noch on sein können, weißt du? Ja Ja Weil Der Daniel, der arbeitet ja und deswegen ist er nur im Spiel mit uns So, die ich mir hier Das gefällt mir übrigens auch, wie du das hier gebaut hast, das So, warte mal So, warte mal Ey, mal Blöde Ratten hier Komm mal hier hoch, äh, Thorsten, aber Ich muss erstmal mich wieder orientieren hier Aha So, hier, ja Und wenn hier rein, oder wie? Aha Hier habe ich versucht, so ein bisschen umzubauen und nochmal was wir vielleicht mit nutzen können Und dann, diese drei Sachen hier Einmal, wenn wir Weihnachtsfeier haben Ach du Scheibe, ich bin Geil Wenn wir Weihnachtsfeier haben Sag mal, das ist ja wohl der Hammer, nein, ich bin happy Scheibenhonig, ist das geil Das, ich mach gleich Fotos hier, hier draußen Oh, Mann, ey, das sagt der Nächste, ist das geil Oh, Scheibe, ist das der Hammer, Leute Das können wir ja mal mit nutzen, wenn wir ja dann, ne Wann hast du denn da dran gefrummelt? Dann haben wir hier einmal nochmal Oli, wann hast du das zusammen gefrummelt hier? Ach, das schraube ich alle so ein bisschen abends zusammen Alter Fall, nee, also Wenn wir Versammlung haben, dann können wir hier nochmal So ein Kutter habe ich auch, das hast du ja genial gemacht Scheibe, ja Ist das genial Alter Falter, yes Oh, Mann, oh Weil wir vergrößern uns ja ständig, ne Ja, gut Oh, klasse, ich bin total begeistert Und wenn wirklich mal einer Geburtstag hat, dann haben wir hier unsere Party-Location Ach, du Scheibe Happy Birthday Oh, nee Okay, dann bin ich Ich flippe hier gerade aus Also, unübertrieben Volli, genial Alles so ein bisschen mal auf ein paar mehr Leutchen ausgelegen Weil, wie gesagt, weil wir vergrößern uns, ja Ist das ja unbegrenztes Volumen, oder? Oh, nein Oh, nein Groß, ne Bei dieser, bei dieser, äh Du hast ja auch noch viel Verhaber Weißt du Ja, so ein bisschen wollte ich diesen Charakter aufnehmen So Ich habe das ja auch Nice Aber, wie gesagt, du kannst eben die Sachen ja nicht ausstatten, weil dein Budget ist, ne Ach du Scheibe, oh, ist das Was, was hat er hier alles hingelegt Also, wie ich das im Casino gemacht habe, hier alles hingeflapft, ey Ist ausgezeichnet Also, hier, ich hätte, oh, ich habe Ideen Alleine, man, guck mal, das ist wirklich eine Filmkulisse hier dann auch für uns Hier können wir, wollte ich gerade sagen, hier können wir vielleicht mal, ja, eine Idee Du guckst so halbwegs mit, wenn du kannst, wa? Und, was sagst du? Sieht toll aus Ja, ne, ich bin, ich siehste, ich bin gerade ausgerissen Ich flipp gerade aus So, ich muss mal gucken, eine Position haben hier, hier oben Erik, kommst du nicht ins Team mehr rein? Ich seh kein Team von euch Ach so, ja, das sieht komisch aus Pass auf, dann werden wir jetzt mal die, die Symbole ändern, Erik Nee, hast du ihn auf die Welt gehen, oder was zum Team hast du? Nee, wir haben gar kein richtiges Team, er hat uns ja alle separat eingeladen Und deswegen steht da Ja, kein Team Und bis jetzt noch nicht einmal ein vernünftiges Team aufgemacht Da sind wir backen geblieben, Leute Richtig, stimmt Deswegen kommt Erik nicht mehr rein Oh, sorry, Erik, komm rein, sorry, geht los Ich hab das einfach verpatzt Von Anfang an verdammelt Jetzt müsste es klappen, Erik Ja, da ist er, oh Mann, völlig verdammelt Ah, Erik hat sein Camp, ich seh's gerade an den Damen, bis wir hin, Leute So, Olli, ich hab hier Screenshots gemacht, auch das zeige ich hier Weil das ist ja wie so eine Stadt hier auch Alles cool, ja, ja Ich wollte dir nur, nur eigentlich so diese drei Räume zeigen, die wir mit nutzen können, weil sie ein bisschen größer sind Wenn wir denn ein paar mehr Leutchen sind Na, das werden ja Streams werden Das ist ja jetzt bloß mal eine Kostprobe, will ich gar nicht weiter zeigen Los, das dann zu Erik Abbaul Genau Da werden wir nichts weiter machen Wie gesagt, ich würde auch gerne tatsächlich mit euch noch zu Kasi nachher später rein Aber erstmal zu Erik Bei Kasi war ich gestern nämlich nicht mit Ach, da warst du auch nicht mit Ne, da hab ich bloß so ein ganz bisschen Ja, machen wir Der hat mit uns eine Rundtour gemacht Also heute nämlich mal was zu trinken mit, wenn ich die Tour wieder mitmache So, dann gehen wir jetzt erst zu Erik rüber Ja, erstmal zu Erik rüber Kasi, magst du auch zu Erik kommen? Dann kannst du mal gucken, was ich gestern Abend auch so erzählt habe, wo ich schon geschwärmt habe Achso, einfach hier die Straße runter Mir nach Guck mal, ich bin hier vorne raus Hier, hier bin ich Ach schön Jeden Tag kannst du das ändern Jeden Tag kannst du das ändern Wir hatten das Guck mal, hier steht es noch Da muss ich mal ein Screenshot machen Das war mal wirklich jeden Freitag Aber jetzt kannst du jeden Tag draus das machen Unnormal Hä? Erik, hast du dein Komplex umgebaut? Nein, er hat mehrere Charaktere Und dann Achso Das ist dieses Superstar-Camp hier praktisch Achso Das Wichtigste ist eigentlich drin Also du musst dir so vorstellen Wenn wir hier drinnen, Rolli, ne? Dann standen die Leute hier draußen und haben sich nicht reingetraut Haben sich nicht reingetraut Haben sich nicht reingetraut auf den Schaufenster Achso, okay Und dann haben sie hier drinnen Platz genommen Und dann haben wir Ich hab dann hier moderiert Ach ja Und dann haben wir hier die Show gemacht Und hier zum Beispiel war das Ey, das ist ja auch geil Wo Maria gesungen hat Happy Birthday Mr. President Das ist, ach hier Fallout Legends Talente Ja Das ist ja auch Das meine ich Das ist auch gerne Ach du Scheibe Erik, schön, danke Das ist ja auch Und Erik mit 14H Richtige Richtige Bühne Ja, das ist ja nice Warte, ich muss mal ganz kurz Ach, das sind hier einfach große Vorhänge Die du hier an die Seite herangepappt hast, ne? Mhm Ja, das ist ja Das ist ja cool Ja, siehste Hier Die Orgelfeife ist schon dran Ach ne, hier Entschuldige, quasi war das Guck mal, wenn du von hier Das ist so cool gemacht hier auch Und deswegen Ich mach mal hier auch Fotos von, ne? Also für die Das ist ja eigentlich mit der Pyramide Das ist ja eigentlich mit der Pyramide Cool Rolli, komm mal mit Stark Stark Das ist auch ne richtig geile Idee Ja, hier haben wir Silvester unsere Shows auch gemacht Aber wie gesagt, Erik, du musst bei unbedingt bei Rolli mit reingehen Ach, das war das Das ist auch geil hier Das ist auch genial Aber du musst unbedingt auch mal zu Rolli rein, da können wir dann unsere Silvester und Weihnachtsfäden und Geburtstagsfäden abzulebern Das sind aber auch Unterkünfte immer, Erik, du Ja, es sind schon krasse Ideen, das steht fest Was ist das für ein Shelter? Den kenne ich auch nicht Serverraum, ne? Ja, das ist ja Serverraum Hier hatte ich mein Stargate, mein aufgebaut Das ist ja bloß ein Übergang, ne, für Erik halt, ne? Ach so, ach so, okay Oh, 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 jetzt hier eine Büsche gelandet Ja, das Ding ist geil, Erik Das ist hier die Pyramide, hier in die Anna-Jones-Kabine nachspielen, tatsächlich Kein Witz Ach, das kannst du hier durchgehen? Nee Doch, kannst du Ach da, hier, ja Eieiei Es ist richtig gut gemacht hier Also ich sag mal, wenn der Film läuft, ne? Ich hab hier tausend Ideen gleich Seid ihr jetzt durch das Portal? Ja, wir sind da durch das Portal durch quasi Gerade durch, genau Und dann durch das Gestrüpp durch Durch das Gestrüpp durch, ganz genau Danke für die Subscribes, ihr Lieben Vielen Dank für die Abos Dankeschön Und dann hier unten durch die Tür, ne? Vielen Dank, ihr seid spitze Alter Vater Erik, sag mal, äh Oh Leute, ich bin auch mal raus, ich würde noch einen schönen Abend Äh, Lars, dein Camp habe ich fotografiert, ne? Du brauchst mir dann nichts mehr schicken Wünsche ich dir eine gute Nacht, Lars Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Da geht nicht auf Das wird das nicht sein, das wird das nicht sein Nicht bei den Vogeln Dein Camp-Budget hast du hier schon weg, ne, Erik? Hier drunter? Ein bisschen, ja Ah, hier was an der Seite, ne? Hier? Wo war's? Na oben oder unten oder? Da wo die Türen sind, die beiden Türen, hier, hier und hier Da, wo die Tür sind Das wollte er mit der Kirche alleine sein, ne, ne, ne Achso, hier ist der Knast, ei, ei, ei ach da ist die schon alles voller ja das musste auch hinter gitter das hilft alles nix ich glaube so richtig schlafen ich glaube du hast eigentlich nur die augen zu damit dass wir das heute abend noch schaffen weil wir jetzt schon wieder am limit sind lasst uns mal casis camps und schilder besuchen okay du darfst dann wieder die führung übernehmen wahnsinn ja es ist verrückt da ist er ein camp weiter ist gar nicht so weit weg eric ist du da auch durch schäfer sehr schön jetzt kann sie käme ich kann es mir hinterher reisen ansonsten das ist gleich in der nachbarschaft dass wir noch kein öffentliches camp krass das kannte ich gar nicht eric wahnsinn in der nachbarschaft wo ist denn hier bei dir in der nachbarschaft ich komme ja quasi möchtest auch mit rauf auf video ich mache dann gleich videos für screenshots wo ist er denn hier ist rolli ja und wo ist torsten ja ich sehe kann ich auch nicht ein Stück weiter runter 6 uhr von euch 6 uhr von uns 6 uhr ja das war mein letztes wir stehen an der brücke ne wir stehen ja ganz falsch irgendwo der kirche ist auch hier hörde ich bin genauso dann falsch gesprungen oder was nein ich hab auf torsten schnell reise und er hat uns hier hin er stellt uns hier hin ja macht er und wo ist das jetzt weiß ich nicht 6 uhr runter 6 uhr runter hier steht jetzt direkt auf mir drauf wo ist denn 6 uhr ich versuche nochmal also so wie das aussieht sieht das aus als wenn ihr direkt auf mir drauf steht ja warum wartet ihr denn nicht damit ne verstehe ich nicht hier runter bestimmt ich war nochmal so sind sie an der brücke ich sehe nichts so und ab das Rad kommt ja siehste ja nein deswegen sage ich ja das hat bei mir du musst direkt auf Kasis camp ich sehe leider keine Camps ich sehe auch nicht hier das von Stick ich sehe auch nicht deins direkt ist gerade raus Stahli das ist wenn du es wenn du wenn ich von hier guck ist das genau mittig unter dieser komplett großen Brücke mittig unter der Brücke ja also wenn ich hier hoch guck dann gucken wir im Prinzip ganz einfach von holly high 6 uhr zwei schritte ja das stimmt ganz einfach deswegen habe ich gesagt es ist ein unmittelbarer Nachbarstand siehst du mein Camp Stahli ich das einzige Camp was ich da sehe ist ja ich guck ob das jetzt quasi dein Camp ist guck mal ob du mein Camp da sehe ich auch nicht mehr da sehe ich nur Kasis Camp ja dann spring da hin dann spring da hin dann spring ich jetzt gerade hin ja ja genau irgendwie stimmt was mit dem Server nicht ja ja so habe ich das auch gemacht weil er hat mich ja auch nicht ich sehe keine Leute das ging mir auch so ging mir auch so jetzt bist du da ja ja hat geklappt ok sehr schön ja irgendwie ist das Server nicht ganz so ganz so was hast du hier so quasi dann stell mal ganz kurz gerne dein Camp vor genau äh Daniel wir kommen gleich zu dir weiter aber wie gesagt wir wir gucken jetzt hier mal so ein Camp nach dem anderen durch hier ne also das ist jetzt anderes Haus als es gestern war ach so aber es verbergen wir euch natürlich die gleichen Räume so dann gehen wir mal hier durch ok Heppe hoch das ist Spielraum ja ja have fun have fun have fun Kirschel ist natürlich schon wieder in der Bar war klar natürlich der alte Saufziegel ja ja und dann geht es hier durch den Cola Automaten ah ok so ok wenn durch ja genau na das ist ein relativ neues Nuka Cola Schild die ganzen Krüge die ganzen Krüge hm 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 ja die Flamingos sehr schön hier ach so hier hier stecken 1 ne und dann gibt es immer Wegweiser wo der Eingang zum nächsten Raum ist aber es ja jetzt aber noch nicht bitte noch nicht in 2 gehen oh das hast du aber auch dann wo ich schon gesprungen bin ne dann bleib da das ist ja kein Problem ich bin ja hier ich bin ja noch hier es geht ja darum dass ich das auch zeigen kann ne ich bin ja auch noch hier dann kommt er zurück hier Stadi kommt wieder zurück das ist ja kein Problem Raum 1 ich komme ja Raum 1 das macht ja nichts ich bin ja noch hier ne da muss ich auch einbrechen ne warte wir kommen ja gleich ja so hier habe ich praktisch jetzt noch mal so einen Raum gemacht wenn mir das Ödland auf den Sack geht dann habe ich hier so eine das ist klar eine kleine Fake Idylle Voltour ey ooooh ist das geil hier genau von der Nase zu gemacht ach eine Chillounge genau so zu sagen so und oben gibt es dann eigentlich nochmal eine Werkstatt das ist jetzt nicht so ganz interessant die haben wir hier Erik hier steht deine Couch soll ich die mitbringen? und hier haben wir nochmal so einen kleinen Ausstellungsraum ja geil sehr schön äh wo seid ihr da hinten ne wo seid ihr jetzt hoch? ja ja achso ah oh hier guck mal an und ich habe keine Angel mit Buttonsheet oh ne du frische frische oder die schönen Lachse du frischer 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 da die schönen Lachse und ich habe keine Peach dabei du wir gucken mal auf die Idee das hier rein zu holen oh hier ist aber auch hier oh aha heidi doidi hier sind die gerade zu knifften guck mal guck mal ich geh jetzt mal nach unten stell mich schon mal für den Eingang zu Raum 2 also was äh was mich ein bisschen verblüfft äh muss ich einfach mal so sagen ist dein camp baubudet fuch wo komm ich nicht mit klar weiß ich nicht äh na in dem das ist alles noch im normalen Bereich mpf ja weiß ich nicht kommt drauf an wieviel Kleinkram und wieviel Kram naja aber guck mal hier und so ist doch auch ein Haufen Kleinkram drinne ne das ja das kommt drauf an die Wertigkeit wir hätten uns das mal gewünscht dass man Prozentangabe hätte und dass man die einzelnen Gegenstände halt mit Prozentangabe ne also siehst du es sind aber auch viele Sachen nicht ausgebaut also wie bei mir halt wo bist du wo bist du jetzt hin wieder runter ja wir stehen jetzt die meisten von uns unten am Eingang zu Raum 2 Kirsche da gehen wir jetzt einfach mal durch bitte Kirsche hier die Treppe hier wieder runter hier und dann hier zack hier kann man sie echt verlaufen mhm was ist das jetzt hier Western Wild Best Showdown ok so gehen wir mal das Treppchen hoch hier rein hier wird das schon etwas edeler Marmort Treppchen mhm so oben ist es mal aber noch das haben wir halt nicht die Stream so gehen ich gehe mal baden mit dem Maulboot sitzen ja keine Frage Erik in der Wanne ja wie gesagt schade ach ja das Aquarium das habe ich auch ich weiß nicht ist bei mir ein Pott drin Mansion Wolf muss hier auch sitzen ausziehen 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 jetzt bin ich blind Thorsten halt dich zurück Torsten halt DICH zurück wird die Unterhose sauber Thorsten halt dich zurück frenk an die Kirsche ok Denk an die Zuschauer. Ich wollte noch heute gut schlafen. Aber wenigstens meine Pudelmütze. So, los, weiter geht's. Oh, Erik hat sich auch umgezogen. Ja, sehr, 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 sehr. Wo soll er jetzt hin? Ja, Erik hat schon wieder ein neues Camp aufgebaut. Das ist auch cool. Ja, definitiv. Aber ich kann euch verraten, ich habe es ja gestern mit Conny schon gesehen, es kommen hier noch Dinge auf euch zu, die sind absolut genial. Defcon 5, okay. Ringdorbell. Na, wer hat denn da die Tür zugemacht? Das ist der Hochsicherheitsbereich hier. Hier geht's zum Oval Office vom Präsidenten. Das ist das Oval Office, das. Oh, ja, wirklich geil gemacht. Das ist die Vor-Zentrale hier, wo die Atomraketen gestartet werden. Ja, wie gesagt, ich bin mit Conny hier gestern schon durch, ich fand das cool. Ja, ist geil. Ich habe ihn gebeten, das finde ich hier zum Beispiel auch sehr interessant. Ja, ja, interessant. Ja, gut, bei mir steht nur ein Schreibtisch. Dann direkt oben, 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 oben. Was? Braucht dich nicht. Ach, ja, ja. Quincy muss schon wieder schlafen gehen. Obernipping, ey. Und Kirsche, oh. Kirsche, ja, spinn wir auf ihn. Genau, ich komm mit. Eee 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 eee... Ist klar. Eee 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 eee... Mischen in die Fressereien! Sorry! Ups. Nee, nee. Sorry, reicht nicht! Dein Gesicht sieht bisschen zerdollt aus. Ja sehr schön, sehr geil. Wo ist denn jetzt die 3? Ach, hier? Ne. Atombunker Eingang? Ne. Doch, doch. Ah, ne? Hier, hier, hier. Zeigt er doch. Ja, da steht auch 3 drauf. So, ihr Lieben. Wo, 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 wo ist denn Liebe? Du musst doch jetzt nicht abbauen. Äh, ah, was ist das für, was stöhnt es denn da? Oh, oh, oh. Ja, also morgen, ne? Oh, 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 oh. Morgen ist Dienstag. Wieso musst du schon wieder aufstehen morgen, Kirche? Wusstest du das schon? Tatsächlich muss ich morgen wieder aufstehen und arbeite gehen. Ich habe recht herzlichen Dank für deinen Support auf meinem Channel. Ne, Spaß beiseite, Kirche. Also vielen Dank und ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Danke, gleichfalls. Gute Nacht, Kirche, ne? Jo, schlaft schön. Oh, oh, die Atombombe ist gefallen. Achtung. Oieieieieieiei. Ja, aber ist schon, ist schon total heftig, wie sie das so, wie sie das so nachgestellt haben, ne? Eieieieiei. Krass. Ja, ich geh mal hier unten schon mal vorgucken, hier, weil, wir hier. Das ist schon inspirierend. Ach. Der Doktor. Naja, da noch was ganz krasses zu zeigen. Oh, da noch mal. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. Ciao. Ciao. Freund hat deinen Channel verlassen. Gott. Äh, wie viele Räume gibt das denn hier? Oh ja. Da ist es hier. Alter, ey. Geht man schon gar nicht mehr durch hier. Ich finde das einfach nur genial. Fass. Wo geht's jetzt hin, Kasi? Der zwei ist in der Krankenstation. Wenn der da rauskommt, dann geht's in die vier. Okay. Da ist er. Das ist der Senswort. Der ist nicht im Teamspeak hier, weißt du? Ach so, okay. Deswegen können wir ihn da schlecht. Du kannst aber irgendwie, du sprichst da in-game. Deswegen habe ich dich mal gemutet. Hier auf dem Teamspeak, weil du in-game sprichst, sonst dubbel sich das hier. Okay. Gehen wir dann mal da rein. So. Gehen wir die vier. Mhm. Ach, den, den hab ich auch. Mhm, genau. Den hab ich auch. Ja, ja. Ach, das ist das Museum. Mhm. Was ist das denn für ein Silo hier? Was ist das denn für ein Silo hier? Genau. Nee, nee, nee. Das ist nicht der Lagerraum. Ah, Lagerraum. Der kurze Lagerraum. Oder Lagerraum. Ja, ja, genau. Da hab ich doch meinen, Thorsten, da hab ich doch meinen Schießstand reingebaut. Ja. Kannst du dich dran erinnern? Ja. Entschuldigung. Da kann ich nicht da. Was ist das hier für ein Bunker, der so aussieht wie eine Lok? Das ist ein Schießstand. Das ist der Schießstand. Schießstand? Hm, da hab ich, da hab ich einen Schießstand reingebaut hier. Ja. Also er ist automatisch schon da drin oder was? Nein, nein. Nein, nein. Das ist ein extra Bunker, den kannst du in Schilder bauen. Der ist leer und da kannst du dann reinbauen, was du willst. Aber ich hab da eben einen Schießstand reingebaut. Geil. Ja, quasi so ist das, wenn dann der größte Teil der Truppe dann hier durch die Schilder marschiert. Ja, ja. Ich hab das gestern Abend danach. Ja, die saubere Badewanne. Kleine Küche. Saubere Badewanne. Kasi, das ist halt, als wenn du so eine Klassenfahrt machst, weißt du? Das Bad ist aber steril. Ja, und dann eine saubere Badewanne. Haben wir gar nichts gesehen. Doch, hab ich auch. Ich hab sogar ein goldenes Klo. Ja, ich könnte dir dazu sagen, die müssen es mal sauber machen, dann ist die auch sauber. Ich hab ein goldenes Klo. Ich kann zu sauber machen und das goldene Klo kann man vergolden. Ne, das ist vergoldet. Bei mir, ich musste meins erst vergolden. Ach so, nein, meins ist ein richtig goldenes. Ja, das macht sogar Geräusche, nämlich Spülgeräusche. Das habe ich bei mir auch in meinem zweiten... Oh. Ja. Im Gruselhaus macht das Spülgeräusche. Wie geht's denn hier hin? Ach, hier ist Abstellkammer. Ja. Ei, 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 ei. Ich komm nie, Junge. Ey, da hast du aber auch ein paar Stündchen dran rumgeeiert, ne? Ah, geil. Ich glaube, da hat er seit 2015 ein Stück da dran. So, oben ist doch mal Kinderzimmer und... Ach ja, hier siehst du genau. Wo holt man halt alle her, ey. Ach, diese Nixi-Rollern, die fetzen ja auch. Ach, guck mal. Na, los, mach an. Ja. Das kann man an und aus machen, ne? Ja. Ich hab die... Finde ich auch cool, die Dinger. Ja, das klingt halt so fettig, ne? Ein richtiger World halt, so, ne? Cool. Ich mein, das einzige Problem ist, wenn du hier morgens aufstehst, ne? So, ey, die, au, die, au, ab. Du bist ja... Du bist ja zu dir gleich erstmal abgeschmiert, ne? Und dann bist du richtig gut drauf. Dann bist du für den Tag erstmal richtig gut drauf. Dann hast du nur noch alles, was dann kommt, weißt du? Richtig. Direkt wieder hinlegen. Direkt wieder hinlegen. Direkt wieder hinlegen. Fresse voll, Chef anrufen, Schnauze voll. Ich geh ins Bett. Chef, da kann ich kommen. Viele Regen von oben. Ja. Viele Regen. Viele Regen von oben. So, wir sind jetzt durch den Hinterausgang unten im Erdgeschoss raus. Äh, äh... Warte, 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 warte. Was? Wo hinteraus? Wo? Wo? Hier steht offen. Das ist dieser Holzstammtuch. Ich mach los. Wo seid ihr denn jetzt überhaupt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab euch auch verloren, warte mal. Ja, genau. Hier, hier, hier. Stalli, hier, Stalli, Stalli. Ist hier gar kein für euch. Hier, komm mal, komm mal hier. Du bist doch hier grad... Hier. Da, da. Hier, zurück, zurück. Hier lang. Da. Da. Jetzt ist die verlassene Unterkunft. Atze ist raus. Atzebehne. Ach, du Heimatland. Jetzt geht's nicht irgendwo. Eieieiei. Fresse, ey. Eieiei. Eieiei. Da ist ja genauso verrückt wie der Erik, ey. Äh, darf ich... Äh, Kasi, darf ich dich mal fragen? Du hast alle Shelter, ja? Ne, mir fehlt diese... Also, ich hab alle bis auf diese Nachbarschaftsunterkunft. Ach, nee. Du hast eine nicht? Wollte ich grad sagen. Ist das krass, ja, ey. Will die irgendwann auch noch kommen. Ach, du Heimatland. Ach, hier geht's zur 6, ey, hier unten. Oh, schön, ne? Jetzt gehen wir erstmal da. Das meine ich nämlich damit. Das wollte ich nämlich mal zeigen im Stream, ne? Sicherheitsrohr. Oh, da kommen wir nicht rein. Ach, hier, oder was? Jaja, hier, genau. Ach, Hotel. Das Hotel hat offen. Na ja, gut. Also hier kann man also einchecken. Wenn man in der Mine schlafen will. Na ja, gut. Ne, das ist Abenteuer-Urlaub. Na klar, Daniel. Das war mir vollkommen klar, dass Daniel hier wieder dran denkt. Ich steh in der Dusse, Daniel. Bitte, bitte, ja, Disziplin. Das ist ja gerade an Spämmigen. Alter Falter. Nicht schlecht. Freund von deinem Channel betreten. Wer ist jetzt wieder dazugekommen? Nexus. Atze ist so raus, ne? Ich dachte, du wolltest pennen dazu. Hast du doch vorausgesagt, dass der wieder reinkommt. Ja, ich weiß, dass der nach einer Stunde wieder kommt. Rolli Würmchen ist unten drin, ne? Wie bitte? Würmchen ist eine Etage tief oder zwei. Ja, 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 ja. Das stimmt doch gar nicht, der schlafen gehen wollte. Ein Wurm kommt selten allein. Ich hab das noch nicht gesagt. Das war, das war... Ne, die Camp-Tour wollte ich jetzt noch mitmachen. Ich hab das von Stahli gesagt, dass er schlafen gehen wollte. Hat er doch gesagt, Stahli? Wolltest du mir denn Camps, Rolli? Was sagtest du? Ich sag, die Camp-Tour wollte ich jetzt definitiv mir mit angucken. Ja, wie gesagt, ich will Eriks Camp auch noch mal zeigen. Deswegen ist er mit dem zweiten Charakter nachher noch reingekommen. Und dann werde ich noch mal kurz zu Sendenwolf und dann wollte ich eigentlich langsam Feierabend machen. Ja, dann ist morgen früh früh. Ja, so ist das halt, ne? Ja. Gut, Kasi, wo geht's jetzt lang? Gut, hier. Jetzt geht's hier in die 6. Gut. Hab ich gesagt. Jetzt geht's in der 9. Alter. Alter Schwede. Aber du musst ja auch immer wieder dir was ein... Oh, was findest du dir was einfallen? Ja, deswegen sag ich ja, das wollte ich unbedingt mal zeigen. Hier auch diese Ideen, die auch andere haben. Ich find's immer gut, wenn man... Wir sind ja nun mal eine große Gruppe und dann die ganzen Camps alle zeigen. Das ist doch cool, weißt du? Das ist es. Und da bin ich. Also der Raum, wo jetzt sind, diese Unterkunft Nummer 6, die ist noch ausbaufähig. Da... Das ist ja jetzt gerade mit angefangen, ne? Das jetzt nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja, manchmal ist Sperre, geht mir genauso. Ja, dann muss man auch... Dann muss man auch Pause machen, was dann alles machen. Ja, richtig. So, Kinder, kommt jetzt herunter, jetzt hört ihr auf zu spielen auf dem nuklearen Sprengkopf. Ja, aber sofort zurück in die Klasse. Aber ganz Marsch ab in die Klasse. Sonst sag ich das euren Eltern. Warte mal, wenn ich jetzt hier drauf rumspringe, ist das dann bumm? Bitte, 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 Sparne, bitte. Boah, bitte. Boah, wenn ich das vermisst habe. Das ist das Raketen-Dilo, oder wie heißt das? Ja, das setzt alle Gitterbe, ja. Äh, Atzel, ja, wir haben uns schon gewundert. Du warst so plötzlich raus, ist alles okay, ja? Nee, wenn du hier noch ein bisschen zuguckst, hier, ist klar. Ja, ich darf keinen Feierabend machen, Atzel. Die Mem ist wieder am Mem. So, gehen wir mal in die sieben. Okay, Nexus. Sieben. Sieben. Ja. Wie viel gibt's eigentlich? 29. 229. Nee, 44 Millionen. Alter. Bitte, Ruhe auf dem Ding. Also zum Community-Treffen bringe ich Panzertape mit, Roddy. Ja. Wenn nix mehr geht, geht Panzertape. Und dann klebe ich dem Nexus das mitten über seinen Schnattermund. Ist ja ungefähr wie bei Astrox und Obelix, der da immer am Baum hängt. Ja, so ungefähr ist das der Nexus. Genau, der Minnesänger. Das Spiel-Casino. Oh nein. Ich werde den nur gemobbt. Ja, Roddy, da hat Conny gestern drauf gesessen, hier auf dem Teil. Das sind Seiten hier. Ja, liegt da wo du bist. Du findest uns im Leben nicht. Das wollte ich gerade sagen. Das denk ich auch. Aber da ist immer Wache. Ist er bis morgen unterwegs? Da ist ein Bunker. Warte mal, was ist denn hier im Bunker drin? Achso, da ist nur ein Bunker drauf. Da ist er zwei Jahre unterwegs. Da ist ein Zug. Achso, ich finde sie hat sich vom Zug fischen müssen. Da sieht man künftig. Das ist ja mal, es ist ein Elf. So, seh jetzt. Komm jetzt rein hier. Ja, wo denn? Da, da. Wo wir alle sind. Ja, wo denn? Du brauchst doch bloß nicht Stream mitverfolgen. Ich weiß doch nicht, wo ich seid. Keine Ahnung. Alter Schwede. Hä, was? Warte mal. Das hat er auch gut ausgebaut hier, ne? Ja. Ja, absolut. Äh. Ich bin bei Rolliheye im Fremdürme. Doch gar nicht. So gar nicht ausgebaut, Junge. Ich bin bei Rolliheye im Fremdürme. Was du bist, macht da aber nichts kaputt, Nexus, ne? Dein Haus ist schon in der Luft gejagt. Und heute läuft der Film Devils Moon. Ach, Devils... Oh, den wollte ich nicht mal sehen. Den wollten wir alle gucken. Nee, bleib hier, Daniel, bleib hier. Jetzt kommt gleich hier die erste Staffel Fallout. Von Devils Moon hier. Ja, ja. Ja. Geht's lang? Ich hab keine Ahnung, wie's dir lang geht. Eins finde ich komisch, den Mottenmann ist ja nicht da. Ist ja die Zeit, wo er hätte sein müssen, wa? Ey, du hast recht. Hä? Hatte jeder gestartet, deswegen ist das vorbei. Ach so, alles klar. Quincy, warum machst du hier die Tür zu? Weil er ist kaum. Weil er ist kaum. Weil er ist kaum, genau. Ach so, na gut, ey. Nein, weil ich nicht kann. Wo ist denn jetzt unser... Kasi? Kasi ist da unten. Hier ist er. Ich bin hier über beim Dinner gelandet. Hier ist ein Kino. Ah, hier. Hier hinten. Hier, ja, die Acht. Ja, hier die Acht. Ja. Ah, hier ist ein... Ich muss ein Raum. Ja. Ja. Jetzt hängen wir bis morgen Abend noch hier drin. So, wenn ich bei Erik durch bin, dann lande ich in der Notaufnahme heute Nacht. Alter, schwer. Wo gehst du hier lang? Sirene. Sirene. Sirene, Sirene. Oh, oh, Sirene. Oh, oh, Sirene. Oh, oh, Sirene. Oh, Mann, oh, Mann. Alter, ey, wie kommt man auf so ne kranke Idee hier? Ich bin hier nicht mehr raus. Oh, Mann, ey. Die Zeit hab ich gar nicht. Hallo, ich bin hier nicht mehr raus. Oh, hier ist die neun. Also, das haben wir schon gefunden. Oh, ja, Alter. Bei eins mit Stern. Alter. Drei. 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 Tausend Räume hier, Mann. Alter Schwede. Aber es ist das Ideale für einen Livestream, weißt du das? Ja, absolut. Absolut. Ich komm hier nicht durch, bin bewegt. Ja. Kann gut. Ach, hier, deine Ballkumpel. Ja, 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 genau, genau. Du gehst jetzt hier lang? Überwachungsraum, ja. Ich soll doch hier zur Drei. Ich gehst doch zur Drei. Ich hab Dominic gefunden hier. Wo denn? Nein. Das ist hier im Zimmer, Roddy. Was? Ja, wo? Hier ist Dominic. Da liegt er. Drei. Ihr seid böse. Die Doppelköpfige. Ja, äh, fresh aus. Ich frag das auch. Was liegt denn da so rum? Maxi. Hier steht eine Drei. Ich komm nicht zur Drei. Da musst du immer den Figuren folgen. Dann musst du jetzt die Reihenfolge reinhalten. Sonst kommst du hier nicht durch. Kasi, erzähl ruhig einfach. Dann musst du dich bis zur Neuen durchkämpfen. Wir sind sechs voraus. Komm, los, behalt euch. Boah, hier ist nochmal alles dunkel. Oh, hä? Schuster. Boah, hier Hotel. Kasi, hast du dein Endgame-Sprach jetzt ausgemacht? Ja, ne? Ne, ne. Achso, achso. Ey, ehle, ehle. Das echoet sich immer. Erzähl einfach weiter, Kasi. Zeig einfach hier, dass... Hast du ein Pornfeld mit der? So, und dann siehst du mal, wie schwer ich das hab. So sieht das jeden Tag hier aus. Ja. So, jetzt... Hier gibt es aber nur Einzelzimmer. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich am Atombunker. Ich verstehe gar nicht, wofür er da einen Empfang gebaut hat. Gehen wir mal in die Neuen. Ja. Ja, gut, hier die Stadt. Das ist jetzt... Aua, ich komm hier nicht raus. Wieso komm ich hier nicht lang? Wir haben schon eingecheckt in die Neue. Ja, wir haben schon eingecheckt. Wir haben schon zwei Zimmer gebucht. Hier. Wo seid ihr jetzt? Oh. Wir sind in den Neuen. Hier orgelt einer. Scheiße. Hier spielt einer, meine ich. Wie soll ich denn hier lang gehen? Ich weiß nicht, wo lang. Ja, einfach in den Lang. Da, Stahli, hau an den Kasten. Wo die Fünf ist. Ja, wo ist die Fünf? Boah. Die kommt gleich hinter der Vier. Dari. Kannst du auch mal einen anderen Takt spielen? Ich sehe bloß eine Acht. Komm, wir müssen schnell, wir müssen zu Zehn. Ja. So, ich bin jetzt in der Fünf. Los, schnell weitergehen. Schnell, schnell, schnell. Wo ist Dominik? Wo ist die Zehn? Hier. Wo ist die Zehn? Hier. Wo ist die Zehn? Was? Da ist Zehn. Bei mir ist Zehn. Hier ist Zehn. Hier ist Zehn. Komm, alle schnell rein. Ich bin durch. Hier ist Zehn. Wir haben nur fünf Vorabfruppen. Tarverne. So, jetzt sind die Zehn nach sieben. Oh, Nachin, schnell, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Mein Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo geht's jetzt weiter? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ja, das ist Sucher. Wer Sucher, der findet. Ah, perfekt. Wo geht's weiter? Da hast du acht. Ah, scheiße. Er hat's gefunden. Friends, welcome. Also bei der acht bin ich jetzt ruhig. Kasi, kannst du schnell das Stub da hinten von der Ölf nach Daim machen? Kannst du den Pfeil schon andersrum biegen? Neee. Wo geht's lang? Ich weiß nicht, wo's langgeht. Hilfe. Ja, Kasi, heute ist der jüngste dran, der gemobbt wird. Es wird sich immer einer ausgewählt, am Anfang und heute ist er dran. Es ist seine Schuld, weil er Spätschicht hatte. Du bist ein A-Punkt-Punkt. Hat da nicht gesagt. Kasi ist okay. Ganz bei der Zeit. Hat da nicht gesagt. Du bist denn jetzt ein A-Punkt-Punkt für mich. Ich helf dir gleich. Ein Appelmännchen? Ein Appelmann? Aua! 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 Daniel, dem kannst du's ruhig geben, Daniel. Der hat's verdient. Der ist frech zu uns. Aua! Aua! Der hat mich vorhin gestellt. Also ja. 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 Zeig mal weiter. Zeig mal bitte die nächsten und dann vor allen Dingen auch diese Gerichtsbarkeit, die du gestern gezeigt hast. Würde mich auch nochmal fürs Team interessieren. der weckt. Der weckt mich tot. Also. Ich weiß nicht, was ihr euch jetzt hier angesehen habt. Das ist so die Analisiere im Prinzip. Das ist so die Analisiere im Prinzip. Ja. Alles klar. Alles klar. Dann können wir ja. Das kannst mit ruhigem Gewissen weitergehen. Ich hab das hier soweit gezählt. Gebohlt haben wir hier schon. Ach, das sind die Dingsregale hier. Die Kantine hab ich hier mal so gezeigt hier. Ja. Ja. Das sieht geil aus. Ja. Und dann wäre schön die Türen zu machen wieder, Freunde. So geht's. Wo seid ihr eigentlich? Wo geht's weiter? So, ich stehe jetzt über 9.9 mit 1.9. Ich bin in der 12. Achso. Ich stream das. Das zeige ich. Ich lass sie gucken. So, gehen wir in die 10. Ja. Die 10 kenn ich ja wo. Ich bin in der 12. Ich bin schuld. Jetzt bin ich nach 13. Ich verfolge bloß die Pfeile. Also, ich guck nur nach den Pfeilen. 13. Okay. Gut, dass er an uns vorbei gelaufen ist. Bitte anzeigen. Ich hab Quincy leider nicht gefunden. Muss weiterlaufen. Wo ist Quincy? Quincy? Ja. Ja, ja. Lauf mal weiter. Lauf mal weiter. Ah, dann musst du ja auch von vorne anfangen. Ah, 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 ah. Ich komm hier mehr rein. Hallo. Ich komm hier raus. Einfach weiter erzählen, Kasi. Sehr gut. Also, hier ist die Zutaten. Ich weiß ja auch noch nicht. Das wird nochmal irgendwann ausgebaut. Also, Katharina. Gehen einfach mal weiter. Geschmacks. Also, nicht wundern. Ich hab dich im TS mal aus, weil du ingeben sprichst. Und das höre ich sehr gut. Also, auch die Zuschauer hörens dann noch. Alles klar. Ab zum Wurzellager. Also, gehen wir jetzt hier rein ins Wurzellager? Ist das korrekt, ja? Ja. Gut. Hier kann man so viele Shelters haben. Hammer, Hammer. Ich brauch noch die 13. Wo ist die 13? Die ist bei dir zu Hause. Das heißt, Dave. So, hier ist es so ein bisschen ungemütlich. Denn jetzt kommen wir in den... Genau, lass die mal alle durchkommen hier. ...in den Gerichtsbereich. So, da fangen wir mal hier an. Hier haben wir das Gericht. Mhm. Ich ärgere dir Twinsy gerade. Mhm. Du bist gar nicht in meiner Nähe. Du kannst mich gar nicht ärgern. Ja, hier könnte man also... Doch, ich rufe die gerade über what that was. Da sitzt denn der Angenagte. Da sitzt der Angenagte, genau. Mhm. Hier sitzt der Richter und... Das kann natürlich böse enden. So. Ich ärgere gerade Twinsy. Gehen wir mal hier rein. So. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gefangenen haben, dann würde der zunächst mal hier in dieser Zelle sein. Mhm. Wird dann hier rausgeführt. Hoppela. Hier ins Gerichtsgebäude rein. Was ihr ja gerade schon durch die andere Tür getreten habt. Mhm. Oh, oh. Da werden sie wohl gefangen. Ja. Oh, oh. Ja, und je nachdem wie das hier ausgeht. Geht's hier um die Ecke. Erzähl weiter, genau. Macht, macht. Zurück hier ins Gefängnis. Mhm. Ja, und dann kann's natürlich passieren, dass diese Tür hier geöffnet wird. Mhm. Ja, und dann kann man hier unter Umständen kann einen hier das letzte Stündbleib schlagen. Mhm. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, dass der Gouverneur in letzter Sekunde anruft. Der Gouverneur, ja. Ihren Telefon. Genau. Und dann nochmal sagt, nee, April, April. Nexus, komm mal hier vorbei, du brauchst Strom. Ja, komm mal hier, wir müssen dich mal wieder aufladen, Nexus. Der Gouverneur, ey. Ich hasse euch alle, meint ihr. Ach nee, der Kleinste. Hier, guck mal. Ja, steck deinen Socken weg, ich hab das gesehen. Alter, alter, der ist wieder wie aufgedreht. So warst du wie der vorher einen Kaffee getrunken, oder was? Gucke? 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 Tut mir leid. Tut mir leid. So, wer mag, kann ja mal den Knopf da betätigen. Ich hab dich leider nicht in der Kamera, das tut mir leid. Ja, gut gemacht, ja. Ja, alter, gut gemacht, ja. Hier, bin ich. Oh, oh. Ey, wir haben eine Knisterhaube für dich hier. Komm mal schnell. Nicht schlecht. Ja, den muss man danach wieder reparieren, das ist der Nachteil. Mhm. Mhm. Das hat Bumba mir damals schon gesagt, als er da was gebaut hatte. Nicht schlecht. Ja, fand ich auch. Geil. Das, wie gesagt, Conny und ich, wir waren gestern Abend auch schon begeistert. Mhm. Du bist böse. Stahli bist böse. Na, es war klar, Daniel, du darfst dich da gerne raufsetzen. Stahli ist müde, ja. Daniel, du kannst dich da gerne mal raufsetzen. Kann ich das mal zeigen. Weil, wenn hier so eine Verurteilung stattfindet. Die sind alle frech hier, die ganze Zeit. Gibt es natürlich auch Zeugen und diese Zeugen, die dürfen dann hier Platz nehmen. Ja, das ist echt pervers. Das ist geil gemacht. Ach, hier. Ja, ja, ja. Ja, gut gebaut, ne. Ja. Muss ich auch sagen, das hat uns gestern Abend auch schon imponiert. So, dann gehen wir in die 12 und das ist dann tatsächlich auch der letzte Raum. Nee, nee. Wie gesagt, wir gucken da noch mal durch. Also, Kasi, ne, das ist... Wieso ist der andere Folie eine 13? Wir gehen da eh noch mal durch in den Streams, Kasi. Kein Ding. Ach, ja. Ich bin in einer 13 drin. Das ist gut, wenn du in einer 13 bist. Ja. Es gibt keine 13. Doch für den Kleinen gibt es das. Für den gibt es eine 13. Den müsstest du jetzt sehen. Kasi, du mal ganz kurz... Kasi, den musst du führen. Kasi, mal ganz kurz zur Erklärung. Ich sehe den, den Kleinen hier per Discord hier, ne. Mhm. Deswegen, ich sehe seinen verschmitztes Schmunzeln hier da, Alter. Kleine freche Rübe. So, dann gehen wir hier vorne direkt mal links. Links jetzt. Jemand hat im Set geschrieben, Künstli. Ich sehe gar nichts. Ein zweifelhaftes Gewerbe hat sich hintergelassen. Ah. Das fand ich auch gut, ja genau. Ja, man sieht schon, ja. Ach, oh. Das dürfen wir im Stream nicht sagen, dass das ein Puff ist. Uiuiui. Uiuiuiui. Was? Mulla Rouge? Da hängt ja die rote Laterne draußen. Olli? Mhm. Komm her hier. Und da ist die... Na gut, Schatzilein. Und jetzt ist die Kirsche nicht da und die Conny nicht da. Ja, leider ist Kirsche und Conny nicht da. Das hätte ich ja noch nie weggemacht. Der hätte mir dann hier abliefert. Warte mal, ich mach mal ein Foto. Warte. Daniel! Mensch, störens doch nicht. Oh, ein Geschnarche, ein Geschnarche ist das hier. Die Eule mit der Beule. Warte mal, ich will mal ein Screenshot machen hier. Das kommt alles mit in das Video rein, ey. Gut. Okay. Oh Mann. Du sollst ja nicht fremd gehen. Das ist so geil. Schön gemacht. Das ist der Hamburg-Nord hier schon wieder. Kennt das einer? Das ist eine Kritztüte der Garni. Oh, du musst unbedingt demnächst mal mit Kamera reinkommen. Du kannst ja so gucken. Du brauchst ja nicht mit Kamera reinkommen. Du kannst ja bloß einschalten, aktivieren. In Discord. Selber brauchst du noch nicht mit reinkommen. Dann kannst du die Grinstüte nämlich sehen da. Ach so. Ja, das musst du mir mal in Ruhe erklären. Ja, klär dir das mal. Du musst mir mal in Ruhe erklären. Das geht. Also du selber musst keine Kamera aktiviert haben. Achim, alles noch? Achim! Achim! So! Opa Rüppel! Der ist auf der Terrasse und raucht eine. So, hier vorne die Bader, nochmal die ganzen gesammelten Krüge. Ja. Ach ja. Oh, okay. Ja, ja. Schade. Ja, die hab ich soweit alle. Die hab ich soweit alle. Äh, ja. Der kommt mir ein bisschen unbekannt vor hier. Dieser eine. Das ist der Typ. Der hier, weißt du, neben dieser Skippy-Kanne oder was das ist hier. Dann müssen wir mich auch mal aufstellen hier. Weil ich bin auch noch nicht weitergekommen hier. Also sonst die anderen kenn ich und hab ich alle. Aber der eine, der... Daniel! Los! Du kannst den Nexus jagen da oben. Der steht da oben. Schwanzus, Longus, Nexus? Hallo! Ich werd grad geärgert! Ja, und dann hier hab ich im Prinzip dann nochmal einen kleinen Spielbereich. Mhm. Achso. Ah ja, hier. Ja. Ah ja, cool. So, Nexus. Sehr schön. Getötet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Flipper gespielt habt. Den find ich ja immer ganz cool. Den großen haben wir schon gespielt, ja. Ja. Dominik, das war's für dein Camp, ne? Ach, ich hab grad gar kein Camp offen. Ja. Das ist im Prinzip die Wurmtour gewesen. Kasi, dann recht recht herzlichen Dank, dass du das mit uns gemacht hast. Ja, gerne, gerne. Dann möchte ich dir gerne, ich würde jetzt zu Sensenwolf gehen und dir würde ich dann gerne noch sagen, mal bitte zu Stick01 ins Camp zu gehen, weil ich ja gestern da auch so rumgeschwärmt hab. Ich will Sensenwolf, weil der irgendwann auch mal Feierabend machen muss. Ja, na, Erik, sein Camp, das ist auch schon sehenswert. Ne, ne, dass du mal Stick01 hat sein Camp beim Weißen Haus in der Nähe, in Wehworth. Alles klar. Ne, ich komme gleich nach, ich will bloß bei, bei, beim Sensenwolf hier, der hier mit der Wasserspritzpistole, der ist, äh, gehört auch hier zu uns auch in die WhatsApp, ne? Er ist halt hier bloß, ähm, immer, wenn er auf, der ist, ist, äh, nachts im Einsatz hier spät und dann kann er ein bisschen spielen, ist dann aber nicht im TS mit drin, ne? Alles klar. Äh, wo bin ich denn jetzt schon wieder Exit? Hä? Nach Appalachia, aha. Ich würde mal schauen hier, ähm, wo hat Daniel sein Camp hier jetzt? Das Problem ist, dass halt die ganzen kleinen Charaktere nicht die ganzen Baupläne haben, ne? Ja. Und vor allem auch nicht den Schrott. Schallmann läuft gerade, jetzt, vorhin jetzt laufen sollen. Äh, wo geht's denn hier raus? Müssen wir hier die Treppe runter? Ja. Tatsächlich. Wahnsinn. Also ich schäune mich direkt raus. Ei, 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 ei. Mann, 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 Mann. Daniel, wo hast du dein Camp? Ich sehe das hier gerade nicht, Daniel. Junge, Junge. Junge, Junge. Ja, Stahlhelm? Freund hat deinen Channel verlassen. holly ist komplett raus geflattert ist nicht doch ja mal feierabend ich will wenigstens dann jetzt kämpft noch mal fotografieren so siehst du gar nichts mehr das würde ich wieder rausnehmen an deiner stelle betreten ist so würde ich an deiner stelle rausnehmen kann bedeuten dass du dann da nicht so gut bei wegkommt bei youtube ist nur ein tipp von mir das ist ein gut gemeinter hat bei youtube habe es unten habe es unten an genau torsten kannst du mal gucken ob du die e mail von mir bekommen was ob das geklappt hat mache ich alle noch vom weißen haus schmeißt das mal raus genau als da jetzt muss ich es mal gucken wartet mal ich will zu daniel und ich gucke jetzt mal die e mail geht alles gleich weil sich stade ich muss jetzt erst mal zwei sachen ich muss mal ganz kurz gucken hier so warte mal wo ist denn sind da ist jetzt habe ich gefunden ich will das foto noch von dann ja klar will ich hier 17 kronen bezahlen frage immer so wo ist warte mal erst hier noch beim laden von von andrea habe ich nämlich schon hier das dauert immer ein bisschen hier raus müsste eigentlich was von ihr bekommen normalerweise probleme derzeit und meine e mail server du wirst lachen ich auch deswegen sage ich ja ich hatte mit kirche eigentlich völliger schmachsinn aber das habe ich schon öfter gehabt ich weiß auch nicht im moment ist noch nichts da ich warte na sonst muss es anders machen so ich sag mal gute nacht achim gute nacht schickst du mir im laufe des tages auch noch fotos wenn das kannst von einem camp bitte dabei ist die matiker welcherin gemacht mal schauen wird das reicht was klar hilfe ist ja mal ein bisschen stelle wir sagen jetzt gute nacht achim ich danke dir schlaf gut danke dir guten tag gute nacht schlaf gut freund hat einen schwindel verlassen schlaf gut wenn sie von vormsbruch ja was kommen nach unten in weißem haus ich dachte auch noch ein bisschen ich bin hier erst beim gucken ja ich stehe schon bereit ne neulich hat mich ein pfünderer süße das geht nicht weil er bei mir ist ne ich weiß wer das ist das war cool ne das ist auch sehr schön das camp wenn du das fertig hast das kommt auf jeden fall mit rein in den in das video morgen da setze ich mich morgen ran das sieht cool aus ach das sind motten das sind die motten ich weiß du weißt du was ich mit meinem mottenfetter gemacht habe daniel die habe ich meiner oma hinter den sessel gesetzt da im campo weißt du wo ich meine motten hingesetzt habe das gab es doch diesen motten motten fendichter hier diesen elektromotten töter hätte ich mal gesagt aha da habe ich das untergestellt ah das passt ja dann noch mehr wie hieß denn das ding mottenfender ne mottenfender oh daniel das wird aber cool werden das wird richtig cool werden daniel füllen sie die lehre in sein gericht wenn du das camp fertig hast also jetzt muss ich gleich nochmal gucken weil jetzt habe ich es mit einem anderen äh daniel genial gefällt mir also wird der webseite verschickt sieht auch gut aus ja gefällt mir hat er auch cool im gesicht hier scheiße ja was ich schön finde so die unterliegenden Dings so zu sehen ne jeder hat so ein bisschen doch noch was eigenes ja genau rolli cool oh power sehr schön ja power alleine schon vom stand her vom ort ja aber schlecht wird er hier ne schlecht wird er hier auch ok was sagt er im ödlern kopter werbung warte mal ist neu dran und alles tag gehen wir da noch mal rein in ödlern kopter hier ach da ja aua das ist schön ich mag sowas ich liebe sowas es ist cool cool gemacht eiii ah oh oh danke nice ah oh das kommt mir aber sehr bekannt vor hehehe cool aha dankeschön daniel das kommt natürlich ach du Scheibe ist das der Hammer Daniel das sehe ich jetzt erst hast du aber geil gemacht alter mensch was das weiße Haus hast du jetzt erst gesehen ja ich bin jetzt naja das baut sie immer ne achso ist der Hammer deswegen habe ich doch gesagt na nu das habe ich doch schon irgendwo gesehen das kann doch nicht wahr sein das gefällt mir ja das ist ja ein Gag also das ist wow na da fallen mir ja Dinge ein was denn was denn cool Daniel Respekt Respekt Daniel Hammer 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 was denn Daniel ich bin begeistert ich bin echt begeistert was wie seid ihr ah Rolli ohne quatsch ich finde das so schön wie wir uns hier getroffen dass wir uns so zusammengefunden haben das ist so eine coole Sache hier absolut ach guck mal hier das finde ich ja auch geil hier Besuch Quincy ach ja das habe ich das habe ich gesagt ja das ist ja auch das ist ja auch eine coole Idee das äh ja siehst du das muss man doch eigentlich mit aufnehmen das fetzt doch Quincy ja wir leben dich auch ach du bist ne Marke so na weil du grad nicht hart gemacht hast das ist ne gute Idee das das muss man übernehmen ja ich ich freue mich auch Daniel vielen Dank ist ein geniales Camping ach schön auch was Don push the button okay ich bin grad hier oben weil mir das hier oben auch gefällt hier das ist auch coole Idee ach so hat er das gemacht ja das hat so hatte ich das in meinem zweiten Weißenhaus in White Springs auch mal gehabt tatsächlich äh aber warte mal ach da aber ich muss ganz ehrlich sagen ich bin gerade wieder äh drauf und dran äh doch weiter zu bauen bei mir also das animiert mich ja alles ne vielleicht braucht man ab und zu mal einen Stopp sei weißt du na klar ach oh hier gibt es sogar drei Etagen siehst du Quincy ach hier oben noch Dings drauf noch mal ein neues Camp für dich bauen geil noch mal ein weißes Haus irgendwo anders sehr nice sehr nice sehr nice guck mal an das sieht gut aus hier meine Güte gut ich mach jetzt wirklich winke winke nacht 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 bis später nacht bis eine Stunde also absolut spitze daniel begeistert danke dir schöne sache äh 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 deine genialen Klasse wünsche ich euch auch ne ciao 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 guten Tag guten Tag das wird geil werden da freue ich mich schon auf das Video auf das gebastelt weißt du die ganzen die ganzen Camps da ich hoffe ich krieg so viele wie möglich zusammen ne ich werd morgen schon mal anfangen ja also das ist cool krass damit hätte ich jetzt nicht gerechnet damit hätte ich echt nicht gerechnet ach du ja gut gemacht also damit hast du mich überrascht mein Freund Respekt also vielen vielen Dank das 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 hier so zeigen kann ja schöne Sache gut dann haben wir das wo gehen wir jetzt noch hin für Stick für Stick gehen wir jetzt noch hin genau na los dann gehen wir nochmal zu Erik das das ist schon das ist schon krass was so an was so jeder so an Ideen aus dem Wurzelt aber Aeronox ist ja auch bei uns in der WhatsApp Gruppe der kann auch Fotos selber schicken hä ich bin nicht in der WhatsApp du bist noch du warst das ich hab dir gestern meine Nummer geschickt da kam aber nichts mehr du hast dir meine Nummer geschickt ich hab dir meine Nummer geschickt ja Eeronox wie hast du die geschickt per Anwispern oh tut's mir den Gefallen machst du das nochmal ich verspreche dir ich nehme dich umgehend auf oder ich mach das anders nein ich schick dir jetzt meine da wo es eben war ich schicke dir jetzt mal meine oh Mensch das tut mir leid aber du siehst du ich hab hier echt einen Kopf voll immer ne du alles gut ich kenne mich aber du kriegst das jetzt hier geht los denkst du ob ich keine Zwischenze mache ja genau es geht einfach nur auf da was ein hier da wollen sie das dies ich meine wir macht das ja genauso wie es ist Spaß aber man hat schon so ein Kopf voll ich schicke dir die Nummer jetzt geht raus wo bin ich denn jetzt gelandet wo muss man denn anfangen von hier oder wo ach ja dann kannst du mir gleich antworten dass wir das gleich festmachen hier Fallout Legend Modenschau ich freu mich ja dass du denn ah genau das oh ja Erik das muss ich aber unten hinsetzen ach so ok ach das ist denn hier der Laufsteg oder was oder wie komm mal mit rein hier ach so du musst reingehen hier unten ach so das hab ich gar nicht gesehen ok dachte ich mir äh 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 schick mal gleich eine Nachricht dann nehme ich dich gleich auf und dann schickst du mir dann bitte äh wenn du im Laufe des Tages morgen oder so wenn du Zeit hast ich weiß ja nicht wie dann so an sich ach äh äh das ist das was ich erzählt hatte ne ach du scheiße und dann geht das hier los pass auf ich mach mal einen vor erich macht auch einen oh mh 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 das hat ihr noch gar nicht mehr das stimmt mehr das geht ja aus Das guck ich mir nicht an. Nein, guck ich probikatorisch zur Wand. Mal sehen. Ja, siehst du. Ach so. Ja, ich hab dir jetzt noch ein bisschen mehr an. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, Telefonnummer. So, und dann musst du dir vorstellen, jetzt noch einen Bauhelm auf. Und dann haben wir hier die Village Spiebel nachgemacht. Ja, okay. Also ich hab, wie gesagt. Oh, ei ei ei. Ach du Scheiße. Ja, und wie nennt man das denn jetzt? Das ist so geil, ja. Ein Hauch von nichts, oder was? So, Rodi, und nun musst du dir vorstellen, was meinst du, was das für eine Show ist, wenn wir das den Abend hier machen? Dann die Raute-Taste, dann ist es Stimmung und Konfetti hier. Da bremst hier immer der Tubus. Alter Falter. Ja, genau. Die, äh, Telefonnummer, sie kriegt ne Aeronox. Gott, sie sollte draußen sein. Ja, es hat gedauert hier, mein System hat gerade gesagt, äh, er fragt mich jetzt blockieren, melden. Ich bin alles gewohnt. Aber, geil gemacht, Erik. Echt geil. Es ist immer mit den PvE-Spielen. Oh ja, oh ja, das sieht gut aus. PvE-Spiel ist immer schlimm. So. Ah, geht doch, Aeronox. Ja, klar, Stahlhelm vertreten. Sehr schön. Smartes Lächeln auf den Lippen. Das ist sowieso. Du kriegst auch nen Sticker zurückgeschickt. Äh, das sieht... Erik baut sehr knapp. Also mein Kopf bleibt da fast hängen. So, dann nehme ich dich mal an die Gruppe auf. Schön freue ich mich. Ja, auch das hat was. Ja, mit aufgenähtem Kräuselkrepp. Ja. Dich das nächste Mal quatschst du hier, mein Freund, du bist fertig. Der macht den Vorredner, ja. Wer rauskommt, was angezogen ist. Du bist fertig hier, so. Hat mich hinzugefügt. Ja, sehr, sehr cool. Genau, und da kannst du mir nämlich die Bildchen schicken, weißt du. Und ich kriegst die neuesten Nachrichten auch mal so mit. Gut umgesetzt, Erik. Du musst nur stumm schalten. Sehr krass. Ja, hab ich gesagt, ne. Stumm schalten. Keine Medienspeicherung, ne. Das ist schon besser. Mit dir hab ich sowieso nicht, weil sonst bin ich zugewählt bei 25 Punkten. Beachten sie den patriotischen Hut, ne. Das hat explodiert, das heißt nichts explodieren, weil ich nach mir aufdrehe. Passend zu den Schnürsenkeln. Sehr schön. Ja. Die Musik ist auch so geil, Erik. Das ist ne gute Idee. Das hat ge... Als wenn du drauf gewartet hast, ne, Erik. Auf die Musik. Oh. Da, guck mal. Ganz stylisch. Wie, keiner mehr wach. Der moderne Ödländer. Eine Ödländerin. Entschuldigung. Ach, hier, ja. Hier kommt Marke Fußball. Heute ganz in Leder. Ah, ach nee. Das ist ja... Das ist ja hier schon wieder, ne. Merk schon, wo ich mich wieder finden. Bisschen... Bild zusammengenäht. Ehrlich, das mit der Musik ist genial. Oh. Der Griff in die Stähne. Ja. Ich ne... Ich nehm das Präsidenten-Motfit jetzt. Oha, echt nicht schlecht. Ich nehm das Präsidenten-Motfit. Ja, das... Das hat der Roddy ganz gut gefallen. Kommt auch immer gut. Ja, das... Das ist auch sehr stylisch. Muss man so sagen. Der Arsch hängt ein bisschen in den Kniekehlen. Aber sonst... Ja, das ist leider nicht so dick ist der Charakter. Ach, Mensch. Nimm doch mal das Krokodil da raus. Hahaha. Oder was das ist hier. Hau ab! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Auf! Oh! 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 Das darf man hier nicht, die Besucher anden. Ne? Also... Junge. Gibt aber ne schlechte Presse. Das sag ich dir. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind schon wieder bei 4 Stunden. Das ist doch bekloppt. Das kann doch nicht was. Ich kann nicht mehr. Hahaha. Hahaha. Oh Mann. Oh, Aeronox. Das siehst du. Der gemachte Mann. Ja, du kannst gehen. Ne? Mhm. Melon Man über Nacht. Wunderbar. Mein Charakter ist nicht der Bravo, ne? Hahaha. Oh. Ich glaube Erik jetzt hinter der Bühne gestolpert. er hat so einen vergnießt gnaddelten Gesichtsausdruck. Eieieieieiei. Ah. Oh Mann, oh Mann. Oh, das ist schon cool. Cool gemacht, muss ich sagen. Nicht schlecht. auch somit mit dem blitz lichter oben drüber ja ja es ist sehr nice und das ist die neue kosmopoliten klamotte oder wie das ist der schwarze anzogene den auch selten absolut absolut und sowas können wir dann auch mal zeigen hier weißt du so dinge hier zeigen die halt selten sind ach man trägt etwas kniefrei naja auch nicht ganz schlecht die guten kleidekabine wir das hier gemacht hat ja da wirst du aber mit durchlauf nummer hinten sein ja wir müssen bloß auch genügend leute sein damit eigentlich immer einer so auf dem steg hast du ja weil die anderen ziehen sich ja während dessen um wo er das ist dann dreht sich ja auch noch und deswegen sage ich ja man darf nicht zu schnell laufen vorne einmal drehen denn noch mal stopp zwischendurch machen und so dass damit die anderen zeit haben sich dann alles anzuprümmen neue strand mode ja klar ist klar das kann man es ist ja ich will gerade das ist mir eben gerade eingefallen das kann man auch machen das ist auch nicht schlecht das gefällt mir gerade das ist eine coole sache dass das kann man abends auch mal einbauen ach du scheibes hauptsache du hast ein golf cap auf dem rüber immer gepflegt sehr schön sehr schön jawoll betonung liegt auf der brille ja wunderbar kleiderschränke ausrücken hängen die ganzen klamotten dahinten ja nach backstage jetzt bin ich jetzt bin ich mal gespannt die braucht ihr euch denn da bloß vom bügel unternehmen verstehe 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 ich verstehe ich habe so viele klamotten ich glaube ja frag mal ich scrolle gerade auch nicht ich habe so viele klamotten ich glaube ich habe so viele klamotten ja frag mal ich scrolle gerade auch nicht ja ich kenne das hier wie heißt der pfeil jetzt bin ich mal gespannt ob ronnie gut ist sehr schön ob er das outfit erkennt das sieht cool aus warte mal das outfit ja das ist schon so lange her ja ich kenne das hier wie heißt der pfeil ja ja genau genau ja was bist du die brille ist geil ich finde das so ja das kennst du auch ne weil die augen die qualmen dann noch ja wir machen feierabend ich würde auch sagen ich kann auch nicht aber wie gesagt dass das da müssen wir dann abends mit anfangen und das ist der hammer ich muss mal einmal gucken wie das hier im backstage aussieht hüpfen sie rein nein falsch verdammt ich habe die brille rausgeholt hauptsache du stehst hier vorm spiegel wo man nix sieht wo die brille schutzbrille aussieht ich glaube ich habe das bei passt auf das hat jetzt gerade was hier kleine vorratskiste da sind die ganzen klamotten drin entweder da oder da unten wo du hinguckst wunderbar wunderbar hier ist noch eine rüstungswerkbank falls noch eine niete mal verloren geht kleidungen herstellen einfach räuchermaschine hier ist eine räuchermaschine das heißt sich die feine technik ausspielen daher echt nicht schlecht deswegen größer das hier so verstehe verstehe was macht mein bett hier erik hat mein bett geklaut was ja hier der weingang gut ihr lieben ich möchte mich hiermit recht herzlich bedanken bei euch und möchte mich verabschieden wir sehen uns heute abend wieder und ich sag tschüss und winke winke euer quincy und eure Fallout Legends tschüss wooo wooo